Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auch eine Podcasterin von der wundersamen Fahrradwelt, Johanna Jahnke, herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Und neben mir, Denise, ich bin Ingo Quendler, wie immer. Wie immer. Und ja, freut euch auf eine schöne Sendung. Ein Podcaster, ist das das erste Mal, dass du sozusagen gepodcastet wirst? Nee, ich war tatsächlich schon in anderen Fahrrad-Podcasts und in einem Marketing-Podcast. Ja, aber ich mache das sehr sporadisch. Also ich freue mich da immer total, mal so auf der anderen Seite zu sitzen. Aber dann bist du zumindest am Mikrofon und Podcast geübt wahrscheinlich. Ja, ich hoffe. Ab und zu hast du das mal gemacht. Dann wirst du heute interviewt. Ja. Na, wir freuen uns. Du hast coole Sachen gemacht. Hier sieht man im Hintergrund auch schon Montanas Vazijas. Ich kann es kaum aussprechen. Ich wurde natürlich direkt von meinen HörerInnen darauf hingewiesen. Montanjas Vazijas. Ah, okay. Die leeren Berge, auch Spanish Lapland. Genau. Das ist jetzt deine letzte Aktion, die du gemacht hast. Über die sprechen wir auch heute. Schöne Fotos mitgebracht. Bevor wir dich mit Fragen löchern, haben wir aber noch so ein paar andere Themen. Also wir sprechen ja auch gerne mal so ein bisschen frei, was so die letzten Wochen passiert ist. Und eine Sache, die mich nachhaltig beeindruckt hat, war, ich hatte den André Sadilek getroffen. Und zwar ist das, der ist von der Webseite lialo.com ist es, genau. Und der hat 20 Stellen in Deutschland angefahren und eine war unter anderem hier in Hannover auch und hat mich dann über Instagram angeschrieben, warum wir uns nicht treffen. Und es war wirklich knapp, abends im Hotel nochmal getroffen. Aber es gibt ja so Begegnungen, wo man sagt, ja geil, dass man die gemacht hat und dass man sich getroffen hat. Und erst mal ein bisschen Werbung für seine Webseite lialo.com ist ein ganz witziges Konzept. Die haben, das ist noch nicht mal eine App, sondern eine Webseite, aber die auch über das Smartphone super funktioniert. Da geht es hauptsächlich darum, so Städtetouren zu haben, aber auf so eine spielerische Art. Also so eine Art Schnitzeljagd, die du machst, kriegst dann, und das ist sehr liebevoll von den Leuten da auch eingepflegt, die dann, also das sind manchmal so Reiseführer oder halt in seinem Fall auch viele Organisationen, die ein bisschen Werbung für sich machen. Also gerade gemeinnützige Organisationen und die hat er auch alle angefahren, um dann Spenden einzusammeln über diese Aktionen durch Deutschland zu reisen. Kann ich ja gleich noch was zu sagen, wie er durch Deutschland gereist ist, ist auch ganz witzig. Und coole App eigentlich. Habe ich mir angeguckt, fürs Radfahren gibt es auch in einigen Ecken sowas, aber es ist natürlich nicht jetzt so für uns, die jetzt 100 Kilometer oder Ultra oder sonst wie fahren müssen oder in Orbit fahren, die dann sagen, ich suche mal so ein paar Highlights ab, sondern dann natürlich eher der normale Radfahrer, der vielleicht durch Bremen fährt und 20 Kilometer mit seinem Fahrrad oder E-Bike vielleicht sogar fährt und dann aber guckt, die die Punkte abfährt. Sehenswürdigkeiten der Großstädte. Genau. Und dann wird da was zu erzählt, da muss man Rätsel lösen, Fragen beantworten, das kann man auch mit seinen Kindern machen. Man kann auch sich da anmelden und private Schnitzeltouren planen für seinen Kindergeburtstag und solche Sachen über die App und so. Also es ist wirklich ganz liebevoll gemacht. Ich habe tatsächlich mit ihm vor ein, zwei Jahren schon mal Kontakt gehabt, habe aber noch nie so den Zugriff dazu gefunden, weil für mich selber so gar nicht, dass mit Corona ohne Reisen auch gar nicht so interessant war, irgendwelche Schnitzeljagden zu machen. Er hat aber in Corona dadurch aber auch viele User gewonnen, weil natürlich keine Reiseführer irgendwie unterwegs waren oder irgendwie was machen durften. Also deswegen die Empfehlung, erst mal diese Webseite anzugucken und ich verlinke auch mal dieses 20 Mal Deutschland, weil das war so eine Spendenaktion. Vielleicht geht noch der ein oder andere Euro an diese Organisation. Und tatsächlich müssen wir eigentlich mal so eine Schnitzeljagd hier in Hannover veranstalten. Gibt es denn eine für Hannover? Es gibt hier Schnitzeljagden, also die kosten auch manchmal Geld, irgendwie 10, 12 Euro. Und dann geht der größte Teil an denjenigen, der das mal organisiert hat. Also der sich die Mühe gemacht hat, diese Schnitzeljagd oder diese Sightseeing-Schnitzeljagd in das System einzuflegen. Es gibt auch viele kostenlose. Hannover ist, glaube ich, ein, zwei kostenlose und eine, die man bezahlen darf, kann, was ich auch okay finde. Aber das wäre jetzt nicht nur eine App fürs Fahrradfahren, sondern man kann auch zu Fuß durch Hamburg latschen. Genau. Und das ist auch keine Routing-App. Also man muss sich schon selber darum kümmern, dass man die Punkte erreicht, also ein bisschen was tun. Kriegt dann auch aber wirklich geile Informationen. Und das, was halt noch fehlt, wo wir vielleicht, muss ich mal gucken, ob wir da nicht mal irgendwie so eine Aktion starten können, mal so ein längeres Ding zu sagen, wir nehmen mal die 100 Kilometer um Hannover rum und dass man sagt, alle 20 Kilometer ein schönes Sightseeing. Wir machen die Sightseeing-Tour durch den Dicester. Das ist doch, da gibt es auch schön was zu sehen. Und du machst das in Hamburg. Aber tatsächlich habe ich mit ihm drüber gesprochen, so ein Dicester-Ding, das ist natürlich nichts für den Otto-Normalverbraucher, es sei denn, der ist da vielleicht mit dem E-Mountainbike unterwegs. Aber tatsächlich ist es ja so, ich erinnere mich an die... Schnitzeljagd beim Orbit-Festival. Da warst du auch. Ja. Das macht ja Spaß. Checkpoints wie ein Ellicott, halt nur außerhalb der Stadt. Und da war doch auch dieser eine Punkt mit dieser, wie hieß denn diese Sternenscheibe, ich weiß den Namen nicht, wo man halt diese vor vielen hunderten Jahren, also nicht vor hunderten Jahren, also diese uralte Scheibe mit dieser Sternenkonstellation, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ich weiß ihn auch nicht, ich war ja auch am Checkpoint. Irgendwie Nebra oder wie diese Scheibe hieß. Und das war ja zumindest auch Bildung. Jetzt merkt er, wie die Bildung gefruchtet hat. Ich weiß, es gab diese Scheibe da, ich habe es aber vergessen, wie sie heißt. Naja, Dicester ist ja die Heisterburg und solche Sachen da. Da gibt es ja geile Punkte, die man anfahren könnte. Klar, elftes Jahrhundert und so. Er macht ja die Routen, die könnte man dann über einen Komoot-Link zum Beispiel hinzufügen. Eigentlich müsste man die beiden mal verbinden. Vielleicht hört ja Komoot zu, die kenne ich ja ganz gut. Ich wollte gerade sagen, die hören garantiert zu. Ja, aber das ist doch schön, ich habe jetzt gar keine Hintergrund-Info. Ingo, gib sie mir, gehe ich doch mal. Deswegen habe ich auch gar keine Freude. Gibt es denn irgendwas, woher der Name kommt? Lialo, das wäre jetzt meine erste Frage. Lialo? Ja, hat er mir erzählt. Hast du auch vergessen? Wieso komme ich, wie kriege ich das nicht mehr hin? Ich glaube, das ist die Abkürzung der Gründer auch. Okay. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es ist was, was ganz cool ist, seine Tour. Und er ist auch die Orbits hier gefahren. Also jetzt vielleicht nicht den Dicester-Orbit. Er fährt alles mit dem Fixie. Ja, das ist ja ein toll Thema heute auch. Ich nehme schon mal vorweg. Der hat ein Bikepacking-Rad. Das habe ich auch ein Foto gemacht. Habe ich jetzt leider hier nicht auf dem Bildschirm gecastet. Hätte ich eigentlich nochmal mit reinnehmen können. Hat er ein Foto, habe ich ein Foto gemacht mit allem Pipapo. Und auch coole Ideen an seinem Rad. Fährt mit dem Fixie halt durch die Gegend. Und er meint halt, dass das halt richtig entschleunigt. Weil er sagt, okay, ich kann gar nicht jetzt auf die doofe Idee kommen, irgendwie zu schnell oder zu langsam zu fahren. Ich muss halt sowieso immer einen Tritt machen, je nachdem, wie es halt so ist. Und hat dadurch eine neue Entspanntheit entdeckt. Du wählst ja für so lange Sachen auch einen relativ entspannten Gang aus. Also hast ja nur einen. Sonst kommst du ja keinen Berg hoch. Nee, genau. Und du willst halt auf Dauer auch nicht die starke Belastung. Du fährst ja lange. Genau. Und er reißt halt und er hat halt wirklich die Entspanntheit. Und wenn ein Hügel kommt, muss er halt absteigen und schieben im schlimmsten Fall. Der unschlagbarste Vorteil ist, keine Gangschaltung, kein nix, kann auch nix kaputt gehen. Also das ist natürlich immer noch so ein absolutes Killer-Argument. Also ich habe ja, kann man ja mal sagen, ich habe ja damals irgendwie, bin ich ja dann die Rennen gefahren. Und ich musste ja mein Rad regelmäßig auseinandernehmen, um irgendwie zu fliegen. Und an einem Fixie oder Bahnrad kannst du einfach direkt alles selber machen. Das ist so gut, auch wenn du keine Ahnung von Fahrrädern, von Schrauben hast. Das geht. Du hast keine Schaltgruppe, die du kaputt machen kannst. Keine Bremsen, die du einstellen musst. Naja, jetzt stelle ich mir gerade so ein schwer bepacktes Bikepacking-Rad vor und du fährst durch den Harz ohne Bremsen. Da würde ich schon mal irgendwie eine Bremse dran machen. Also auf die Tour, ich glaube, er fährt mit Bremsen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er hat auch Freilauf, wenn ich es richtig. Das ist ja dann Singlespeed. Dann ist es Singlespeed. Oder weiß ich gar nicht, oder hat er einen Fixie? Das werden wir nochmal aufdröseln, aber das ist ja auch ein Thema heute. Weiß ich, ich glaube, er hat Freilauf. Ich bin ja, ich glaube, er hat einen Freilauf. Ja, das ist ein großer Unterschied. Sonst kannst du aber Bikepacking, glaube ich, auch nicht machen ohne Freilauf. Machen auch Leute. Ja. Also haben wir auch früher gemacht. Wir haben ja alles fix gemacht. Vielleicht hört er ja zu und kann das in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht. Ich habe mir in der Vorbereitung mal so auf Vimeo, da kommen wir noch zu, so ein paar Fixdrennen angeguckt. Das finde ich, also wir reden nachher nochmal, ich greife dem schon ein bisschen vor. Ich würde schon mal dieses Wortspiel machen, wenn man sich das anguckt, dann wird man auch richtig angefixt. Also ich habe das Video geguckt gestern Abend und dachte mir, so krass, man sieht etwas und man kriegt so, oh, das will ich auch. Ja, so ist es auch. Man wird ja so richtig mitgerissen. Also es ist eine eigene Szene. Auch durch die Stimmung. Ja, ja, ja. Das ist so. Aber es ist schön, in der Vorbereitung für den Podcast beschäftigt man sich dann mit einem Thema, was man nicht so auf dem Plan hat. Ingo auch nicht, das weiß ich. Guckst du so ein Video und am nächsten Tag sagst du schon, ich will jetzt so ein Fixi-Rad haben. Also das ist ja, und vielen Leuten geht es vielleicht mit Gravel genauso. Mit dieser Idee, ich fahre jetzt durch den Wald. Also das ist ja eigentlich gar keine Idee. Der Wald war schon immer da. Aber das ist doch das Schönste, Lust auf Fahrradfahren zu machen, egal mit welchem Rad. Egal, ob es dann das Rennrad ist, das Lastenrad, das Stadtrad, das Brompen, das Bahnrad, egal was. Wenn man irgendwie durch Sachen Leute dazu bringen kann, aufs Rad zu steigen, ist doch das Schönste. Das ist ja auch unser gemeinsamer Nenner mit deinem Podcast und unserem Podcast. Am Ende des Tages brauchen wir einfach gute Laune und ein schönes Tool, wo wir uns einigen können, was gute Laune bringt. Und das ist halt nun mal das Fahrrad. Ob es der Rennsport ist, das Brompen ist, das Fixi dann in dem Fall ist. Und sich halt diese Nummer, die ich ja jetzt auch so ein bisschen für mich gelernt habe, zu sagen, aus diesem Wettkampfgedanken sich langsam zu verabschieden. Und dann zu sagen, naja, ich nehme nur einen Gang mit, finde ich auch eine krasse, finde ich eine krass konsequente Ansage zu sagen, ich nehme halt nur einen Gang mit. Für die 20 und der 20 Ziele in Deutschland angefahren, das war nicht nur alles flach. Wir werden mal gucken, was wir da auf unserem Kanal mal testen. Ich bin ja total angefext. Tatsächlich, jetzt ist es Bordspiel, ich würde ja tatsächlich fixed auch wirklich so Sprintdinger fahren wollen. Also so, all in. War ja mein erstes Rennen damals. Ja, macht mega Spaß. Ja, also, weiß ich, ich kann ja nichts. Aber geradeaus fahren geht. Aber geradeaus fahren, 1400 Watt kann er ja. Na, wenn ihr nach Hamburg kommt. Ich habe ja ein paar da stehen. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Also, es geht ja eigentlich nur darum, dass ich sage, ich will ja auch, wo du sagtest, aus dem Rennen, ich bin ja komplett weg von Rennen. Aber mit so einem Fixding, mal so 100 Meter, all in. Naja, schon richtig Bock drauf. Ja. Ah ja, gut. Die Gegeneinladung. Ich habe ja, ich habe, also es gibt ja auch irgendwie, weiß nicht, das ist, das läuft ja irgendwie selbst bei Prime Video oder so, ist mir mal was über den Weg gelaufen oder es ist schon länger her oder Netflix, da gibt es ja auch eine Szene in Kalifornien, die sich dann jeden Abend mit ihren Fixgears da treffen und wie die da sliden und sonst wie, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob man das in unserem Alter noch üben kann und lernen kann. Werden wir dann sehen. Ja, ja, also wenn man das beherrscht, wenn man das beherrscht, ist ja der Knaller oder es gibt so einen Kinofilm, also ich glaube einen echten Kinofilm, wo die in New York durch die Gegend fahren. Aber den habe ich auch mal gesehen. Waschauer oder so. Kann sein, irgendwie sowas. Ja, da spielt auch eine Freundin von mir mit. Echt? Krass. Ja, das ist halt die Szene, ne? Ja, ja. Aber da bei diesem New York Film, der hat dann auch so ein super teures Rad gekauft und das ist ja schon, wo ich sage, naja, es darf auch ein bisschen verscheppelt aussehen, also schäbby Look, weißt du, so finde ich auch cool. Hauptsache nicht, die schönen alten Colnagos und Eddie Merckx-Rahmen, wenn die noch gut aussehen, hinten, habe ich auch schon gesehen, dann wird hinten, wo das Schaltauge rankommt, das Ausfallende da misshandelt. Das geht nicht. Ne, dann, die haben ja auch Bahnräder alle gemacht. Genau, ja, aber die sind aber auch hart zu finden. Ja, haben wir da auch, zeige ich euch dann. Ingo, in deiner Größe, denn du kannst ja meine Rahmengröße wahrscheinlich fahren. 54, 55. Ach, super. Gut, wir haben einen Plan. Aber ich überlege gerade, ob wir den Podcast vorher aufnehmen oder danach. Es wird zu Stürzen kommen, habe ich das Gefühl. Na gut. Ich fahre mal so schön in Zeitlupe damit durch die Gegend. Aber da habe ich ja noch ein paar Fragen, die nachher kommen. Ich nehme aber nur, wenn du mir so eine Bremse vorne, so eine Sicherheitsbremse anbaust. Ja, habe ich ja mit, weil ich fahre ja auch nicht Breakless. Gut, eine kleine Sache noch, die hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Wir machen ja so manchmal Picks bei uns im Podcast mit irgendwie Technikkram, den wir vielleicht… Haben wir heute Picks? Nee, ne? Nee, heute nicht. Hast du dich schon erschrocken, ne? Nein, nein, Johanna hat ja einen Pick hier. Das weiß ich ja. Was Johannas Pick wäre, wüsste ich. Okay. Nee, den Makita Kompressor habe ich ja gepickt. Und da kam viel, viel Feedback, dass es auch von Bosch irgendwas gibt. Es gibt auch von Bosch so ein kleines Ding, aber das habe ich dann bei YouTube gesehen. Das wäre mir zu langsam für den Hausgebrauch. Wichtig bei dem Makita, da habe ich mit einem bei Instagram, also vielen Dank dafür auch, noch Kontakt gehabt. Der hat einfach diesen Schlauch vorne abgeschnitten und so ein SKS drauf gemacht. Ja. Und ich habe dann mich auch getraut, da mal vorne dran rumzufummeln, dieses normale Ding da abzureißen, Neues dran zu machen. Also du kannst einfach den Schlauch vorne abnehmen sogar. Also du musst mit ein bisschen Kraft ziehen, also du musst es gar nicht auseinanderschneiden. Und dann kannst du eine normale Fahrradpumpe vorne, also einen Pumpenkopf drauf schrauben. Ich habe jetzt einen von Air Race genommen. Den haben wir sogar einzeln bei uns im Shop. Jetzt ist das Ding wirklich perfekt. Zack drauf. Ja, mit Ventiladaptern arbeite ich sehr ungern. Ja, ja. Aber das nur dafür, für die Leute, weil das hat doch riesen Feedback gebracht. Und die, die das Ding jetzt da sich besorgt haben, keine Angst, einfach vorne abmachen, wieder was Neues dran machen. Ich weiß gar nicht, worum es geht, ne? Pumpe. Pumpe mit Pumpe. Es gibt so eine kleine Akkupumpe, wo man, so ein Kompressor, den man sich ins Auto mit reinschmeißen kann. Und wenn du viele Räder aufpumpst, ist das nicht doof. Ja. Es geht natürlich auch mit einer Standpumpe, aber das ist, fand ich ganz cool. Habe ich bei irgendeinem Paris-Roubaix-Video gesehen, wie einer der Mechaniker, da huschte so ein Ding durch, also so ein Akku. Der hatte so ein ganz kleines Ding in der Hand und hat ein Rad aufgepumpt. Das huschte so durchs Bild und ich habe mir so Standbild angeguckt. Was ist denn das? Das ist ja geil. Du kannst ja dein Rad dann mal schnell aufpumpen. Oder halt, gerade wenn du die Wohnung voll mit Rädern hast und du musst ja einmal in der Woche einmal rundherum gehen und diese ganzen Tubeless-Reifen mal aufgepumpt haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das halt schon so, wo ich sage, die von der Wand runterschrauben, Handpumpe nehmen und so, so kann ich halt mit diesem Kompressor, gehe ich halt von Rad zu Rad und lasse die an der Wand hängen und solche Sachen. Fand ich ganz witzig. Also wenn wir euch besuchen, bringt Ingo das mit und ich pumpe mal deine ganzen Bahnräder damit raus. Ne, das wollte ich zumindest mal kurz sagen. Dann ist jetzt der, ja, wenn ihr das hört, glaube ich, ist offizieller Kinostart erst von dem Jonas-Deichmann-Film. Das wollte ich zumindest mal kurz sprechen. Verlinke nochmal jonasdeichmannfilm.com, damit ihr wisst, wo das bei euch im Kino stattfindet. Ich habe auch den Trailer verlinkt, der schon mal sehr geil ist. Und ich weiß aus sicherer Quelle unseres Vorgespräches, dass wir hier jemanden sitzen haben, der da schon den Film gesehen hat, in der Vorpremiere wahrscheinlich. Ja, genau. Ich war Sonntag da. Geil. Im Kino. Im Kino, richtig. Und der Film war richtig schlecht wahrscheinlich, ne? Ich kannte ja schon viel und Jonas war ja auch bei mir schon dreimal im Podcast, wegen anderer Projekte und dann zweimal eben auch mit dem Triathlon um die Welt, im Live-Podcast aufgenommen. Und ich hatte so ein bisschen, ich habe das Buch gelesen, das ich auch sehr empfehlen kann. Das ist auch toll. Ich hatte so ein bisschen Angst, irgendwie, ich sitze da und weiß alles schon. Aber der Film hat es geschafft, nochmal ganz andere Bilderart zu zeigen. Natürlich ist er auch ein Film. Und eben auch nochmal so ein paar Punkte, die eben noch nicht im Buch standen. Okay, cool. Oder die ich noch nicht genau im Podcast gefragt habe. Also richtig, richtig gut. Also richtig cool gemacht. Wie lange geht denn der? Zwei Stunden? Ja, 90 Minuten. 90 Minuten. Den hätte man länger machen können schon, ne? Ja. Als Fahrradfan kannst du auch zweieinhalb Stunden machen, aber das ist dann nicht das Fernsehformat. Ganz genau, glaube ich auch. Und ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass Jonas da nonstop begleitet wurde. Also der Markus Weinberg, der hat ihn ja immer alle paar Wochen, ich glaube alle vier, fünf Wochen, hat er ihn ja besucht, wo auch immer er gerade war. Und ich denke mal, da gibt es ja eine bestimmte Anzahl von Szenen. Aber er hat ja selber auch mit der GoPro ein bisschen gefilmt, glaube ich. Kommt das auch im Film vor? Ja, ja, ja. Cool. Ja, aber der Markus, der muss ja trotzdem, das, was mich ja immer fasziniert ist, so eine Begleitcrew, die muss auch brauchbar sein und Fahrrad fahren können. Also so ist es ja nicht, ne? Also da bin ich ja auch schon, ich möchte eigentlich nicht bei minus 20 Grad 100 Kilometer in Sibirien jemanden begleiten müssen. Das ist richtig krass. Wurde ja auch gefragt, die waren ja auch beide da. Das war ganz schön. Ich liebe das ja, wenn man danach noch Fragen stellen kann. Und da wurde genau das auch gefragt. Und Markus hat auch erzählt, er hat immer so ein paar Tage tatsächlich gebraucht, auch um aus dem Alltag in dieses Abenteuer reinzukommen. Ich meine, Jonas war natürlich im Modus. Der war drin. Aber Markus ist natürlich, der ist super fit. Der macht das nicht zum ersten Mal. Und ich glaube, teilweise hatten die auch noch ein Auto dabei. Teilweise ist er mitgefahren. Dann hatten sie auch ein, ich glaube, in Russland hatten sie auch einen Filmer vor Ort, der ein bisschen was gemacht hat. Also ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Film. Kann ich echt empfehlen. Auch auf der großen Leinwand. Naja, das ist doch super jetzt. Also bin ich auch gespannt. Ich habe schon überlegt, ob wir mal hier so ein Kino kapern. Wir sagen, hier, Dan und Ingo gehen dann und dann ins Kino. Kommt alle mit. Einfach mal so, da kann man ja so ein kleines Happening draus machen und mal ein paar Leute treffen. Ja, mach das unbedingt. Ich habe natürlich auch, auch HörerInnen getroffen, die haben mich angesprochen. Es war natürlich die Premiere und ich glaube, wer das Crowdfunding unterstützt hat, der hatte nämlich auch dafür Tickets bekommen. Ah, okay. So irgendwie, oder man konnte auf jeden Fall. Ja, und das war natürlich auch ein kleines Wiedersehen. Müssen wir mal gucken. Also können wir wahrscheinlich nur über Instagram irgendwie machen, weil hier im Podcast, da ist zu viel Vorlauf, dass wir sagen, hier, spontan übermorgen gehen wir ins Kino, wir machen eine Instagram-Story oder machen einen Post, bucht dann und dann und dann kann man da zumindest vielleicht hinterher draußen noch ein kleines alkoholfreies oder mit Alkoholbier trinken, was auch immer. Das müsste natürlich relativ zügig jetzt passieren, weil sonst haben die ja alle schon den Film geguckt. Also sind ja alle gibberig drauf. Wir gucken mal. Also das ist ja auch nochmal eine gute Gelegenheit für euch, uns bei Instagram zu folgen. Um sowas mitzubekommen. Ja, weil das ist, glaube ich, Facebook machen wir nicht so viel, bin ich nicht selber involviert. Da posten wir das, wie postet sich ja automatisch bei Facebook bestimmte Sachen, glaube ich. Gehört ja auch zusammen. Aber Instagram ist das, was ich halt auch auf meinem Handy ja drauf habe und wo ich selber mal was schnell reinpusten kann. Und ist natürlich sehr sehenswert. Natürlich auch dein Instagram-Account, der at johannajahnke, müsstet ihr auch finden, wenn, verlinken wir ja auch ganz oft. Also da ist, ist wahrscheinlich auch sehr sehenswert. Du hast wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Follower mehr als wir. Du bist da, glaube ich, ganz aktiv. Ihr habt ja ganz gut aufgeholt, ne? Ich weiß es nicht. Wir wissen es gar nicht. Mein letzter Stand war 8000 oder so. Ja, ich bin jetzt durch die Tour, wenn man sowas Großes macht, passiert ja immer was. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die so den Algorithmus gerne bedient. Also ich mache halt gern was, wenn wirklich was passiert. So machen wir es ja eigentlich auch, ja. Genau, und ich habe auch keine Lust da irgendwie. Nicht jeden Tag um neun und um eins und um sonst wie. Nee, ist nicht meins. Nee, genau. Also deswegen auch wie bei euch wahrscheinlich am besten wirklich abonnieren, dass man dann eben auch mitkriegt, wenn was gepostet wird. Und ich bin, glaube ich, jetzt bei elf. Okay, cool. Ja, es ist ja auch ganz cool. Am Ende, bei uns ist es wirklich so ein kleines Ding, wenn was ist und dann ist halt immer eine Woche schon Funkstelle. Genau. Weil nichts ist. Bei mir auch. Bei uns ist es. Wenn wir uns sehen, machen wir immer vor uns. Genau, wenn wir jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, gerade eben, gerade eben vorm Podcast habe ich mal so ein kleines Video hochgepostet in unsere Story. Ja, guckt mal unser unaufgeräumtes Studio an. Das, was ihr jetzt hier nicht seht, wenn ihr bei YouTube zuschaut, weil es alles hinter der Kamera ist. Ich habe mich ja nicht getraut. Auf diese ganze Unordnung hinter uns. Bist du geschockt? Nee, ich finde das ja gut. Du findest das gut, dass es ein bisschen unordentlich ist. Ja, das ist total sympathisch. Weil man sieht halt immer nur dieses perfekte Kleene, was ja auch klar ist, weil ihr guckt alle in die Richtung. Wir gucken in die Richtung. Und ja, ich bin nur da, wo ich meinen Podcast aufnehme, ist nicht so viel Platz. Deswegen bin ich gezwungen, regelmäßig aufzuräumen. Sehr gut. Da wird es ja auch irgendwann eine Gegenfolge geben. Da bin ich ja, wir waren noch nicht zu Gast in irgendeinem Podcast. Nein, echt nicht? Nee, also ich kann mich ja nicht zu erinnern. Hat euch noch keiner eingeladen? Nee, wir sind nicht so beliebt, glaube ich, als Gäste, weiß ich nicht. Oder es hat sich einfach noch nicht ergeben. Nee, also weiß man, weiß man nicht. Hat sich tatsächlich einfach noch nicht ergeben. Tatsächlich ist einer geplant mit den Vereinsstrategen. Ah, die kenne ich gar nicht. Das Vereinsstrategie ist ein Podcast, der handelt nur um Vereine. Und da wir ja selber einen Verein gerade gründen. Ach, wie cool. Was gar nicht so einfach ist. Ja, ich weiß. Wir müssen uns jetzt mit dem Bund Deutscher Radfahrer irgendwie arrangieren. Arrangieren, würde ich jetzt mal diplomatisch sagen. Ja, also so Sachen mit Vor- und Nachteilen. Also mit dem Vorteil auch Versicherung. Also es geht ja am Ende darum, versicherungstechnisch abgesichert zu sein, wenn man sagt, im Deister machen wir jetzt eine Trainingsausfahrt mit unseren Vereinsmitgliedern. Können wir aber auch nur mit unseren Vereinsmitgliedern dann machen. Und die sind dann sozusagen, wenn dann ein Unfall passiert, wäre das versichert über den Bund Deutscher Radfahrer oder eine nachgeschaltete Versicherung. Das ist eigentlich so das Hauptziel. Wird, kann man schon, dürfen wir schon sagen, wie der Club heißen wird, der Verein? Nein. Habe ich jetzt ja schon im Nebensatz, habe ich ja schon mitgesagt. Also, wenn alles klar geht, wird das, sage ich mal, in dem Fall, glaube ich, können wir sagen, es wird dieses Jahr passieren. Ich würde ganz vorsichtig sein mit Dates. Ja, ja. Und wir hoffen, dass es letztendlich im Sommer steht, dass wir, und wir werden offiziell die Vereinsgründung mitteilen. Dann können manche Leute dann stolz sagen, wir waren bei der Vereinsgründung dabei. Ach, wie cool. Ja. Aber es soll auch wirklich ein, das können wir schon sagen, Ingo. Also, den Vereinnahmen würde ich ein bisschen noch geheim halten, auch wenn es offensichtlich ist, wie er wohl heißt. Wir wollen ja nicht einen Verein haben, der irgendwie irgendwas Kommerzielles hat. Na doch, wir wollten eine Bundesliga-Triathlon-Staffel. Wir wollten eine Bundesliga-Triathlon-Staffel haben. Also, wir wollen halt einen Verein haben, der wenig kostet. Du eine Vereinsmitgliedschaft hast und vielleicht eine Zugehörigkeit zum Bund Deutscher Radfahrer oder zu irgendeinem Radfahrclub dadurch erlangst und dadurch auch einen Versicherungsschutz hast und natürlich keine Gewinne erwirtschaften. Das heißt, wenn da irgendein Euro übrig bleibt, dann ist das gemeinnützige Sache. Ja, voll gut. Also, dass da mal ganz klar ist, wir müssen ja Sachen komplett von der Geschäftswelt trennen zu, wir sind in der Vereinswelt. Und die Vereinswelt muss geschäftlich, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Denn am Ende des Tages, wenn Ingo und ich am Sonntag durch den Deister fahren und laden die Vereinskollegen rein, ist es 100 Prozent unserer Freizeit. Wir müssen halt mal gucken. Ich weiß nicht, für wie viele von unseren Hörern und Hörerinnen das interessant sein könnte. Es ist natürlich, wir wollen es nicht regional natürlich hier in Hannover begrenzen, sondern eher so, naja, wir sind jetzt mal auf einer Messe in Frankfurt, wir machen eine Ausfahrt, wir sind am Bodensee, machen eine Ausfahrt. Und was natürlich richtig schön wäre, wäre tatsächlich dieses Thema Self-Supported so ein bisschen noch zu weiter zu spinnen, zu sagen, hier, wir haben, ihr fahrt den Orbit im Taunus, wisst nicht, mit wem ihr fahren könnt, ihr Vereinsmitglieder verabredet euch doch. Wir haben sowas im Groben tatsächlich jetzt auch schon erlebt in unserem Discord-Channel, weil wir diese virtuellen Ausfahrten gemacht haben. Da haben wir sehr, sehr viele Leute, die mit uns da mitgefahren sind. Und war haftungstechnisch auch sehr einfach zu sagen, wir treffen uns alle auf Zwift, da passt, also da fährt ja jeder für sich, in Anführungszeichen war halt keine Veranstaltung, aber es waren halt teilweise 500 plus Leute tatsächlich an so einem Abend mit dabei und sind mit uns wirklich 75 Kilometer mit 1000 Höhenmetern, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Rad gefahren auf der Rolle im Winter, was recht richtig krass und cool war. Und irgendwie 1600 Leute haben sich bei Discord angemeldet. Ich weiß nicht, ob du das von deinen Kindern vielleicht kennst, Discord ist so ein Gaming. Ich bin auch auf Discord, aber mein Sohn musste mir alles erstmal erklären. Ja, ja, ich habe auch mit meinem Sohn da gesessen. Er ist echt stolz neben mir und ja, dann kannst du da einen Server einrichten und da kannst du Rollen verteilen. Genau, genau. Aber kommen wir gleich zurück. Aber da haben sich jetzt auch Leute wirklich dann zusammen, haben wir tatsächlich so ein Feed gemacht, wo sich Leute dann regional verabredet haben zum Draußenradfahren sogar. Voll gut. Was ja voll und sowas dann im Vereinswandel fände ich ganz cool. Wofür nutzt du denn das Discord? Also wir, ich mache ja auch diesen Blog The Women Alright und wir bauen da gerade, oh Gott, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Also wir haben ein Discord, ja, das ist nämlich so halbtopsecret. Naja, also ich überlege mal kurz, was ich da sagen darf. Also wir tauschen uns da aus. Wir haben ja jetzt schon mal, das habt ihr ja mitbekommen, einen großen Winter-Bip-Test gemacht mit pinkelfreundlichen Hosen. Und das ist, weil wir da mit fast, ich glaube, insgesamt zehn Frauen und Finter kommuniziert haben. Da haben wir das einfach dafür genutzt, tatsächlich intern. Und da kommt jetzt der Sommertest und da, genau, gibt es dann die Channels. Und wir haben auch so eine Idee, da eine Plattform zu bieten, über die sich auch Finter, also wenn ich Finter sage, meine ich, ich finde Female, also Frauen, Inter-, Non-Binary-, Trans- und Arminäre Menschen. Also dass man eben die ganze Gruppe mitdenkt. Es gibt ja mehr als zwei Geschlechter. Und genau, dass wir da irgendwie eine Plattform bieten, dass genau das passiert, was bei euch passiert. Ja, ja, also wir waren ja, also Discord wusste ich schon bei Zwift, der ein oder andere nutzt das. Und das kam auch, wo ich es noch nicht kannte, hat früher schon Leute gesagt, Mensch, wenn ihr Zwift fahrt, macht doch Discord. Und dann ist es ja normalerweise so, du fährst mit drei Freunden und quatschst vor dich hin. Und wir sind halt mit 500 Leuten unterwegs gewesen und haben gequatscht. Das war eigentlich jedes Mal wie so eine Art Live-Podcast, wo uns Fragen gestellt haben, wir haben geantwortet. Es wurden Fragen reingestellt und andere haben ausführlich geantwortet. Erinnert mich an so ein Gore-Geschichte, wie wäscht man Gore-Jacken und so ein Kram. Also du hast da wirklich viel mitgenommen. Da sind auch viele im Discord drin, die gar nicht Rad fahren, aber einfach nur zuhören, weil es irgendwie ganz cool war. Und ich war... Lustig. Eigentlich ist es wie ein Live-Podcast, aber natürlich auch... Aber krass, wie viele Leute das adaptiert haben. Weil eins ist klar, unsere Zielgruppe würde ich jetzt nicht so einschätzen, dass das alles Gamer sind, die das schon vorher auf ihrem Handy hatten, sondern die mussten sich alle damit auseinandersetzen. Und ich finde Discord, wenn du es nie benutzt hast, finde ich es schon relativ sperrig, das überhaupt zu schnallen. Wie geht denn das jetzt? Das ist nicht ganz so intuitiv. Und nicht alle haben Kinder, die einem das erklären können. Nee, aber es ist halt die beste... Ja, nicht umsonst nutzen die Gamer das alle. Ja, du kannst mit 500 Leuten, haben wir da wirklich relativ wenig Probleme gehabt. Wir mussten dann auf Push-to-Talk umstellen, damit nicht alle 500 irgendwie oder einer atmet und dröbst noch. Und so hatten wir auch. Der Klassiker. Aber das haben wir natürlich dann mit Push-to-Talk beseitigt. Aber natürlich am Anfang. Wir waren ja auch Greenhorns. Man musste ja irgendwie Verordnung reden. Du kannst ja ja nicht sagen, jetzt hier... Na, die Idee ist ja natürlich, alle schalten sich stumm. Aber es gibt halt immer drei Leute, und das meine ich nicht böse, die einfach nicht wissen, wie man sich stumm schaltet oder denken, sie sind stumm geschaltet. Und sonst würden sie ja nicht rülpsen, weil sie ja dachten, sie sind stumm. Passiert halt, ne? Super, ja, ja, ja. Aber das kennen wir ja alle durch Zoom-Teams, Meetups, Firmen-Calls, die du hast, wo jemand vergessen hat, dass er nicht stumm ist. Gibt ein geiles Fail-Video, was mir auf YouTube über den Weg gelaufen ist, wo einer einen Airport drin hatte und gesagt hat, hier, ich hole mir kurz einen Schluck Wasser und war im Zoom-Call und die haben weitergeredet, ja, Gott sei Dank wird er nächste Woche entlassen und sonst wie. Und kommt dann zurück, by the way, also auf Englisch, ich habe euch gehört. Und da gibt es ja tausend Sachen bei Zoom, die wirklich auch bei den Kindern schieflaufen, die dann irgendwie ein Foto davor gehalten haben und das kippt dann um oder schlafen ein oder die Lehrerin vergisst auszuschalten und macht dann irgendeinen Quatsch oder pupst, was auch immer, was ja dazu gehört. Witzig, nach zwei Jahren Pandemie, die... Das sind die Storys. Wer kennt es nicht, oben Sack und unten Unterhose. Also im Grunde sind wir jetzt immer noch beim Jonas-Deichmann-Thema. Ein bisschen abgeschweift. Kurz mal, jetzt erklärt sich auch die Länge des Podcasts. Wollen wir das Ende spoilern vom Jonas-Deichmann-Film, ob er es schafft oder nicht diesen Triathlon um die Welt? Das machen wir nicht. Das wissen auch sowieso alle, glaube ich. Die, die unseren Podcast und deinen Podcast hören, und ich glaube, die sind ganz schön gut informiert. Wie schaffe ich jetzt den Weg von leichter Unterhaltung wieder auf irgendeinen Nerd? Ich hätte das hin, das Makita-Thema machen müssen. Und zwar, für den Chorus gab es ein wichtiges Uhren-Update, firmenwärmäßig. Du hast wahrscheinlich gar keine Laufuhr, zumindest jetzt nicht um. Nee, aber ich dachte, ihr seid ja solche Experten, dass ich mich heute vielleicht mal beraten lasse bei euch. Tatsächlich. Also der Podcast wird jetzt eine Stunde länger, weil ich jetzt Johanna hier live im Podcast berachte zu einer Laufuhr. Nein, also wir, Chorus weiß ich, dass da viele... Wir machen das kurz, Ingo. Genau, da weiß ich, dass ja viele zuhören und meine, unsere Lieblingsuhren, was Laufuhren angeht. Das weiß ich, ich kenne die auch nur aus eurem Podcast tatsächlich. Und Isabel haben wir jetzt auch schon eine verpasst, die jetzt mit Komoot und Routen und Karte und da auf der Uhr navigieren kann. Ja, das hätte ich heute gebraucht auf meinem Weg vom Bahnhof hierher. Da hätte ich das gerne auf der Uhr gehabt. Ja, ist cool. Also es ist die einfachst bedienbare Laufuhr in meinen Augen und halt die mit der längsten Akkulaufzeit. Also so eine große hier, die könnte dir vielleicht so groß sein, muss man gucken. Hat aber natürlich dann mit den Karten auch so ein Ding, wo du halt wirklich sagst, Monat komme ich da mit hin, habe die aber jeden Tag laufen. Also laufe damit, fahre Rad oder in meinem Fall habe ich es beim Tennislaufen. Das sind total geile GPS-Tracks auf dem Tennisplatz. Das ist ja wie so ein kleines Knäuel. Finde ich, ist ja fast schon Kunst. Und da ich weiß, dass viele hier zuhören, die die Vertex 2 auch haben und einer neben mir sitzt, der auch die Vertex 2 hat und das nämlich nicht mitbekommt, wenn es Update gibt, muss ich das hier im Podcast machen, weil sonst hätte ich es dann heute Morgen erzählt oder heute Nachmittag, aber wir haben ja keine Zeit nach dem Podcast. Ich habe das schon mitbekommen. Das ist wie im echten Leben. Und Dan, wer Dan's Handy noch nicht gesehen hat, also manchmal taucht das ja mal in irgendwelchen Komod-Videos auf. Ich werde immer gedisst. hat der so ein blaues App-Store-Icon auf seinem Dings mit 295 Updates, die er nicht gemacht hat. Würde ich ja ausrasten. Ich mache die ab und zu. Einmal im Jahr. Und die, oder wenn ich ihm jetzt sage, dass es ein cooles Uhren-Update gibt. Dann mach ich das. Das geht aber erst, wenn man die App geupdatet hat. Ja, ist gut jetzt, Ingo. Also die, und zwar ist die Kartendarstellung nochmal verbessert worden. Und das, was ich richtig geil finde, es gibt jetzt, die Vertex 2 hat ja mittlerweile auch Wi-Fi. Und du kannst jetzt deine Fahrt auch per Wi-Fi hochladen. Und warum ich das jetzt hier auch nochmal erwähne, weil ich das finde, extrem smart gelöst finde. Also dass der Garmin oder auch Wahoo oder auch Garmin Laufuhren per Wi-Fi die Aktivität hochladen, gibt es ja schon immer. Und bedeutet aber, dass ja die Uhr im Wi-Fi, das Wi-Fi-Modul immer anhaben muss. Und Chorus hat das so gelöst, man muss ja einen Shortcut drücken, drückt kurz auf Wi-Fi-Symbol und macht das sozusagen, also ich muss was tun. Ich komme nicht nach, also nicht, dass ich nach Hause komme, es geht automatisch, sondern ich muss was tun, dass es geht. Was ich aber extrem smart finde, weil ich ja diese Akkulaufzeit nicht verlieren will. Und die ersten Chorus-Uhren hatten gar kein Wi-Fi, weil das Modul halt Strom frisst. Dann kam jetzt Wi-Fi rein und die Uhr hat trotzdem eine super lange, also 140 Stunden GPS, also aktive Laufzeit. Was für dich als Ultrafahrerin halt auch cool ist, um dir einfach mitzulaufen, um nicht eine Fahrt zu verlieren. Ich wollte das am Anfang nicht sagen. Johannas Thema ist ja, wenn du eine lange Strecke fährst oder mehrere Tage, wir kommen auf deine Tour hier hinzu. Das heißt, für sie ist das Laufen gar nicht das Thema, Ingo. Aber ich wollte jetzt das nur mal reinflächten. Für dich ist halt, ich kann halt zehn Tage fahren, brauche mir keinen Kopf machen. Ja. Also diese Akkulaufzeit, das ist ja das Killer. Genau. Und du hast halt 140 Stunden GPS, das bedeutet, fünf, sechs Tage bist du eigentlich safe, dass du einfach die Uhr fast durchlaufen lassen kannst oder halt über Nacht mal ausschaltest. Müsstest du noch nicht machen. Genau. Dann sieht man noch den Track, wie man sich umdreht im Zelt oder so, keine Ahnung. Ich schlafe einmal rechts, einmal links. Ja. Also kriegst du jetzt mit, wenn solche Updates kommen, dadurch, dass ich es leider nicht schaffe, jetzt zu sagen, ich mache mal schnell das Update-Video, dann muss ich es wenigstens hier mal einmal, weil ich weiß, dass viele Hörer da draußen die Uhr nutzen. Das heißt, dass du dann auch, wenn ich jetzt sage, ich fahre die Tour jetzt am Stück, irgendwie im Ultramodus, habe ich den Track dann auch am Stück? Genau. Ja. Also wenn du wirklich, du musst halt dann auf, du musst auf das normale GPS, also es gibt, die hat so ganz viele GPS-Modi mit 50 Satelliten gleichzeitig. Okay. Also du nimmst halt das Standard-GPS, was ja völlig ausreichend ist zum Radfahren. Ja. 140 Stunden, was kommt denn da raus, wenn man das durch 24 rechnet? Ich bin in Mathe sehr schlecht, Ingo. Fünf Tage, ne? Also 120 Stunden sind ja 150 Stunden. Fünf, sechs, sieben Tage kommst du schon klar. Aber du musst ja auch denken, jetzt nehmen wir mal die Fünf-Tages-Tour als Beispiel. Und ich bin auch genau, also wir haben die gleiche Idee, durchlaufen lassen. Genau. Weil was mache ich denn momentan? Ich habe jede Etappe und füge die nachher, wenn ich die jetzt zu meinem Komoot-Profil mache, mache ich meistens Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Und dann mache ich nochmal alle zusammen, als GPS zusammenfügen. Das muss ich nochmal als Video machen und dann lade ich die als eine Tour hoch. Und bei der Uhr würdest du es ja noch anders machen. Du würdest es ja gar nicht durchlaufen lassen, weil du ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich komme um 19 Uhr in mein Schlafquartier, ob das jetzt das Hotel ist oder das Zelt, das ist ja egal, drückst du ja einfach nur auf Pause. Ja. Was Ingo so lustig gesagt hat, interessiert jetzt ja keinen, ob du nachts aufgestanden bist und 100 Meter zum Pinkeln gegangen bist. Das kannst du auch tracken, aber du würdest halt dann nächsten Morgen... Ingo überprüft das dann. Ingo überprüft das dann, ob du gepinkelt hast. Und dann morgens um sechs, wenn du wieder auf Tour gehst, machst du einfach Resume, also weiter die Strecke. Und dann hast du trotzdem natürlich die Strecke in eins aufgezeichnet und dann ist halt einfach Pause. Kennt ja jeder beim Garmin oder beim Fahrradtacho, hast du dann Autopause. Und dann brauchst du es ja noch nicht mal machen. Du parkst dein Fahrrad, der Tacho geht in Autopause, nächsten Morgen fährst du weiter. Ja. Und dann kriegst du ja auch die ganze... Und wir haben natürlich beim Fahrrad immer den Tacho... Ich glaube, das hat mittlerweile jeder, der Touren macht, vorne eine Navigation am Lenker. Das ist halt ein super Backup. Das habe ich nämlich gerade gedacht, weil... Du machst die Tour deines Lebens, weißt du? Genau. Und kleine Anekdote. Ich fahre seit dem Transcontinental Race den kleinen Wahoo Element Bolt. Der ist auch entsprechend alt schon, also von 2018. Und der macht natürlich regelmäßig Updates. Und am Abend vor Montanjas Vaziers... Hat er ein Update gemacht? ...wollte er. Bei mir war gar nicht genug Speicherplatz, weil sich die Touren... Ich habe halt, weiß nicht, 250 Touren da drauf gehabt und die wieder runter zu kriegen. Ihr wisst, das ist mühselig. So. Es ging nix. Es ging absolut nichts. Ich war auch nicht die Einzige mit dem Problem. Und dann stehst du da und weißt, du hast, also morgen früh geht's los, du hast, man kann mittlerweile ja auch über das Handy den WLAN-Spot geben, sodass man, weil du kannst es ja nur übers WLAN machen. Dann machst du einen Hotspot auch. Genau, machst du einen Hotspot, kann man dann beim Bolt anwählen. Kannst auch, also es gibt ein paar Tricks, aber mir ging gar nichts mehr. Okay. Gar nichts. So. Und da hätte ich mir gewünscht und beim TCA, beim Transcontinental Race, hatte ich tatsächlich meinen alten Garmin auch dabei als Backup. Ja. Weil, nützt ja nicht. So. Ja, wir machen das immer, aber beim Everesting sonst wie immer. Also, ich habe immer in der Sattelstrebe noch ein zweites Gerät gehabt. Oder eben am Handgelenk. Oder die Uhr. Und jetzt gibt es ja auch diesen IGS 320 Tacho, der irgendwie 70 Stunden hält. Den kann man auch, der kostet 70 Euro. Der kann zwar nichts oder hat nur so eine ganz rudimentäre Anzeige, aber für das, der hält halt und funktioniert den. Beim Pendeln nutze ich den ja jetzt seit zwei, drei Wochen und der nimmt gar keinen, geht gar keinen Balken weg. Naja, es ist eine alte Sache, die wir hier auch schon gesagt haben. Wenn du im Urlaub bist und welcher Hersteller, ist jetzt völlig egal, markenübergreifend, mach bloß nicht in deinem Urlaub irgendein Update. Ja. Dann werde ich natürlich für mein Handy. Habe ich bei Garmin auch schon gehabt. Also, dieses Satellitenupdate auf La Palma, was er auf einmal, hat er ohne zu fragen Satellitenupdate gemacht und es abgeschmiert. Ja. Also, das kriegen sie alle hin. Also, bei mir ging dann halt eine Weile nichts mehr. Ich hatte aber geschafft, über den Ball quasi zu synchronisieren und die aktuellen Etappen zu haben und war aber nicht flexibel, weil ich nichts Neues draufgekriegt habe. Nach drei Tagen hatte der sich aus irgendeinem Grund, ich mache den morgens an, keine Touren mehr drauf, nichts. Aber hattest du dann jetzt ein anderes Gerät bekommen oder gar nicht? Nein, ich muss mal, muss ich mal fragen. Nee, es funktioniert wieder. Also, der hat sich dann irgendwie selber geweseltet. Hattest du denn einen Ersatz? Nein, ich hatte ja Gott sei Dank die festen Etappen von vorher drauf und wir hatten uns da auch die ersten Tage dran gehalten und dann wollten wir aber ein bisschen anpassen und dafür hatte er sich irgendwie rechtzeitig selber gekillt und wieder, also irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, wirklich, ich habe es morgens angemacht und es ging alles, alle Touren waren weg, aber ich hatte sie ja in meiner Komoot-App, also ich konnte sie dann auch wieder raufladen. Aber dann ist die Beratung jetzt, wir schweifen hier ja total ab, aber dann ist die Beratung nachher ziemlich einfach. Ingo macht die, er ist unser Experte, aber die Beratung ist ja trotzdem total einfach. Du brauchst die Uhr mit der maximalen Akkulaufzeit. Das ist genau dein Ding. Ende aus. Und Kartendarstellung. Und Kartendarstellung. Ja. So. Die ist dann ein bisschen größer am Handgelenk. Und jetzt mit Wi-Fi-Sink. Ich gucke mir die nachher mal an. Ja, ja, ja. Prima. Nee, also wie gesagt, das kommt immer in unserem Podcast vor, musst du jetzt durch. Jetzt kommt das nächste, wo du durch musst, weil wir bei DT Swizz waren. Das habe ich gesehen. Das hast du gesehen? Bei Insta wahrscheinlich, ne? Ach so, das hast du bei Insta geteilt. Weiß ich gar nicht. Habe ich was geteilt? Ich habe auf jeden Fall was gesehen. Das hat Matzes wahrscheinlich gemacht. Unser Kameramann hat es dann wahrscheinlich gemacht. Ja, kann gut sein. Also irgendjemand hat was geteilt. Genau. Und das müssen wir jetzt hier erst mal als Vorwarnung für unseren Kanal, egal, egal ob Podcast oder Video-YouTube-Kanal. Wir haben viel, viel, viel mehr produziert, als wir eigentlich wollten da vor Ort und sind super dankbar, weil wir echt geile Einblicke da hatten in Fertigung und dann mit dem Entwicklungsleiter haben wir einen Podcast aufgenommen, über zwei Stunden, der uns Rede und Antwort. Und auch geile, eigentlich sind da wieder geile Zitate auch auszuholen gewesen, also richtig geile Sachen. Also wir wollten eigentlich nur kurz DT Suisse einen Besuch abstatten, weil wir eine Einladung hatten und es ist wieder komplett aus dem Ruder gelaufen. Wir waren drei Tage da. Hätte sich genauso gemacht, glaube ich. Wenn man schon mal die Chance hat. Und Biel ist auch ein schönes Fleckchen Erde, muss man auch sagen. Also das kann ich dir jetzt als Reiseziel auch ans Herz legen. Was für eine schöne Region. Und da gibt es auch Rolex, da waren wir dann beim Outlet. Habt ihr da auch noch eine da? Die hat keine Akkulaufzeit, die ist automatisch. Die würde ich aber auch nehmen. Die könnte ich dann hier so ein bisschen mit Posen. Das war eigentlich so ein Running Gag so nach dem Motto, wir fahren dann nochmal hinterher zum Outlet und gucken, aber es war nicht da. Gibt es gar nicht, kommst du ja gar nicht hin. Ach so. Es war wirklich nur ein Running Gag, wo wir gesagt haben, wenn wir mit unserer Videoproduktion vorbei sind, fahren wir nochmal kurz vorbei. Die sind 500 Meter entfernt. Kaufen wir mal kurz eine Uhr für 30 Prozent off, was ja klar ist. Ja, war wirklich schön, mal da zu sein, wo du auch wirklich, das ist ja auch ein Thema, was uns auch begeistert und ich glaube, dich begeistert das ja auch, wenn man wirklich merkt, es ist etwas dort produziert, wo wir stolz drauf sind und ob das jetzt Deutschland oder Niederlande oder Dänemark oder Europa grundsätzlich, in dem Fall jetzt die Schweiz, Italien waren wir auch schon, Italien waren wir auch schon. Am Ende des Tages können wir uns der Sache ja nicht entziehen, dass wir ja auch natürlich stolz drauf sind. Ich nehme jetzt mal Europa als Begriff, wo du halt auch wirklich, jetzt muss ich diesen Anglizismus nehmen, Seeing is Believing, das heißt, wenn du siehst, dass es da produziert wird, dann glaubst du es natürlich endgültig, dass das auch so ist und nicht einfach die Marketingabteilung geschrieben hat, sondern dass du es halt, egal welches Produkt du nimmst, fand ich sehr beeindruckend, also das könnte ich ja hier mal spoilern. Naja, wir müssen auf jeden Fall was spoilern, weil das, was ja hängen bleibt, ist, es werden da Speichen produziert, also die produzieren da wirklich in riesigen Mengen Speichen mit Maschinen und sonst wie, dann kommst du da rein und alleine diese Maschinen machen so ein geiles Geräusch, na bumm, und also eigentlich könnte man einen Musiktrack draus machen, einfach die Geräusche da aufnehmen, so die Beschmut mäßig, so wie früher People are People, wo einer mit dem Hammer haut und so weiter und diese Maschinen machen ja Musik, mehr oder weniger, aber es gibt so Aha-Erlebnisse, wo du einfach siehst, okay, da kommt ja jetzt eine Speiche aus so einer Maschine raus und du siehst aber auch hinten, was reinläuft in die Maschine und das ist einfach Draht. Es ist sicherlich nicht der Draht aus dem Baumarkt, den man so kennt, aber da geht einfach ein Draht in diese Maschine rein und hinterher kommt eine Speiche raus. Erstmal rund, aber schon gebogen mit DT Swiss Logo auf diesem kleinen Knöpfchen drauf und ein Gewinde, was reingedreht ist und nicht einfach nur reingefräst. Durch das Drehen wird das Gewinde noch stabiler, weil man das Material verdichtet, also was man da alles lernt und dann nehmen die diese Speiche und dann kommt die in die nächste Maschine und dann wird mit 300 Tonnen, glaube ich, zwischen 180 und 300 Tonnen, 180 und 300 Tonnen kommt dann so ein Bumm auf diese Speiche drauf. Du solltest das doch nicht sagen, wie viel das ist. Was auch immer, wie viel auch immer Tonnen auch, dann kommt da so ein, weiß ich gar nicht, genau den Wert kenne ich auch nicht, aber auf jeden Fall kommt da so ein Dings drauf, Bums und dann ist die Speiche platt, so wie man sie jetzt wahrscheinlich im Laufrad kennt, Messerspeiche und auch da ist es so, dass das Material nochmal verdichtet wird. Das heißt, die wird platt gedrückt und wird auch nochmal stabiler. Das heißt, die flanscht nicht so auf die Seite, sondern wird einfach so platt gedrückt, dass das Material einfach noch dichter ist und noch fester. Und das, so Dinge da zu lernen und dann diese Speiche kommt dann aus dieser Maschine raus und nimmt man die in die Hand und merkt erst mal, krass, die ist ja richtig warm geworden, obwohl die einfach nur in so einem Sekundenbruchteil platt gedrückt wurde. Ich fand das phänomenal. Es ist ein YouTube-Video und noch eins und noch eins und noch ein Podcast. Tatsächlich sind jetzt auch gerade die Bilder im Hintergrund mit dem Podcast, wo wir sitzen. Die haben jedenfalls auch ein Studio, das aufgeräumt ist. Die haben auch ein geiles, geiles Videostudio da. Die mussten in der Pandemie halt auch ein Videostudio bauen und haben echt ein cooles mit verschiedenen Kameras und sonst wie. Also richtig cool. Ach ja, jetzt siehst du noch andere Fotos, genau. Genau, Speichenproduktion haben wir halt gesehen und dann haben wir gesehen, wie ein Laufrad aufgebaut wurde. Auch ein Michel hieß er, habe ich den Namen richtig? Michel hat uns gezeigt, wie die Speichen, wie so ein Rad eingespeicht wird und was das für ein Kunsthandwerk und wie filigran das ist, so ein Laufrad einzuspeichen und dass das funktioniert. Also erst mal, also da müssen wir noch mal sagen, so da sind wir natürlich auch ja richtig begeistert, diesen Einblick zu kriegen und den auch für euch dann aufnehmen zu können. und euch auch weitergeben zu können. Das ist genauso wie in Italien bei 3T, wo wir waren, wo man sagt, okay, wir können mal zwar nicht jedes Geheimnis lüften, aber man sieht mal, wie so eine Speiche entsteht, man sieht, wie so ein Laufrad gebaut wird. Da geht es uns ja wahrscheinlich genau wie Johanna, wenn das ein Thema ist, was einen fasziniert, Fahrrad an sich. Also bei Brompen würden wir auch zusammen in eine Fabrik fahren wollen. Ja. Also wäre genau das Thema. Ja, würde ich auch gerne. Naja, aber deswegen auch da, das gucke ich mir auch gerne, wo andere Kanäle was darüber berichten, wie wird das produziert und so. Das ist ja, früher gab es den Elefanten und die Maus. Also das kennen halt viele nicht, aber hinter die Kulissen, wie wird was produziert, ist schon immer. Also auf den Podcast könnt ihr euch auch freuen, weil es ist am Ende so, das kriegt man ja gar nicht mit. Also es ist ja, es gibt ja viele, viele Firmen, Laufradhersteller, wen auch immer. Wenn man nicht jetzt direkt Kontakt zu denen hat, kriegt man ja gar nicht mit, was deren Philosophie so ist und was die so denken. Die kriegt ja nur mit, was auf deren Webseite steht, was so Marketing ist. DT Swiss hat sicherlich einen markenmäßigen guten Namen, wo man sagt, ach, das ist eine Narbe, die kann man immer fahren, die geht nicht kaputt und das ist solides Zeug, ist auch einfach zu warten und so weiter. Aber dass da ja so viel, ja, worauf die Wert legen und was sie halt auch nicht machen, weil es ihnen zu gefährlich ist. Also sagen, okay, das wollen wir nicht, weil wir auf Sicherheit Wert legen zum Beispiel. Das kommt dem Podcast dann vor, so ein Thema. Wo ich sage, ja, ist auch irgendwie ganz cool, wo man dann jetzt durch den Besuch da vor Ort und das, was wir vielleicht über Videos und Podcasts auch an euch weiter, an die Hörer und Hörerinnen weitertransportieren können, wo man dann sagt, okay, da ist jetzt ja auf einmal bei mir zum Beispiel noch mehr Vertrauen da, wo ich sage, okay, die machen zwar wirklich on the edge und sparen hier ein Watt ein, aber die sind so auf Sicherheit bedacht, das kann ich auch beruhigt fahren. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, Laufräder, die man heute, und das ist nicht nur DT Swiss, sicherlich auch viele andere Hersteller, das ist eine Speicherreise, so gibt es gar nicht mehr. Oder dass du das neu zentrieren musst, gibt es gar nicht mehr. Also es ist eigentlich so gut, also die sind bei, bei übergreifend Herstellern von Laufrädern ist das sehr selten geworden. Also wenn ich da, ich weiß nicht, wie lange du schon Rad fährst, aber wenn ich natürlich an meine Kindheit denke, das war schon oft. Jetzt ist das kaum noch so. Hattest du mal eine gebrochene Speiche auf deinen jetzt fiesen Dingern? Ja, beim Fixed-Fahren natürlich. Fixed-Fahren. Naja, aber jetzt bei dem aktuellen Ultra-Gravel-Irgendwas-Bikepacking? Nee, nix. Also ich habe auch jahrelang… Du hast jetzt hier Schamal, da sind ja auch nicht gerade viele Speichen drin. Das ist top. Ich glaube, das ist ein Thema von früher. Und noch nie was nachzentriert, lass mich raten. Nee. Genau, genau. Also das ist ja auch eine Entwicklung, wo man sagt, krass, ne? Ja, ja, ja. Früher müsste man irgendwie alle drei, vier, fünf Monate mal zum Laden gehen und sagen, kannst du mal meine Laufräder zentrieren und nochmal richten und so? Und heutzutage, puh, es hat sich an der Speichenspannung gar nichts geändert und sie müssen gar nicht zentriert werden, ne? Ja, ja, das ist krass. Also ich habe das auch. Nie wieder ein Laufrad zentriert. Wenn überhaupt mal was eiert, ist es der Reifen. Ja, stimmt. Das ist bei mir auch so. Naja, und wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir ja keine Felgenbremse mehr haben. Ja. Ist es ja völlig wurscht, wenn das so wäre, dass die Felge ein kleines bisschen einen Dengel hat, sage ich mal, ne? Bei den Felgenbremsen, da würdest du es merken am Bremsbelag. So, nee. Und bei Scheibenbremse kriegst du es ja noch nicht mal mit. Ja, das stimmt. Ja, ja. Gut. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Ach so. Schon nach 49. Also willkommen. Ich fühle mich auch eigentlich schon ganz wohl. Du kannst das auch regelmäßig einfach so machen. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir dich so integrieren konnten jetzt, weil du ja zum Jonas-Deichmann-Film hattest ja mehr zu sagen als wir. Ja, stimmt. Nee, also dann ... Beginnen wir ein Spiel. Ja, wie ... Das ist jetzt ... Manchmal machen wir das, manchmal nicht, aber jetzt ist es wieder zu dieser Tradition geworden, dass wir so ein kleines Entweder-Oder-Spiel gemacht haben. Und jetzt mittlerweile machen wir beides. Also jetzt seit zwei Sendungen. Wir hauen dir Wörter um die Ohren und du kannst ein, zwei Sätze dazu sagen, was dir so spontan einfällt. Und danach haben wir noch drei, vier ... A oder B. A oder B. Wo du denn A und B dich entscheiden musst. Ohne Joker. Ja, ich bin da ein bisschen aufgeregt. Martin von DT Swiss wollte auch einen Joker haben. Weil seit ich hier bin, redet ihr von diesem Spiel. Seit ich heute Morgen angekommen bin. Aber okay, ein Joker habe ich. Nein. Nein, doch nicht. Bei uns gibt es keinen Joker. Du musst dich dann zwischen kalt oder heiß entscheiden. Aber das sind nur fünf Fragen, die gehen auch. Das ist doch nur, um das Eis zu brechen, wobei wir bei dir ja gar nicht das Eis brechen müssen. Das stimmt. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Herausforderung. Ja, jetzt muss ich irgendwas dazu sagen. Genau. Das, was dir sofort sprechen kann. Das ist eine Herausforderung. Sollen wir dir das Spiel nochmal erklären? Ja, Herausforderung ist für mich, Ingo, du hast es vorhin angesprochen. Ich bin ja auch so ein Wettkampftyp immer gewesen. Und da so ein bisschen vorweg zu kommen. Und so für mich die gute Herausforderung trotzdem zu finden. Okay. Passt ja die nächste Frage. Die nächste Frage ist ganz einfach. Okay. Der berühmte 30er-Schnitt. Der interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Genussfahrt. Ist für mich morgens irgendwie schön Kaffee losfahren. Noch einen Kaffee. Gerne mit anderen Leuten zusammen. Also der perfekte Sonntag oder Fahrradtag für mich ist eigentlich irgendwie, sich morgens zu treffen, zusammen loszurollen und dann den ganzen Tag auf dem Rad zu sitzen. Das mache ich schon gerne. Also schon gerne auch eine schöne Strecke und dann irgendwie mit Kuchen und so. Ohne 30er-Schnitt. Ja. Wie gesagt, das ist mir so sehr gut. Rumpe oder wie man das sagt. Rumpe ist, versteht jeder. Rumpe muss jeder. Notfalls googeln, was heißt Rumpe. Ja, dann ergibt sich wahrscheinlich auch der nächste Punkt Spaß. Ist für mich der Grund aufs Rad zu steigen. Haben wir. Dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich. Dann haben wir das Zelt. Oh, das Zelt. Oh, interessante. Wir haben jetzt endlich eins. Achso, du hattest gar keins. Nee, ich hatte kein Zelt. Also ich habe eins, aber das war nicht Bikepacking geeignet so richtig. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja meinen Mann auch und der ist zwei Meter drei groß und wir haben jetzt eigentlich ein Zwei-Personen-Zelt gekauft, aber es ist schon klar, dass wir da nicht beide zusammen reingepassen. Er hat das getestet. Er liegt diagonal im Zwei-Personen-Zelt. Er war auf jeden Fall am Wochenende damit unterwegs, weil ich ja noch Corona hatte. Ich glaube, er passt da alleine gut rein, aber er meint, Johanna, wir beide zusammen in diesem Zelt, das wird nichts. Also, wer Empfehlungen hat, ihr habt ja auch ganz viele HörerInnen, vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung, weil es ist wirklich schwer. Für lang. Für lang, genau. Extra lange Schlafsäcke gibt es. Genau, habe ich ihm tatsächlich custom anfertigen lassen. Das ist auch so eine Firma in Polen, die das macht. Da habe ich zwei bestellt. Cumulus, glaube ich. Genau, da habe ich uns beiden zwei bestellt. Die haben dann einen Schlafsack extra verlängert. Genau. Und dann Sommerschlafsäcke gibt es auch in verschiedenen Größen, weil die oft auch so vom Militär genutzt werden. Tatsächlich sind so, ich weiß, die Marken sind manchmal so Military-Marken und da sind natürlich auch oft große Menschen und Amis sind ja auch ein bisschen größer. Und da gab es dann auch die passende Größe. Aber Zelt ist irgendwie schwierig. Bei Zelt habe ich jetzt auch keine Infos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, wir haben auch schon ein bisschen mal versucht, die sind oft auf zwei Meter begrenzt. Also ich kaufe mir jetzt auch nochmal ein neues Ein-Mann-Zelt. Ich habe so ein ganz, ganz minimalistisches Six-Moon-Designs, wo nur eine Stange ist und notfalls kannst du die auch zu Hause lassen, wenn du die unterwegs bei deiner Tour einen Stock suchst. Ja, genau, so eins habe ich auch benutzt letztes Jahr. Genau, und das, jetzt habe ich eine Sommertour vor, ich will das nur sagen, wo ich sage, okay, da bin ich acht Tage, neun Tage unterwegs, wo ich sage, es kommt nicht auf ganz minimalistisch an, weil ich das Fahrrad schon groß belade. Da bin ich auch gerade am Suchen und bin noch nicht ganz entschlossen, welches ich kaufe, aber ich werde die Community informieren. Ja, sehr gut. Also der Zeltmarkt ist ja auch. Ich frage dann auch nochmal nach. Und unsere Hörer bitte in die Kommentare oder gerne an YouTube oder Podcast at Enjoy Your Life.com Links zu Zelten oder direkt an Johanna per Insta. Extra lang. Extra lange Zelte sind gefragt. Also ich droppe das hier, weil, also eure HörerInnen sind ja genauso, glaube ich, wie meine. Die haben wir echt Ahnung. Manchmal gibt es sie, ja. Na klar. Das hilft total. Also, ja. Power, power der Community. Ja. Also Zelt haben wir abgehakt. Die nächste Frage ist dann obvious, genau das Gegenteil. Hotel? Finde ich ganz gut. Also tatsächlich, also ganz ehrlich, ich habe einen ziemlich anstrengenden Alltag irgendwie mit zwei Kindern und irgendwie hat mich auch vor zwei Stunden, äh, zwei Stunden, vor zwei Jahren erst mit dem Podcast selbstständig gemacht, irgendwie Firma aufgebaut und so und manchmal ist es einfach so, dass mir das zu viel wird und dann will ich einfach los und eben nicht noch das extra Übernachtungszeug dabei haben. Also und wenn man zu zweit ist, finde ich, ist das auch immer noch ganz gut bezahlbar. Also alleine ist es natürlich, wenn man länger unterwegs wird, wird es dann irgendwann teuer, aber zu zweit finde ich schon ganz gut oder einen Mix kann man ja auch mal machen, wenn man irgendwie zwischendurch mal Lust auf eine Matratze hat, also ja. Bevor Ingo die nächste Frage stellt, also das Wort sagt, war meine Frage, würdest du die Reihenfolge nicht genau umgekehrt machen? Nee. Also ich hätte... Nee, 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 das will ich ja nicht spoilern. Okay, gut. Na gut. HSV. Oh Gott. Also, na gut, ich sage mal nichts. Du kommst ja aus Hamburg, da muss man ja den... St. Pauli gut finden. Ich habe dir gesagt, dass uns die Frage andersrum machen. Nein, ich bin auch mit Menschen befreundet, die HSV-Fans sind. Die nächste Frage. Die dürfen, mit denen redest du noch. Also es ist wirklich so, ich bin ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch ansprechen werdet, seit ich elf bin im FC St. Pauli und wohnen auf St. Pauli. Aufgrund des Fußballs oder aufgrund... Nein, Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Ganz kurzes Timeout. Deswegen ist der Spaß hier, den müssen wir jetzt sagen, weil du antwortest auf beides zusammen. Wir wussten nicht, ob wir erst HSV und dann St. Pauli sagen oder erst St. Pauli und dann HSV. Aber es hätte nicht so einen Lacher gegeben, wenn wir nicht zuerst HSV hatten. Ja gut, okay, okay, okay. Also es geht um beides, es geht um beides. Genau, die Reihenfolge war gut. Aber die wichtigste Info ist, dass es ja nichts mit Fußball zu tun hat. Nein, wie gesagt, für Fußball interessiere ich mich... Warum bist du denn da eingetreten damals? Ich spiele ja, ich habe 20 Jahre Rugby gespielt. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Für den FC St. Pauli. Mein Herzensverein. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber das wusste ich. Genau, seit ich elf bin. Und auch, glaube ich, Bundesliga oder ab und zu Bundesliga gespielt. Ich habe auch viel im Ausland gespielt, Nationalmannschaft und so. Und da ist also mein Herz schlägt braun-weiß. Genau. Und natürlich, deswegen bin ich dann auch in die Radsportabteilung irgendwann eingetreten. Alles gut, ich hatte nur gedacht, ob die Reihenfolge richtig ist. Dann lassen wir St. Pauli in einem ab, dann nehmen wir das nächste. Dann nehme ich das nächste, als Sprüger springen wir dann natürlich. Weil das haben wir jetzt in einer Frage gemacht. Carbon. Carbon bin ich lange gerne gefahren. Finde ich nach wie vor auch ein gutes Material. Für das, was ich mache, brauche ich es gerade nicht mehr. Stahl, finde ich, ist einfach das nachhaltigere Material. Und da ich ja den 30er-Schnitt jetzt nicht mehr so für mich als wichtig empfinde, ich finde Stahl ist einfach ein super Material. Aber habe natürlich auch, noch, also ich habe mein Carbon-Rennrad noch und auch noch ein zweites Gravel-Bike, das habe ich aber einfach auch noch. Also Carbon, ich fahre Carbon, sieht man jetzt nicht, aber Laufräder, mein, zum Beispiel mein Stahl, das ist ja so ein, das ist der Prototyp, der Special Edition, das ist zum Beispiel komplett mit Carbon-Anbauteilen auch ausgestattet. Aber der Rahmen ist Stahl. Genau, der Rahmen ist halt Stahl. Also, ja, ich finde es ein bisschen schade, also ich bin da auch so ein bisschen involviert, auch in verschiedenen Initiativen oder informiere mich da, dass das irgendwie, dass Carbon so wenig nachhaltig ist. Aber ja. Gibt es einen interessanten Podcast, gerade beim Nerd Alert, das ist ein englischer Podcast, den wir gerne mal hören. An Cyclingstipps kommt der. Ja, kenne ich auch. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, oder da wurde interviewt, einer interviewt, der tatsächlich das geschafft hat, Carbon, auch insbesondere Flugzeugbau und so weiter, die kriegen das wieder hin. Die nutzen das weiter. Also die haben tatsächlich ein Verfahren über zehn Jahre entwickelt, um diesen Harz und dann die Fasern wieder zu trennen. Und die haben natürlich dann nur Fasermüll, in Anführungsstrichen, nicht mehr die langen Fasern, die sie mal gewickelt waren. Und da kann man ja die Hoffnung haben, dass da jetzt was passiert, dass man das weiter nutzen kann. Also die haben es jetzt, die haben es geschafft, haben auch wohl Geschäft ohne Ende damit. Wir denken natürlich, weil wir der Fahrradpodcast sind, immer sofort an Fahrradrahmen. Es war schon viele, viele Jahre zurück, wo ich mit Gerard Fuhl mal drüber geredet hatte, er hat gesagt, das ist offensichtlich natürlich ein Markt und da geht viel Material carbonmäßig rein und wir nehmen das natürlich als Fahrradfahrer wahr. Aber guckt ihr mal an, wie viel Kohlefaser, Faserverbundwerkstoffe überhaupt auf der Welt benutzt werden? Und dann hat der ja mal so ein Vergleich gemacht, du kannst ja mal einfach ausrechnen, wenn du so ein Jumbojet hast oder so ein A380 oder was auch immer du für ein Flugzeug jetzt nimmst, ich bin gar nicht der Flugzeugexperte, wie viel Carbon da drin steckt oder Faserverbund und dann guckst du mal, wie viel High-End, 700 Gramm Carbonrahmen wären das im Vergleich. Das soll das nicht rechtfertigen und schmälern, aber Faserverbundwerkstoffe, du hast den Kitesurfing-Mast oder wie, nicht Mast, beim Windsurfen den Mast aus Kohlefaser, du hast den Flitzebogen aus Faserverbundwerkstoffe, du hast Kanus, Kajaks, dieser ganze Kram. Das ist ein grundsätzliches Thema, nicht nur Fahrrad. Total, ist es total, finde ich auch und ich glaube, das ist wirklich also sowas wie 90 zu, weiß ich, 10 Prozent, also so richtig oder sogar noch mehr. Ich habe mich da ja auch schon mal ein bisschen reingelesen, das Thema. Ich finde trotzdem, dass die Fahrradindustrie da was tun sollte, passiert ja auch viel. Also ich fand es hochinteressant, dass es jetzt, also das muss ja die Zukunft sein bei jedem Werkstoff, dass man möglichst, das in welcher Form auch immer weiter benutzt und wenn es halt irgendwie als Dämmmaterial in die Hausdämmung reinkommt, was auch immer. Es ist besser als Styropor herzustellen vielleicht, keine Ahnung. Das ist vielleicht nicht das richtige Thema, aber es muss halt irgendwo wieder benutzt werden, in welcher Form auch immer und das fand ich hochinteressant. Ich habe das glaube ich noch gar nicht ganz zu Ende gehört und verstehe auch nur die Hälfte von dem auf Englisch, wie sie es machen oder erklären sie auch nicht. Da würde ich gerne mal ein Video machen. Eigentlich müsste man da mal hinfahren und sagen, hier, ich will mal sehen, wie tatsächlich aus so Carbon wieder ein Rohstoff wird. Ja, es ist ja super schwer, eben wegen diesem Epoxy. Ja, genau, es ist verklebt. Die haben zehn Jahre geforscht, bis sie es dann hingekriegt haben und da muss man auch sehen, wie viel Geld so eine Firma verbrennt oder wie viel Investorengeld die einsammeln müssen überhaupt, dass jemand an die glaubt und sagt, hier, ihr kriegt das hin. Ja, aber grundsätzlich, also muss ich einfach sagen, so ein Stahlrahmen, den kannst du irgendwie mit in den Flieger nehmen, den kannst du umschmeißen, dann ist da eine Delle drin, der kann auch mal reißen, klar, aber den kannst du halt immer wieder reparieren und bei Carbon ist es, kann man natürlich auch reparieren, aber es ist einfach schwieriger, also es ist sehr viel aufwendiger. Deswegen Stahl ist ja oft das Mittel der Wahl für Weltumreisung und so weiter oder lange Ultrasachen. Genau, nicht ohne Grund, ganz genau. Dann fährt das ja auch für seine Reisen, nimmt er auch ein Stahlrad. Ja, oder Titan, Titan hätte ich auch mal Lust drauf. Ist er hier schon ein bisschen dran? Ja, ja, aber Thema Kinder, mein Sohn hat jetzt auch einen Stahlrahmen bekommen als Gravelbike, der fährt jetzt gar nicht so viel, aber auch, wo ich sage, den Ritchie hat er, ne? Der hat einen Ritchie, genau, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, und am Ende des Tages ist das auch einfach ein Produkt, wo ich weiß, brauche ich zehn Jahre nicht drüber nachdenken. Genau, das, ja. Dann gehen wir mal einzelne Radtypen durch, Rennrad. Fahre ich immer noch gerne. Ich bin tatsächlich, ja, ich habe ja mit Rennradfahren ursprünglich mal angefangen, bin lange fixed gefahren, aber auch noch auf dem Rennrad trainiert und dann irgendwie gemerkt, dass es natürlich richtig geil ist mit dem Gravelbike, weil du einfach weg von der Straße bist. Finde ich, also wirklich großes Argument für Gravelbike dann, aber es ist, ich mag halt auch die Geschwindigkeit. Ich fahre halt nicht 30, sondern ein 35er-Schnitt. Ja, ja, genau. Das wollte ich noch machen. Deswegen ist der 30er-Schnitt auch total uninteressant. Ja, das ist der Loser. Okay, nein, das nächste Rad ist Gravelbike. Ja, ich meine, wenn hier irgendwer zuhört und noch kein Rad hat oder jemanden kennt, der noch kein Rad hat, würde ich immer sagen, das erste Rad, sportlich zu fahren, einfach gerade hier im Norden oder auch in der Mitte, das gehört dann wo fahre ich noch zum Norden? Ja, ja, schon. Alles nördlich von Kassel. Haben wir das auch definiert? Nee, ich finde, es ist einfach, du kannst einfach alles damit machen. Also im Zweifel kannst du dir auch irgendwie Slicks aufziehen, andere Mäntel und dann kannst du damit in einer Rennergruppe mitfahren. Also du kannst alles mit dem Gravelbike machen. Wann hast du denn das kennengelernt, das Gravelbike? Ja, mein erstes Gravelbike hatte ich 2018, so 19 Jahre. Also gerade mal vier Jahre. Ja, genau. Ja, aber es ist schon ein Lebens, also es ist schon ein neues Lebensgefühl auf so einem Gravelbike, finde ich auch. Einfach dieses von Autos weg, diese Flexibilität, dieser Komfort, alles machen zu können und trotzdem halt nicht ein arschlangsames Rad zu fahren. Das ist ja auch wichtig. Ganz genau. Und in Hamburg, also man kann in Hamburg natürlich auch Mountainbike fahren, aber auch da, wenn du irgendwo hinkommen willst, jetzt nehme ich immer die Räder vorweg. Also ich habe total Bock auf ein Mountainbike. Das ist das nächste Wort, Mountainbike. Dann nehmen wir das mal, das Mountainbike. Dann nehmen wir zufälligerweise mal das Mountainbike. Also ich habe total Bock auf ein Hardtail, Mountainbike, gerne Stahl und wir hatten da ja, also das ist ganz witzig, dass irgendwo, dass du das vorhin gesagt hast, ich hätte Bock das Singlespeed zu fahren. Das Mountainbike? Ja. Gibt es sowas? Ja, gibt es. Gibt es natürlich. Und warum das? Um auch da, also ich, also man muss schon sagen, dieses Fixed fahren und Singlespeed fahren, also wäre das jetzt vielleicht vom Laufen, ist das vergleichbar mit so Barfußlaufen. Du bist halt sehr direkt am Bike, im Bike sozusagen. Und mich nervt tatsächlich manchmal dieses ganze Geraffel mit Schaltung und so, Schaltgruppe. Also du sparst ja auch super leicht, wenn du irgendwie hochwertig unterwegs bist, 2000 Euro, wenn du das weglässt. So Gewicht sowieso, wobei die hochwertige Gruppe natürlich auch nicht mehr viel wiegt. Und also ich habe einfach Bock auf diese, du hast ja dann auch automatisch unterschiedliche Belastungen. Also du kannst eben, bist eben nicht so schnell auf der Geraden, musst vielleicht bergauf sogar mal absteigen, finde ich aber auch nicht schlimm. Und ja, ich hätte Lust darauf. Das ist aber so ein Endplus 1. Also die hätte ich ja fast rausgelassen. Die nächste Frage habe ich, das nächste Wort habe ich tatsächlich weggenommen, weil ich dachte, nee, da hat sie glaube ich nichts mit zu tun gehabt. Und dann haben wir uns zufällig auf dem Weg hier ins Büro getroffen, habe ich gesagt, nehme ich das Wort wieder rein, nehme ich das Faltrad. Ja. Deswegen steht es auch hier. Seit vielen Jahren, totaler Zufall. Ich habe noch überlegt, komme ich ja jetzt mit dem Rad an? Und ja, was, weil die Reaktionen sind ja ganz interessant. Also von anderen, sage ich mal, Rennradfahrern wird man ja nicht mehr gegrüßt, dafür aber von ganz vielen neuen Freunden, die selber auf Brompen unterwegs sind. Du musst das lüften, das Geheimnis. Und es weiß halt noch keiner, ich muss jetzt, dass ich das fahre. Das habe ich bisher noch geheim gehalten. Aber gut, machen wir das hier spontan. Exklusiv lüft mir das Geheimnis, dass Johanna ein Brompen hat. Und aus dem ICE wahrscheinlich oder aus dem Zug mit dem Brompen raus. Und ich habe nur eine sehr junge Frau mit Brompen und Rucksack vor mir herfahren sehen. Dieser Schnitzeljäger. Gut aussehen. Genau, gut aussehen. Ich selber darf das ja sagen. Und der Witz ist, ich bin ja selber Brompen-Fan. Ja. Und dann sehe ich das so, eine Brompen siehst du ja von, also es gibt ja Falträder und du erkennst immer das Brompen. Ja. Aus 100 Metern entfernt, da fährt einer mit einem Brompen oder eine mit einem Brompen, wo ich sage, geil. Und dann warst du das zufällig und das Wort hatte ich tatsächlich rausgenommen, weil ich dachte, nee, Brompen fährt die, fährt sie bestimmt nicht. Wahrscheinlich mit Fixie und sonst wie und dann oder Pfeiltrad. Und dann habe ich gesagt, nee, nimm's. Und dann habe ich mich damit gesehen und habe gesagt, das Wort muss ich wieder reinnehmen. Ja, ist jetzt die zweite Fahrt und natürlich mit dem ICE, ich habe kein Auto, also ich fahre gerne Bahn, das ist so praktisch. Das ist halt ein schnelles Rad, man glaubt gar nicht, wie schnell man ist mit diesem kleinen Reifen. Ja, total. Ja, ich bin am Deich Sonntag, ne, habe ich natürlich, also man kann ja nicht langsam fahren, wenn man auf seiner Rennradstrecke ist oder Gravelstrecke, also, aber bin ich da auch voll im Windschatten, ich habe mir schon irgendwie überlegt, dass ich so einen Auflieger drauf fahren könnte oder so. Das kann ich schwer klappen, glaube ich. Ja, stimmt. Wüsste ich mal, ja genau, stimmt, dann geht das hier, weil in dem Jahr, in dem ich das Transcontinental Race gefahren bin, ist nämlich auch jemand, das mit dem Brompton gefahren. Das Transcontinental Race mit dem Brompton? Genau, irgendwas ist nach 2000 Kilometern, glaube ich, kaputt gegangen, also aber irgendwas, was nicht unbedingt mit dem Brompton selber zu tun hatte. Es gibt ja Brompton-Rennen. Ja, ja, die Weltmeisterschaft, wo wir schon beim Thema Leistung sind. Wir haben ja Thema Nummer eins, der Ingo hat es gar nicht auf dem Schirm, aber wir haben ja einen Mitarbeiter, der ist durch Australien gefahren mit dem Brompton. Ehemaliger Mitarbeiter, genau. Ach ja, cool. Das musst du erst mal bringen. Ich glaube, 4000 Kilometer und mit Sonne gegen Sonne geschützt und dann Rucksack hinten drauf auf dem Gepäckträger. Ja, aber super, weil du kannst halt, wenn du mal irgendwie ein Stück mit dem Zug oder irgendwas, Bus oder so machen müsstest, könntest du es halt jederzeit. Es ist halt ein Megakultfaktor, einen Brompton zu fahren. Wir verkaufen ja gar keine Brompton. Vielleicht ändert sich das mal. Ich lege ein gutes Wort für euch ein, beziehungsweise sag, wie toll ihr seid. Es gibt ein paar Produkte, die einen Kultfaktor haben und einen Brompton. Eins meiner Lieblingsfahrräder, auch wenn es gar nicht so oft, also sportlich kommt es gar nicht zum Einsatz, aber wie oft ich das dann mithabe oder mal im Auto einfach mitschleppe oder irgendwo hin im Zug und die Szene, und da gibt es eine richtige Szene, da gibt eine Brompenszene, also es gibt einen Brompen-Weltreisende, die nur mit dem Brompen-Weltreisende und auch diese Ultrasachen machen nur mit dem Brompen, da gibt es eine Riesenszene. Und Ingo vergisst unsere alten Podcasts, ich erinnere mich daran, wir hatten mal im Podcast die Fragen gehabt, welches Fahrrad würdest du als letztes, wenn du alle Fahrräder verkaufen musst, was, oder dich davon trennen musst, was wäre das Fahrrad, was du bis zuletzt behalten würdest, hat Ingo, aber auch wie aus der Pistole gesagt, das Brompen. Ja, kann ich total verstehen. Das ist das letzte Rad, was geht. Ja. Das hast du nur vergessen. Und meins glitzert ja auch so schön. Ach ja, okay, okay, Metalllackierung. Ja, genau. Kostet einen Aufpreis. Es ist tatsächlich eine Zusammenarbeit. Das ist gut. Das ist immer so, dann weiß man immer, leider, das ist manchmal so ein bisschen blöd. Man weiß immer nicht so direkt, was die Sachen kosten. So, das nächste Wort, das sage ich jetzt mal absichtlich so, wie ich das sagen will. Schönwetterfahrerinnen. Schönwetterfahrerinnen oder Fahrerinnen? Naja, such es dir aus. In jedem Fall, Schönwetter. Schönwetter. Also, ich fahre gern bei schönem Wetter. Tatsächlich. Ich fahre nicht so gern bei Regen. Habe aber natürlich auch jetzt gerade nichts, wo ich mich wirklich darauf vorbereite mit einem Trainingsplan. Dann stört mich das überhaupt nicht. Bei jedem Wetter. Ach, wenn du einen Trainingsplan hast, fährst du raus? Aber wenn du keinen Trainingsplan hast, dann fährst du bei Regen auch nicht raus? Nö, also wenn es jetzt so ganz ungemütlich ist. Muss man nicht freiwillig haben. Manchmal ist man ja ein bisschen flexibel und fährt dann eine Stunde später. Aber ich habe tatsächlich mittlerweile auch, das ist manchmal ganz lustig, ich habe ja auch immer mal so Produkte, die ich dann zum Testen bekomme und es gibt einfach mega gute Regensachen. Und dann wiederum habe ich richtig Bock, im Regen loszufahren, weil ich mich dann so freue, dass ich so tolle Regenjacken und Hosen in der Hand habe. Ich war vorletzte Woche in Hamburg, da laufen ja Leute rum mit Schiedwetter. Also auf ein T-Shirt gedruckt an der Alster, wo ich dachte, ist das jetzt der neue Trend hier? Schiedwetter? Das war schönes Wetter. Aber du hast ja auch Schiedwetter. Musst du auch bei Schiedwetter mal sehen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch bei irgendwie, also ich habe ja auch lange das Finta-Training bei uns gemacht und da wurde abgesagt, also bei Regen überhaupt nicht, weil manchmal halt so Sturmböen und so, da muss ich dann halt einfach absagen, so Unwettergeschichten, weil du da echt vom Rad geweht wirst. Das ist halt doofes Wetter, aber Regen… Regen zählt nicht. Nee. Gut. Ingo, die letzte. Podcast. Ja. Ja, die wundersame Fahrradwelt. Ich hoffe, ich kann mir vorstellen, dass sich dafür einige eurer Hörerinnen auch interessieren und den habe ich eigentlich gestartet, weil ich, also so aus, das war so ein Passion Project, nennt man das, glaube ich, einfach weil ich Bock drauf hatte und ich kam halt frisch vom Transcontinental Race zurück, 4000 Kilometer durch Europa und hatte so ganz viele Erfahrungen gemacht und ganz viele Menschen haben mich auch gefragt und, ne, also es war ganz offensichtlich, ich habe auch noch ein paar andere Sachen gemacht, dass ich relativ viel Know-how hatte, aber ich wusste auch, dass es recht viel Arbeit ist, sich dieses Know-how irgendwie zuzulegen, weil man muss Berichte lesen, Podcasts hören. Dann, damals gab es aber noch nicht so viele, also gerade so in dieser Ultra-Endurance-Bubble, Bikepacking, da gibt es halt auch einfach nicht so viel oder besonders damals und ich bin so ein bisschen, also ich rede lieber als schreiben. Dann dachte ich, okay, mache ich Podcasts, weniger Arbeit. Ja, sehr gut. Naja, war dann doch genauso viel Arbeit, das wusste ich damals aber zum Glück nicht. Und mittlerweile, ich habe mal geguckt, habe ich 75 Folgen, kommt alle zwei Wochen, wenn ich mal diesen Werbeblock jetzt platzieren darf. Haben wir nicht irgendwie so ansatzweise den gleichen Einstieg so rau gebaut? Ja, ich glaube ja. Also wir sind jetzt bei 90, glaube ich, aber wir hatten mal mehr, wir hatten teilweise mal einen Wochenrhythmus, also es muss so zeitlich ungefähr. Genau, ich hatte ja, am Anfang habe ich einen Monat rausgebracht und dann jetzt seit, mit Corona-Start quasi zwei Monate und bis jetzt zwei, also alle zwei Wochen. Ja, wir machen jetzt ja auch alle zwei, wir hatten aber eine Zeit lang Wochentaktung und wenn man das dann raus, sind wir wahrscheinlich ungefähr gleich gestartet. Ja, ich glaube auch, genau. Und bei mir ist das so ein bisschen anders, ich habe ja immer Gäste, außer wenn, ich meine, Mann nötige und wir so ein paar Sachen besprechen. Das ist aber auch lustig, das macht auch sehr viel Spaß. Ja, das sagen alle, kommt auch wieder eine Folge, also ja. Ja, wir haben nicht immer Gäste, also unsere Sendung, ich gehöre ja immer noch zu denen, die sowieso nicht kapieren. Es war Ingos Idee, den Podcast zu machen, aber wir sind ja bei dir Gast, wir reden heute über dich. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar AB-Fragen. Stabby-Training oder Sofa? Oh, also ich muss ja. Sessel. Also Sofa. Sofa, ja. Aber nehmt euch bitte nicht, niemand, ich bin kein Vorbild, also bitte macht alle Stabby-Training. Ich muss unbedingt da wieder mit anfangen. Jetzt war das irgendwie in der Pandemie auch mit Fitnessstudio so ein bisschen schwierig und ich bin halt jemand, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mache ich es auch, also mache dann gerne Krafttraining. Aber ja, viel zu wenig. Und man wird abgestraft. Ich hatte letztes Jahr so einen Bandscheibenvorfall, ich glaube, den hätte ich auch anders vorbeugen können. Die nächste Frage, die weiß ich ganz sicher, was die Antwort ist, aber für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. One by oder two by? One by? One by oder two by? Einfach oder zweifach. Oder zwei Kettenblätter. Ach so, witzig, den Begriff kannte ich gar nicht. Hey. Ja, das ist doch cool. Einfach fahre ich, ja, reicht mir. Gut, das offensichtlich, man hat die Fotos gesehen, aber der Trend. 28 Millimeter oder 40 Millimeter? Beides. Also 28, ja. Beides geht nicht. Beides geht nicht, du musst dich jetzt entscheiden. Dann, also Rennrad, ja, kommt drauf an, welches Rad? Ja, ja, das ist klar. Das haben wir schon verstanden. Aber welches Rad bevor, was ist, wo ist die Norm? Ja, okay, dann würde ich gerade, glaube ich, sagen 40. Okay. Waldweg oder Trail? Och, Waldweg. Ich mag ja, ich liebe ja die Waldautobahn. Das ist, glaube ich, so meins. Waldautobahn ist auch ein Begriff, der sich genau wie Aschrakete eingebürgert hat. Ja. Ja, schnell im Wald. Gut. Ich habe das, du bist der Nächste. Ach so, ISO oder Wasser? Mittlerweile einfach Wasser, tatsächlich. Kuchen oder Eis? Kuchen. Ja, Kuchen. Hauptsache vegan. Dann Kuchen. Rosa oder blau? Oh, blau. Doch. Obwohl ich ja ein rosanes Männertrikot trage. Ah ja. Ja, Giro-Rosa irgendwie mal, das ist aber Männer-Rosa. Männer-Rosa. Ich trage eigentlich ganz gerne Rosa, aber ich mag einfach nicht, dass man, also dass Frauen eben oft Produkte bekommen und gar nicht die große Wahl haben. Deswegen. Deswegen blau. Blau. So, jetzt können wir aus diesen ganzen A-B- und Dingsfragen, sage ich, machen wir ja bei jedem Gast dann hinterher eine psychologische Analyse. Oh ja. Genau, aber das machen wir dann im nächsten Podcast. Ach so, okay. Das werden wir dann berichten. Das geht in so eine Software rein mit KI, künstlicher Intelligenz, die uns dann genau sagt, was für… Ich bin gespannt. Vielen Dank, dass du es eben mitgemacht hast. Darf ich aus euren Fragen denn auch eine machen? Ja, ja, genau. Das kann, was wir so reininterpretiert haben in die Fragen. Vielleicht haben wir ja was ganz anderes erwartet als Antworten. Ganz oft, das war bei… Da dürfen wir gar nicht spoilern. Bei DTZWIS war das auch. Da haben wir eine Frage gestellt am Anfang. Wie dürft? Das ist so geil. Da haben wir eine Frage mit Weidezaun gestellt, wo… Aber der Martin gar nicht geschnallt hat, dass das auf die Geschichte seiner Firma angespielt sein sollte. Und er hat einfach gesagt, ja, mit dem E-Bike scheiße, komme ich ja nicht drüber. Also, es ist ziemlich lustig manchmal auch mit den Fragen. Aber dass du One-By den Begriff noch nicht… Nee. Okay. One-By, nee, einfach und zweifach hätte ich jetzt gewusst. Genau, ja, ja, also das ist halt dann manchmal… Tatsächlich ist es ja auch schön, dass wir die deutschen Begriffe in den Vordergrund stellen. Ja. So wie Querfeld ein statt Querfeld. Ja, finde ich auch. Finden wir eigentlich sowieso super. Ja, ja. Und es hat sich tatsächlich, ist das diese Einbürgerung von diesen Anglizismen, ne? One-By, einfach. Ja, lustig. Also nur ein Kettenblatt, ne? Ja. Ja. Ich wusste neulich noch eine Sache nicht. Kann ich ja mal hier so droppen. Ich habe mein Rad abgeholt und ich wusste nicht, dass man Bremsbeläge einbremsen muss. Und das weiß man auch nicht. Interessant. Die wussten natürlich… Es wurde anscheinend immer für mich gemacht, wenn ich es Rad machen lasse. Oder ich habe es automatisch gemacht beim Losfahren. Aber in dem Fall irgendwie nicht. Dann waren die verglast. Und dann wurde ich darauf hingewiesen. Kann ich natürlich abschmürgeln, ne? Aber wusste ich nicht. Interessant. Weiß man auch nicht. Wenn man es nie einmal gesagt hat, weiß man es auch nicht. Genau, man muss es einmal gesagt bekommen. Und wenn es dir nicht einer einmal sagt… Selbst dann ist man manchmal zu faul und sagt, ach scheiß drauf, mache ich gar nicht. Aber dann… Ja. So ein Typ wäre ich denn. Ja, aber nicht, wenn du 40 Euro für ein paar Bremsbeläge bezahlst. Ja, also das Wimste, was du natürlich machen kannst, ist, dass du neue Bremsbeläge hast und fährst zufälligerweise, warum auch immer, die erste Passabfahrt runter und gehst voll in die Eisen und du hast diese Bremsbeläge gerade frisch drauf. Also das ist mit ein Bremsen schon nicht doof, muss man sagen. Genau, man muss ja nur so zwei-, dreimal richtig… Genau, ein kleines bisschen. Und dann hast du die verglast schon. Ja, ich weiß, aber ich kann es nicht so richtig… Aber muss irgendwie so passiert sein. Diese Harburger Berge, ich wusste das. Die sind wirklich… Da waren wir schon. Da waren wir schon. Wir sind in den Orbit gefahren. Ja, ja. In den Lüneburger Heide. Der war schön. Der war wirklich… Ja, ich glaube, der diesjährige ist auch sehr schön. Ja, den habe ich noch gar nicht mehr angeguckt. Auch wieder Lüneburger Heide. Das ist einfach die schönste Gegend bei uns. Ich war völlig geflasht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Für uns war es natürlich, wir haben den am südlichen Punkt angefahren. Wir wollten jetzt von Hannover nicht… Nee, das ist ja auch Quatsch. … in Anführungsstrichen zum offiziellen Start- und Zielpunkt fahren, sondern wir haben dann im Prinzip den südlichen Punkt genommen. War super. Hatten wir viel Spaß. Unser Kollege Olaf mit Turnschuhen gefahren. Auf Klickpedal. Oh, okay. Weil er seine Schuhe vergessen hatte. Oh nein. 150 Kilometer. Ich habe schon… Oh, das ist… Auf SPD-Klick nicht irgendwie eine flache Seite oder so. Ich habe schon gesagt, ich hätte geheult. Ja. Und seitdem heißt er Turnschuh, Olaf. Zu Recht. Hat er durchgezogen. Ja. Gut. Gut, ich habe jetzt zwei Sachen. Zwei Fragen beziehungsweise zwei Themen. Nämlich die erste Begegnung mit dem Fahrrad und danach deine letzte Tour, die du gemacht hast. Deine letzte wichtige, dein letztes wichtiges Event. Damit würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen, dich zu fragen, wie du überhaupt das erste Mal auf dem Rad gesessen hast. Rugby wissen wir jetzt. Da bist du vielleicht ja auch schon das eine oder andere Mal mit dem Fahrrad hingefahren. Aber wann war das Fahrrad auf einmal Sportgerät oder wichtig für dich? Wenn wir da unterscheiden zwischen Sportgerät und Alltag, dann ist das 2013 gewesen. Ach, ist doch gar nicht so lange her. Nee. Also erst im Erwachsenenalter. Das heißt, als Kind nur so als Fortbewegungsmittel. Ja, genau. Also ich saß schon im Tuch bei meiner Mutter mit auf dem Rad. Also wir haben immer schon viel… Wir hatten nie ein Auto und wir haben immer schon viel mit dem Fahrrad gemacht. Auch Fahrradtouren durch die Türkei. Da war ich irgendwie sieben oder acht irgendwie so. Also wir haben richtig viel gemacht. Aber dadurch, dass… Also für mich… Also ich war halt Rugby-Spielerin. Und auch bis 2013 noch? Ja, genau. Also das war ein nahtloser Übergang. Also du hast nicht eine Sportpause zwischendrin gehabt. Haben ja auch viele, die dann mal zehn Jahre nichts machen und dann wieder anfangen. Ja, genau. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ausgefaded schon mit dem Rugby. Aber ich habe halt was gesucht. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich war halt alleinerziehend. Und als Alleinerziehender hast du ja, je nach Regelung, ich hatte halt jedes zweite Wochenende frei. Und habe dann gedacht, pragmatisch wie ich bin, na gut, mal aus der Stadt rauszukommen, mal was zu machen. Und wollte mir aber kein Auto kaufen. Und habe dann gedacht, okay, welches Rad, Rennrad, ne, fahre ich Rennrad. Kann man ja gut, ne, Strecke machen, das wusste ich. Hatte irgendwie auch noch einen Bekannten, der Triathlon gemacht hat, der mir dann auch ein bisschen was zeigen konnte und so. Und das war der Grund, warum ich mir mein Rennrad gekauft habe. Eigentlich nur, ich wollte… Nur für dieses eine Wochenende. Ne, ja, genau. Um starten im Auto halt, ne. Außer irgendwie die Möglichkeit zu haben, aus der Stadt rauszukommen. Und wollte auch eigentlich gar nicht, also ich hatte irgendwie überlegt, ein bisschen Triathlon, aber eigentlich wollte ich gar keinen Sport machen. Also ich kam ja, also das war nicht als sportliches Fahren gedacht. Ach so, also eher so Kuchen, Essen, Fahren, aber schon so, dass du sagst, dann schaffe ich wenigstens 50 Kilometer. Was ist denn denn gefahren am Anfang, so 50 Kilometer oder gleich 100 oder… Tatsächlich kam ich ja direkt aus dem Leistungssport Rugby und mir war das gar nicht so klar. Ich war fit, ich war, also ich meine, für so ein Spiel, ein Rugby-Spiel ist 80 Minuten lang, zweimal 40 Minuten, dann hast du Aufwärmen und insgesamt bist du so zwei Stunden belastet, würde ich sagen. Aber auch voll. Also dieses zwei Stunden, und das habe ich gemerkt, zwei Stunden waren immer super, aber da ich ja schnell war und der 30er-Schnitt damals, damals durch, automatisch kam, wirklich. Wolltest du nichts führen, ne? Nee. Wolltest du eigentlich gar nicht, aber dann war es halt so. Also es war wirklich so, ich hatte halt, also ich meine, ich glaube, das kennen alle, die irgendwie aus dem Leistungssport kommen, also auch gerade Rugby ist eine Spell-Sportart, du bist halt schnell und hast Ausdauer, so und weißt, also für mich war es auch völlig normal, dass Dinge wehtun oder Körperteile wehtun. Ich kannte das gar nicht anders. Das heißt auch so, Sattelprobleme, ich bin, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, aber ich fand den so cool, habe ich so einen Turbo-Bahn-Radsattel benutzt, also was ganz Schlimmes. Okay, ich kenne den nicht. Also Turbo kenne ich, aber gibt es einen Turbo-Bahn? Ja, also oder auch, die haben den auch auf dem Rennrad ja getan, aber ich hatte den dann auch auf dem Bahnrad irgendwie drauf irgendwann, aber ich wollte halt, ne, ich habe das halt irgendwie gesehen. Keine Schmerzen, egal. Tolle Schmerzen, egal. Ja, aber so, ich kannte das halt nicht anders, ne? Muss wohl so sein. Naja, beim Rugby, du hast immer Schmerzen, also du kennst das gar nicht ohne Schmerzen, also da ist ja Rennradfahren. Was hast du denn beim Rugby, was wartest du denn für eine Position, wurdest du immer umgerammt oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, du wirst halt überall Vollkontakt, also ohne Schutz, Vollkontakt, egal ob ich im Sturm gespielt habe oder ich habe dann am Ende Verbinder gespielt, das ist so Spielmacherinnen-Position, aber auch da bist du natürlich umgetickelt oder so, aber. Arme, Schultern, Beine, tut einfach immer alles weg. Alles schon gebrochen oder ist es so, dass du glücklich davon hielst? Ich habe recht wenig, irgendwann den Daumen, tatsächlich auch in dem Jahr, wo ich angefangen habe, auch Rennrad zu fahren, da waren wir irgendwie in Dubai bei einem Turnier, da habe ich mir den Daumen mal dreifach gebrochen, aber ansonsten bin ich echt gut durchgekommen, weil ich, und das ist für mich ganz interessant, ich habe halt zu Spitzenzeiten 80 Kilo voll trainiert gewogen, ne? Und jetzt wiege ich halt 10 bis 15 Kilo weniger, je nachdem, wie viel Kuchen ich gerade gegessen habe. Also du hattest richtig Muckis, also eine schöne Schutzschicht. Ja, ja, ich habe in Größe XL nicht reingepasst, also oben rum. Und dann aber richtig athletisch dabei wahrscheinlich, ne? Ja, ich sage mal, auch da kam es dann auf das Stück Kuchen mehr oder weniger an, aber Masse ist halt gut, solange du fit bist und das war ich halt. Also nicht jemand einfach mal so um. Ne, genau. Also das ist beim Rugby dann so. Also ich meine, du willst ja mit dem Ball ins Malfeld kommen und da musst du den entweder mit deinem Körper hinbewegen oder durch Spielzüge und natürlich, da bringt Masse, wenn du durchs Tackle laufen kannst oder selber halt die Tackles gut machen kannst. Aber das ist nicht Sumoringermasse, sondern wirklich Muskelmasse, die man dann haben muss, weil sonst bist du ja nicht athletisch genug und schnell genug. Du musst halt 80 Minuten, wie beim Fußball, also Fußballspieler sind ja auch extrem fit, du bist halt ständig in Bewegung. Und dann hast du eben noch die Sprints, weil du eben auch Spielzüge spielst und dann hast du aber, ich meine, wir sind 15 Spielerinnen auf dem Feld plus 7 Auswechselspielerinnen, also da natürlich bist du nicht die ganze Zeit immer am Rennen, aber optimalerweise bewegst du dich schon viel. Und so kam ich halt aufs Fahrrad und hatte, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, eben schnell zu fahren, die Ausdauer quasi, was alles, was über zwei, zweieinhalb Stunden ging, das über so eine normale Trainingslänge, da musste ich natürlich dann irgendwie, ja, aber wissen wir ja alle, Ausdauer ist ja das Einfachste, was du trainieren kannst. Das kommt ja dann auch irgendwann automatisch, einfach ein bisschen länger fahren. Genau, das war aber auch das Problem, ich habe dann auch so kleinere Rennen dann gewonnen, Goldsprints, sagen euch die was, also aus der Kurierszene, festes Rad und so schnell wie möglich eine bestimmte 100, 150 oder 200 Meter, je nachdem, immer zwei gegeneinander. Ach du, im stehenden Start? Genau. Und das ist das, wo du dann ins Fixi, glaube ich, beinkommst? Genau, genau. Aber das war dann der erste Berührungspunkt vom klassischen Rennrad auf Fixed. Genau, das und, ich habe ja eben schon gesagt, war er alleinerziehend und hatte nicht so viel Zeit, also nicht so an normalen Tageszeiten, weil meine Kinder waren ja auch noch recht klein damals. Und da gab es in Hamburg so einen Ableger von der Critical Mass und zwar die Night Rides. Und die Night Rides gingen immer erst um 22 Uhr los. Und, das habe ich auch schon mal erzählt, so bei mir im Podcast ist jetzt kein Geheimnis, ich hatte eine Zeit lang halt ein Zimmer untervermietet, ein Mitbewohner oder Mitbewohnerin. Und die waren dann halt zu Hause. Das heißt, ich konnte, die Kinder haben geschlafen, ich konnte dann los aufs Rad und dann, das war voll ich. Also durch Hamburg, weiß ich, zwischen 40 und 60 Kilometern durch Hamburg ballern, nachts, ohne viele Autos. Und da war so das, da habe ich die Fixed-Gear-Szene und so getroffen. Das heißt, du hast das auch, dieses Fixed-Gear-Fahren ohne Bremse und so auch erst im Erwachsenenalter gelernt. Das ging. Ja, genau. Dann habe ich, genau, dann war ich ja in diesem, war ich ja angefixt. Tatsächlich war aber noch gar nicht, ich habe das alles mit dem Rennrad gemacht. Und dann kam, auch interessant, kamen die Leute vom Rad Race auch zu diesen Goldsprints und haben sich vorgestellt, das war das erste Jahr 2013, da haben die gegründet. Und 2014 fand dann das erste Rennen auch statt. Und zwar in Berlin, auf der Fahrradschau damals noch, die gab es damals ja noch. Und das war dann der Sprint, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Dann haben die gesagt, die wollen so Rennen veranstalten und haben natürlich so ein bisschen sich vorgestellt und wollten natürlich so ein bisschen die Szene motivieren, da an den Start zu gehen. Weil du brauchst ja ein paar Leute, um deine Fixed-Gear-Rennen zu veranstalten. Da habe ich irgendwie mal geguckt, gesehen, nur Männer rennen. Dann war ich so, ja gut, gibt es denn auch Frauenrennen? Uh, ja, hm, gut, dass du das sagst. Haben wir vergessen, oder wie? Ja, aber es gab dann direkt eins. Okay. Also sie haben das direkt zum Anlass genommen, auch zu sagen, ja gut, stimmt, eigentlich hast du recht, wir machen auch Frauen. Die wollten, glaube ich, erstmal irgendwie überhaupt Rennen machen, aber ist halt immer blöd, dass dann immer erstmal nur an die Männer gedacht wird. Aber die haben halt super cool reagiert und dann gab es halt Frauen. Ich hatte aber noch gar kein Fixi, also ich hatte noch gar kein Bahnrad. Und das Rennen sollte im März zweimal die Fahrradschau. Und ich hatte nichts, hatte auch keine Kohle so richtig, um mir irgendwie was zu organisieren. Und habe dann ein altes Bahnrad, bei uns gibt es ja auch eine tolle Radrennbahn, und da gibt es so ganz alte Bahnräder noch. Geil. Dann habe ich mir irgendwie für 100 Euro oder so, ich glaube, mehr war das gar nicht, habe ich mir so ein altes Sanchinetto dann gekauft. Genau, und damit, das habe ich dann irgendwie auch kurz vorher bekommen, dann bin ich, ich weiß noch. Und da das erste Mal draufgefahren? Genau. Okay. Ich hatte irgendwie zwei, drei Wochen zum Trainieren, habe dann irgendwie versucht, Kurven zu üben und so. Und ein Freund von mir, Grüße gehen raus, Philipp Schleyer, der wirklich ganz, ganz viel mit mir auch am Anfang trainiert hat. Sehr guter Freund immer natürlich noch. Wirklich, hat mir Tipps gegeben, hat mit mir Kurven fahren geübt. Aber nach drei Wochen, also es war schon… Warum muss man Kurven fahren? Weil wir das Rennen, also das eine war der Sprint, den bin ich damals dann gegen Juliet Elliot unter anderem gefahren. Ich war eine große YouTuberin mittlerweile, auch richtig gute Fahrerin, aber nicht so die Beine wie ich. Deswegen habe ich tatsächlich mein aller, allererstes Rennen dann auch gleich gewonnen. Weil du musst ja nur geradeaus und aufpassen, dass du am Ende nicht gegen die Wand klatschst. Also irgendwie bremsen musste ich auch können. Und die Rugby-Sprintbeine waren natürlich ganz… Die waren da, natürlich. Das war ja deine… Das war meine große Stärke. Durch das Spielfeld sprinten war ja deine Übung. Ich hatte wirklich, also jetzt bin ich ja ein bisschen lauch, aber damals eben nicht. Und das war, also Sprinten, ich bin auch heute noch sprintstark. Also das kann ich eben auch gut. Und dann gab es aber noch dieses andere Rennen und das fand auf der Kartbahn statt. Das ist dieses, ich glaube, ihr habt da auch schon mal drüber gesprochen, hat jetzt auch gerade wieder stattgefunden. Also auf einer Kartbahn und das ist dann sehr, wenn man einen Kurs mit U-Turns und also so sehr anspruchsvoller… Da ist eine andere Technik gefordert. Genau, da musst du fahren können. Das ist auch das Gute, weil da können eigentlich auch nur Leute fahren, die fahren können. Und ich sage mal so, ich bin ins Finale gekommen, war total stolz. Schön ist vielleicht was anderes, aber ich habe gekämpft und habe das dann auch gemacht. Und das war jedes Jahr, das fand ja immer im März statt. Das war immer so nach dem Winter der Anlass, dann auch wieder Kurven zu trainieren und so weiter. Und das gibt natürlich auch für das Rheinradfahren, das ist super gut. Was trainierst du da? Schräglage, das möglichst ohne Bremsen oder… Genau, du hast ja einen festen Gang und das ist ja die Schwierigkeit. Du darfst auch nicht aufsetzen. Genau, du hast, wir fahren halt 160er-Kurbeln, dann fahren wir, ich bin immer irgendwann dann Speedplay gefahren, weil mit den SPD-Pedalen, die zwar gut sind, weil du von beiden Seiten einklicken kannst, setzt du halt schneller auf. Also so ganz viele Sachen. Dann gab es irgendwie die Bahnräder, hatten eh ein höheres Tretlager, das war ganz gut. Aber es gab eben auch diese Umbauten, auch damals schon und die haben natürlich ein normal tiefes Rennradtretlager, die sind immer aufgesetzt. Und das musst du… Du kannst ja nicht die Kanale oben. Nee, genau, du musst halt immer weiter treten. Egal, ob du aufhören zu treten, stimmt. Genau, und das ist so die Herausforderung. Und wir sind dann einfach in Parkhäuser gegangen und haben halt da geübt. Man guckt, weil gerade was los war und dann, ja, auf Zeit. Ich habe in der Vorbereitung von Vimeo dieses, da war ich ja, hatte ich ja am Anfang geteasert, diese Red Hook-Kriterien mir angeguckt, wo ich total crazy begeistert bin. Da bist du auch gefahren. Ja, genau. Da habe ich dann gesehen, okay, es gibt noch ein größeres Rennen. Das habe ich mir nämlich angeguckt. Ja, genau, das war dann in dem Sommer direkt in Barcelona. Das Red Hook-Kriterium hat er auch in dem Jahr Frauenrennen eingeführt. Die sind ja in ganz vielen Metropolen. Genau, Barcelona, New York, Mailand. London, genau, London, genau, vier hatten wir. Aber da bist du auch mitgemacht, hast du auch mitgemacht. Ja, genau. Ich habe einen Start. Na, das ist schon auch. Da war ich froh. Also mein erstes Ziel war einfach nicht überrundet werden, weil da fliegst du raus. Bin dann aber als 13. gleich im ersten Rennen, man muss sagen, wir waren auch nur 20, aber immerhin, muss man auch erst mal durchstehen. 40 Minuten, wirklich rote Zone. Du bist ja völlig auf Puls 180. Ja, das ist auch das. Das ist halt auch krass. Das ist auch Stress, ne? Pur. Ja, ja. Am Anfang war zumindest nur die Belastung, der Stress. Irgendwann waren wir da halt mit 60, 80 Pfarrerinnen im Feld. Dann ist auch so Verletzungsrisiko so ein bisschen höher. Die ganze Stürze. Habe ja auch ein paar gehabt, aber es hat halt auch mega Spaß gemacht. Dadurch, dass ich da so reingewachsen bin und eben von Anfang an dabei war, konnte ich natürlich auch gut mitgehen und das Niveau, also ich habe mich quasi gleichzeitig wie die anderen dann auch gesteigert, weil ich glaube ich zwei Jahre später, das wäre einfach auch krass gewesen. Also Chapeau an alle, die dann eingestiegen sind. Aber so bin ich da halt immer vorne mitgefahren und es ist eine ganz tolle Szene, ganz bunt. Und also ganz toll. Entspannt wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also entspannt. Beim Rennen meine ich, ne? Da ist mal ein Bogen. Nee, also sicherlich wettkampforientiert, aber ich glaube entspannt dahingehend, dass man jetzt nicht so dieses, dass man doch trotzdem miteinander hat wahrscheinlich und akzeptiert, wenn der eine irgendwie so rumläuft und der andere so und der eine hat vielleicht Piercings, der nächste Tattoos und der andere aber vielleicht nicht und das, glaube ich, egal ist. Das sehe ich ja in der Gravel-Szene heute auch so. Es ist halt egal. Genau. Es ist ein bisschen so vergleichbar. Ja, also viele vorm Fix fahren sind dann, haben wir irgendwann dann gemerkt, ach ein paar Gänge ist ja doch ganz praktisch. Ja. Und sind jetzt auch beim Graveln gelandet. Und vor, das ist ja jetzt fast zehn Jahre her, 2013, war die Rennrad-Szene halt auch sehr speziell. Ich glaube, sie ist teilweise immer noch speziell. Ich glaube, da, wo ich mich so bewege, nicht. Und bei euch ist ja auch eher bunt und offen und so. Aber als ich angefangen habe, also auch mal der Vergleich zum Rugby. Beim Rugby ist es so, habe ich ja gesagt, du brauchst 22 Spielerinnen, um überhaupt irgendwie voll besetzt anzureisen zu einem Spiel. Das ist bei einer Randsportart, aber auch in Ländern, wo es keine Randsportart ist, immer so, dass du dich eigentlich über jede Spielerin freust oder über jeden Spieler. Alle werden herzlich aufgenommen. Groß, klein, dick, dünn. Du hast für jeden eine Position. Alle werden gebraucht. Und wenn sie am Ende nur das Wasser bringen oder Management-Posten übernehmen, alle sind willkommen und sie können sein, wie sie wollen. Und man ist dankbar für jeden. Und genau. Und du wirst mit offenen Armen, also ich habe in Neuseeland gespielt, in Schweden und überall hatte ich sofort eine Community. Wir wurden Wohnungen gestellt. Gut, ich konnte auch gut spielen. Natürlich wollten sie mich auch haben. Aber auch andere, die einfach normale Spielerinnen waren, waren immer, du warst immer Teil davon. Und dann dachte ich, beim Rennradfahren ist doch bestimmt auch so. Nee, da kommst du an, weiß ich nicht, ich hatte ja gleich ein gutes Rad, ich hatte gleich einen Cinelli, weil ich irgendwie schon recherchiert hatte und mir schon was Sinnvolles auch kaufen wollte. Als Rennrad. Genau, das war das Rennrad, genau. Das ist ja auch schon kultig. Ja, genau. Hast du dich schon gut informiert? Ich habe mich gut informiert und dann ein bisschen abgewogen, dann Schnapper gemacht und war irgendwie so in meinem Budget unter 2000 Euro geblieben, aber war natürlich ein geiles Rad. Also war das Saita Sprint damals, das war voll gut so, ne? Und, aber jetzt natürlich auch nicht super high-end. Aber es war, ich habe schon was hergemacht mit dem Rad. Aber trotzdem war ich wahrscheinlich, war eine Frau, es gab kaum Frauen, die gefahren sind oder wenn, dann nur absolut an der Spitze. Die konnten natürlich mit der Anfängerin vielleicht auch erstmal nichts anfangen, also Anfängerin so. Na, auf jeden Fall war das jetzt nicht so, dass ich irgendwie den Anschluss gefunden habe, außer mit meinem Bekannten, mit dem ich viel gefahren bin. Und das war in der Fix-Szene ganz anders. Da war das wieder so, ja cool, du bist da, du fährst, wir brauchen mehr Frauen bei den Rennen, wir wollen eigene Frauenrennen machen. Und so haben wir das auch immer weitergeführt. Also wir haben, wir haben selber den anderen, unseren Konkurrentinnen sozusagen beigebracht, wie sie fahren sollen. Also Tipps gegeben, Workshops gemacht, weil wir einfach, wir wollten einfach, also A, finde ich eh, so sollte es immer sein. Und wenn jemand einfach irgendwann besser, schneller ist, ja, dann ist das so cool, ne? Aber, ähm, ja. Also nicht so ein Ego-Trip, sondern eher so ein gemeinschaftlicher Trip. Genau, und ich kannte eben nur dieses Gemeinschaftliche und war dann so ein bisschen, ja. Na, Rennrad stimmt schon, das weiß ich nicht, wie es heute ist. Heute wird es ja weniger, die meisten gehen ja auf Gravel und sind da ein bisschen lockerer unterwegs, aber ist tatsächlich schon, da, ja, aber da sind wir wieder mit für unseren Verein, ne? Da gibt's auch, da wird gerne mal gemeckert, wenn du dann irgendwie, ne, und hier, warum fährst du so langsam da vorne, geh nicht aus dem Windschatten und dies und jenes, also das ist nicht so, dass man, und auch, ich hab, wir waren ja alle mal Anfänger, oder ich ja auch, wir haben ja auch im Erwachsenenalter angefangen, Rennrad zu fahren und dann fährst du mal so eine RTF-Mist und dann wirst du halt angepoult, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, anstatt an die Hand genommen zu werden, zu sagen, Mensch, wenn du jetzt links abbiegst, dann muss, oder wenn da ein Dings ist, dann mach doch mal die Handbewegung oder so, die Leute an die Hand zu nehmen, ne, da wird dann gepoult, warum machst du das nicht, ne, oder warum, was, was, so, ne, also eher so der umgekehrte Weg gewährt gegangen, oder zumindest wurde es, oder vielleicht hat man auch Pech gehabt, in einer falschen Gruppe damals gefahren zu sein und andererseits, wenn du dann wieder bei den Rentnern landest als Anfänger, bei so einer RTF, wo ich dachte, wie geil ist das denn, die fahren da alle und sind alt und das war ja meine erste RTF, wo ich gesehen habe, die sind ja alle, die sind ja alle über 60 hier, ne, und ein paar junge Hüpfer natürlich auch dazwischen, ich war ja auch ein junger Hüpfer und dann habe ich mich gefreut, einen 28er Schnitt zu fahren, bin aber mit den Weißköppen, jetzt bin ich selber einer, durch die Gegend gefahren und fand das aber total geil und das ist bisher heute bei mir hängen geblieben, wie geil das ist, dass Radsport ja was ist, was man bis ins hohe Alter machen kann und wie geil die Leute drauf waren und diese, diese älteren Herren, mal schlank und drahtig, mal mit einem kleinen Bäuchlein. Die können alle fahren. Und die waren alle nett. Ja, ist ja so, die können gut in einer Gruppe fahren. Ja, ja. Die haben schon 40 Jahre Erfahrung. Und die haben dann, die haben einen dann an die Hand genommen, ach Mensch, fährst das erste Mal, komm, dann fährst du mal ein bisschen im Windschatten und hier so und so machen wir das, das war wieder geil. Ja, und da muss ich sagen, hatte ich auch so, ein, zwei, drei, genau, aber ich war halt auch sehr jung, ne, also, weiß nicht. Knapp 30 oder so und das ist natürlich jetzt auch nicht die, also, vielleicht nicht deine Community, mit der du jetzt die ganze Zeit deine Zeit verbringen möchtest, sage ich mal so, ne, ich finde ja bunt gemischt super und Radsport ist ja auch eigentlich ein Teamsport, das ist ja das Absurde. Also, wenn man in einer Gruppe gut zusammenfährt, dann kann man auch mit verschiedenen Fitnessleveln gut zusammenfahren und so, ne. Also, das ist es ja. Ja, wir müssen auch das Positive mal sagen, also, wir haben jetzt nur ein Highlight-Erlebnis, wo, was ich in den Rennsportbereich so ein bisschen einsortiere, Ingo und ich, ansonsten sind wir da getrennte Wege gegangen in der Vergangenheit, aber wir sind halt mal Tronte im Oslo gefahren, wo wir jetzt nicht gerade untrainiert waren, also, weil wir auch wussten, da muss man ein bisschen was können. und da haben wir ja auch Leute getroffen, einfach auf der Strecke, wo du dann sagst, geiles Feeling. Wir fahren jetzt belgischen Kreisel mit irgendwelchen Schweden, Norwegern, denen, die du ja gar nicht kennst, aber du hast, du sprichst die gleiche Sprache, wir wollen jetzt belgischen Kreisel fahren und da muss halt immer 40 auf dem Tacho stehen. Ja, das habe ich auch alles. Also, das Positive hat man ja auch. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ich glaube, das ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her, ich glaube, es hat sich ein bisschen was verändert und ich kam halt auch aus einem Sport, wo es einfach so krass anders war, so. Ja, na ja, klar. Und es ist mir so im Nachhinein auch irgendwie dann aufgefallen, in dem Moment war mir das auch gar nicht so bewusst und ich finde einfach, man kann da irgendwie, genau, so wie Ingo du ja gesagt hast, irgendwie, wenn man sieht, da fährt jemand irgendwie und weiß eben noch nicht, wie es geht, einfach mal kurz erklären. Aber ich glaube, da ist generell ein Shift, weil jetzt viele Leute aufs Rennrad kommen, die es vorher nicht gemacht haben, die über ein Gravelbike überhaupt sich erstmal trauen und ich glaube auch, dass die erfahrenen Fahrer jetzt auch mehr mit offenen Augen durch die Gegend gehen und sagen, Mensch, den nehmen wir mal ein bisschen an die Hand. Also ich glaube, dass da auch ein Shift ist, aber es war so eine Szene, die auch so unter sich war. Früher hatte ich so das Gefühl. Und was man auch, das darf man gar nicht unterschätzen, meiner Meinung nach, wir haben heutzutage technische Mittel, um uns viel besser zu vernetzen. Also wir hatten gesagt, Instagram, selbst Jonas Deichmann hat es gesagt, ich brauche irgendwo einen Tipp für einen Mechaniker in der Ukraine. Über Instagram sagen die Leute, da gehst du da und da und dahin. Also wir haben ja heute Tools an der Hand, die wir ja positiv missbrauchen können und nicht, dass wir uns die nur die Zeit stehlen. oder wir wissen das ja selber, die Orbit-Serie. Gebe es diese Orbit-Serie nicht, wo wir sagen können, Mensch, wir verabreden uns mal, wir fahren zusammen den Lüneburger Heide Orbit oder was auch immer. Und Komoot, man kann in Komoot Kommentare schreiben. Und ich habe heute auch jemanden, der in meinen kleinen Orbit gefahren ist, einfach hatte mich da zitiert, dann kriege ich eine Nachricht. Ah ja, du wurdest da zitiert, dann schreibst du eben so, cool, dass du meine Strecke gefahren bist. Wenn du das nächste Mal in der Runde bist, vielleicht schreibst du vorher eine Nachricht. Und diese Möglichkeiten technischer Natur, die gab es auch vor zehn Jahren nicht ganz so, wie sie heute da sind. Das stimmt. Damals war es halt irgendwie so, es war dann die eine Facebook-Gruppe. Genau. Ein Mikro ein bisschen näher. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich jetzt, die modernen Social Media kann ja auch sehr, sehr positiv sein. Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich auch nochmal so ein bisschen, also ein Unterschied, ob du vor zehn Jahren eine Frau gewesen bist oder ein Mann, ne, habe ich ja schon gesagt, da hat sich ja mega viel getan. Also viel mehr Frauen auf dem Rad. Ich sehe, wenn ich jetzt an Deich fahre bei uns, habe ich manchmal das Gefühl, es sind echt 50 Prozent Frauen, fallen mir die natürlich bestimmt auch immer besonders auf. Aber damals, da habe ich eine Frau im halben Jahr gesehen, eine andere. Ja, das ist ja uns, da haben wir letztens auch drüber gesprochen. Also es ist ja wirklich auffällig und schön zu sehen, dass das jetzt wirklich da rüberschwappt in den weiblichen Sport und warum auch immer das früher nicht war, keine Ahnung. Naja, gut, das kann man ja, also ich war ja, ich meine, ihr habt ja vorhin schon den BDR angeteasert, also da war es ja lange gar nicht erlaubt, dass Frauen Rennen fahren. Ich weiß gar nicht, bis in die 60er noch. Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Es war, ja, oder sogar noch länger. Es gab irgendwie ein Jubiläum, ich habe es mir leider nicht gemerkt. Aber Frauen durften keine Rennen fahren, waren nicht gern gesehen und auch immer noch. Es wäre, also, es gibt auch immer noch. Aber wir haben ja jetzt gerade so ein Shift, dass ja die Tour de France und solche Sachen jetzt passiert. Nach 100 Jahren. Eurosport überträgt fast jedes Frauen, wichtige Frauenrennen und solche Sachen. Aber wenn man sich die Geschichte vom Radsport anguckt, also die Frauen sind ja 1890, 1880 sind die ja schon gefahren, auch Rennen, Bahnrennen. Es gab eine riesengroße Szene von Frauen, die diese sechs Tage Rennen gefahren sind und dann einfach wieder, ja, weil das dann in den Verbänden nicht gern gesehen wurde. Das war dann wieder den Männer vorbehalten, da war es dann wieder verboten. Dann gab es den Ersten Weltkrieg, da durften die Frauen dann so showmäßig dann doch mal wieder mitfahren. Okay. Ja, und dann wieder nicht. Das wissen wir alles gar nicht. Hast du das alles mal recherchiert, wie die Geschichte so war? Ja, ich hatte die Hannah Ross, die das Buch, wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt revolutionieren oder Revolutions, das wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Mir war das auch nicht so klar, aber dir das ganz gut zusammengefasst, kann ich euch mal empfehlen. Okay. Schicke ich euch mal. Aber das zeichnet auch deinen Podcast aus, dass du da auch immer, und das fällt ja auch auf und deswegen bist du auch ein gern gesehener Gast, weil nun sind Ingo und dann zwei Kerle und wir sind auch so, wie wir sind und dann ist es auch gut, deswegen bist du auch in dem Podcast mehr wie willkommen, wo ich sage, ja, wir brauchen auch diese andere Fraktion, die auch nochmal Wert darauf legt, guck mal, dass es auch wichtig ist und so und das bereichert ja allgemein die Podcast-Welt und auch die Fahrrad-Welt, dass wir jetzt solche Sachen, wie Ingo schon gesagt hatte, also das Paris-Roubet der Frauen ist ja genauso geil. Also es ist ja… Was für ein Rennen, ne? Ich habe es mir auch… Naja, aber eigentlich ist es ja, ich weiß nicht, wie du uns wahrnimmst, das ist ein anderer Talk, aber es ist ja eigentlich verrückt, dass man sagt, nee, das Frauenrennen, ich gucke das Rennen nur das Männerrennen an. Das ist ja eigentlich total bescheuert, weil ein Rennen ist ein Rennen. Es ist halt einfach, es kann ja tatsächlich auch viel spannender sein, weil da viel andere Sachen passieren oder viel dramatischer sind und das ist ja eigentlich beschämend, dass man da nochmal wachgerüttelt werden muss. Ja, also ich glaube, natürlich ist es auch viel so, sich auch mit den Fahrerinnen identifizieren und wenn man nicht viel über die weiß, über die männlichen Fahrer weiß man sehr viel und über die Geschichte und kann damit vielleicht anders andocken, weil aber die Frauen noch so wenig vorkamen in den Medien, ist das halt, da muss man sich erstmal sozusagen dafür interessieren. Die rennen selber genauso spannend, nämlich spannender teilweise. Also ich muss das ganz kurz mal einflechten, weil das mir so, Ingo ist da gar nicht so up to date, aber wer sich Tour de Vite so ein bisschen interessiert und mal so guckt, diese Lea Wilcox, mit der du jetzt ja auch gefahren bist, was interessieren mich die Kerle? Also die Person, die dieses Rennen aktuell dominiert, hätte ich fast gesagt, und in allen YouTube-Videos und Produktionen auftaucht und so, ist eben eine Frau, die wirklich, auch wirklich, es ist ja super spannend, also das war ja einmal ein Film von Pörli Sumi und jetzt einmal ein Film mit Rafa, hochwertige Produktionen natürlich, das muss man natürlich sagen, aber da kommen ja Sachen rüber, wo ich sage, egal ob Pörli Sumi oder Rafa, beide Filme verlinken, guckt euch das an, ist das inspirierend oder ist das, also das ist es doch. Und da ist es ja völlig egal, ob Mann oder Frau, sondern die Zeit, also wenn jemand 300 Kilometer mit Vollgas jeden Tag fährt und dieses Essen unterwegs und so, mich interessiert ja wirklich nur die Person, was sie gerade leistet. Und das ist, da muss ich mich ja auch selber wachhütteln, nicht wachhütteln, sondern das fixt mich total an, wir sind wieder bei fixt, bin ich richtig fasziniert. Und das ist schön zu sehen, also und das ist noch ein Thema, wo wir heute zu deiner Tour kommen, wo du sie auch dabei hattest. Ja, das ist ja das, wir waren ja jetzt bei deinen Anfängen fixt und jetzt sind wir bei deinen ganz aktuellen Sachen, dass ihr jetzt ja gerade Montanas Vachias. Montanas Vachias gefahren seid. Dazwischen gibt es ja noch diese Sache, dass Johanna ja mega lange Touren gefahren ist, das kommt ja auch davor. Ja, ja, das kommt ja später, jetzt wollte ich ja erstmal so Anfang enden und was war dazwischen, das kommt später. Na dann. Das war jetzt so meine Idee für diesen Podcast, dass wir jetzt direkt darüber schwenken und zumal es ja inhaltlich auch super passt, weil du ja gesagt hast, Mensch, Frauen funktioniert jetzt langsam und so weiter und da bildet sich jetzt ja auch eine Szene, bis hin dazu, dass es ja jetzt in diesem Fall ein Event gab, wo es, glaube ich, das Männerbrand auch nicht zugibt, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, also ich kenne auch kein Event, das sagt, hier sind nur Männer eingeladen, das läuft dann anders, da gibt es dann einfach keine Angebote für Frauen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, weil wir ja eben gesagt haben, das Geschlecht ist egal, so ganz egal ist es dann eben doch nicht, wenn ich halt sehe und da kann man sogar nochmal zurückkommen aufs Red Hook Rit, in dem Jahr, in dem ich entschieden habe, das erste Red Hook Rit zu fahren, was eine krasse Sache war und ich wirklich viel Mut dafür brauchte, da war eine Frau auf dem Plakat, die hatten also direkt auf dem, auf das Event Plakat, eine super cool stark dargestellte Frau und ich glaube, das hat mit eine Auswirkung gehabt. Und auch wenn ich sehe, was Leigh Wilcox macht, das hat natürlich, das zeigt mir als Frau, ja, das ist möglich, das kannst du auch als Frau, so. Oder was Fiona Kolbinger gemacht hat, das Transcontinental Race einfach mal zu gewinnen. Auch das zeigt… Und das war ein gemischtes Rennen. Ja, overall, ja, to divide ja auch, das ist ja alles, also gemischt, ne, so. Und genau, nur es gibt in dem Ultra-Bereich, da brauchst du ja kein eigenes Rennen jetzt anbieten, im Fixbereich war das schon sinnvoll, das nicht zu mischen, weil da geht es auch um so Dinge nochmal wie wirklich Schnellkraft und so, das ist einfach muskeltechnisch, da gibt es bestimmt eine Schnittmenge irgendwo, aber die ist halt relativ klein dann doch letztendlich, ne. Genau, und Leigh Wilcox, das hat sie ja letztes Mal, sind die ja letztes Jahr die Torino-Neese-Rallye gefahren, darüber hatte ich auch einen Podcast gemacht und war dann super begeistert, war auch ein bisschen Fangirl und die Gelegenheit, Leigh mal zu erleben und auch Ru, ihre Partnerin, die ja die ganze Dokumentation macht, das wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen, mir war auch eigentlich egal wohin, wenn ich da irgendwie hinkomme, dann fahre ich da mit. Okay. So, und was dann bei solchen Events passiert, das ist ja, man könnte ja jetzt auch sagen, ach, kann man ja auch gemischt machen und so, ne, macht ja auch Spaß, das stimmt auch, das macht mir auch großen Spaß, was aber da besonders passiert, ist eben, dass du so eine Art Safe Space eigentlich machst für die Frauen und das hat dazu geführt, dass nicht nur totale Anfängerin, wirklich, wir hatten da zwei oder drei Frauen, die erst seit einem Jahr überhaupt fahren, so und das war die erste Bikepacking-Tour, die haben sich getraut mitzufahren, weil sie wussten, da sind andere und dann hatten wir am anderen Ende die Super-Profis, die Rennen fahren, voll Rad durch, also alles perfekt beherrschen, auch die Etappen immer weggeballert sind und dann irgendwie, also wirklich immer vorne waren, die sich da richtig auch irgendwie, die, ja, die sich richtig gegeben haben, also so, und dann hattest du halt ganz viele Frauen dazwischen, so, die irgendwie, ich so ein bisschen, na, Wind sind zwar unsere Berge, aber weiß man ja dann doch nicht, ob das dann in den Bergen dann auch funktioniert. Du, es waren 13.000 Höhenmeter, habe ich mir rausgeschrieben und fast 700 Kilometer. Genau, die hat in sich mehrere Pässe und die größte Herausforderung war eigentlich das Wetter, also wir hatten von, weiß ich, 30 Grad bis Minusgrade, weil auch in der Zeit gerade noch so ein Unwetter dann darüber zog, halt Berge, bis auf 2000 Meter ging es auch hoch, das man dann ja auch immer mitbeachtert, genau. Das Schöne an der Tour war, also, was sie auch so, ich sag mal, zugänglich gemacht hat, weil das ist es immer, ne, du hast bei Frauen oder Flinterpersonen, du hast relativ viele Hürden, die die nehmen müssen, bevor sie an sowas teilnehmen können. Und da sind so gesellschaftlich strukturelle Dinge bei, wie, wer passt auf die Kinder auf, habe ich das Geld, Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger, das alles kostet Geld, habe ich die Möglichkeiten, bin ich vielleicht gerade schwanger, ist auch eine Schwangere mitgefahren. So ganz viele Hürden, dann diese technischen Hürden, traue ich mich, mein Rad vor Ort selber zusammenzubauen. So ganz viele Hürden gibt es, die teilweise natürlich auch Männer haben, klar, aber die Frauen eben dann doch ein bisschen mehr haben als Männer. So, oder dann auch irgendwo zu sein und zu wissen, da wird es eine Gruppe geben, die auch deinem Tempo entspricht. Und da wissen wir natürlich, es gibt natürlich eine Leil und eine Fiona, die ballern nach vorne mit und überhaupt kein Problem, aber die sind dann doch eher die Ausnahme. So, also, es gibt eben dann doch letztendlich auch noch eine, sag mal, die Anfängerin, Frau, die hat vielleicht nicht die dicken Beine, wie der Anfänger, also ich will es jetzt gar nicht so, bitte keiner legt irgendwelche Worte jetzt auf die Goldwaage, aber es gibt Unterschiede und da traust du dich als Frau vielleicht eher teilzunehmen, wenn du weißt, da sind halt genug Frauen und irgendwo kommst du schon unter und so war das ja auch. Ist das der falsche Gedanke dann, also den man dann überwindet, wo man sagt, da bin ich in Anführungsstrichen safe, dass ich mich nicht blamiere? Also blamieren, ähm, ja. Ist ein falscher, also ich hab ja extra gesagt, es ist eigentlich ja falsch nur zu denken, ne, also im Gegenteil, ich verfechte ja eher das Gegenteil. Also ich würde, genau, ich würde es halt andersrum sehen, es ist ein Platz, wo du dich sicher fühlen kannst. Ich meinte, ist man da safe, da kann ich mich nicht blamieren, da werde ich. Man kriegt keine dummen Sprüche ab, ist ja leider auch noch. Also wir haben auch mal so über, man tauscht sich dann ja auch ein bisschen aus und dann ja, wenn dann mir jemand vorbeifährt, dann kriege ich erstmal zwei Küsschen und irgendwie geiler Hintern oder so. Also mir persönlich passiert das wirklich selten, ich weiß gar nicht, ob es mir überhaupt mal, aber es gibt eben Frauen, denen passiert das auch andauernd und das ist eben blöd oder, na, dir wird, ich, das ist mir schon passiert, ist ja auch immer nett gemeint, aber es geht halt einfach nicht, wir sind bei einem Social Ride, ich hab einen Platten, will das machen und neben mir steht einer und nimmt mir quasi meine Sachen aus der Hand, um das für mich zu machen und die Intention ist ja erstmal, das ist ja keine böse Intention, aber es führt halt dazu, manchmal würde ich auch übermachen, bin ja jetzt, also bin ja auch eher faul, also lass die doch machen, aber es führt halt dazu, dass ich es im dümmsten Fall nie selber mache, weil mir mein Partner das immer abnimmt oder jemand anderes und dann will ich Montanjas Macias fahren und kann keinen Schlauch wechseln. Ja, genau. Und das sind so Sachen und die passieren, natürlich helfen wir uns auch unter Frauen. Also wenn ich sehe, der hat eine Probleme, dann frage ich, ob ich helfen soll und mache auch mal einen Mantel ab, wenn sie es nicht hinkriegt, mir wurde auch schon geholfen, also so Schaltungen einstellen und so. Ganz positiv besetzt eigentlich so dieses Gentleman, so das ist ja, gehört ja mit dazu. Naja, aber das ist eben das Problem. Aber die Hilfsbereitschaft ist ja, wenn jemand hilfsbereit ist, ist das mal. Genau, man sollte nicht unterscheiden. Gentleman oder überhaupt Gentle, ohne nur Gentleman zu sein, sondern Gentle ist ja, bist du einfach nett und höflich. Heißt ja, ich halte egal bei wem an und sage, hast du alles Werkzeug, kommst du klar oder brauchst du Support? Genau. Und es gibt also auch nochmal ein anderes Beispiel, irgendwie eine Frau fährt ein Group Ride mit. Das sind alles Beispiele, die passiert sind und kriegt irgendwie 100 Kilometer, keine Ahnung und am Ende kommt er, ach, das hätte ich dir ja nicht zugetraut, dass du das mitfährst. Oder es gibt zwei verschiedene Schnelligkeiten, Cappuccino-Gruppe und schnelle Gruppe und eine Frau kommt angerollt und dir wird zugerufen. Ja, die Cappuccino-Gruppe ist schon weg. Ja gut, aber das sind ja eigentlich schon Gedanken aus… Die kommen, das ist die Realität oft. Naja, du bist da, um das beizubringen, aber das kann ich ja gar nicht… Nee, das ist halt, genau. Viele haben ja die Worte. Genau, und Gentle, keine Ahnung, nett sein, ich finde nett sein super. Genau. Und ich habe auch schon Situationen gehabt, da war ich irgendwie fertig oder genervt, weiß ich nicht, dritter Platten, da hat Timo das übernommen, so, ne, aber andersrum zum Beispiel bin ich wesentlich fitter als er, achte ich mehr darauf, dass er irgendwie sich da nicht verheizt, ne, nicht platzt. Also ich muss da wiederum anders Rücksicht nehmen und ich finde, das ist irgendwie, wie gesagt, das muss man unabhängig vom Geschlecht machen und nicht davon ausgehen, dass die Frau das nicht kann. So, ne? Genau richtig so. Ja. Das war jetzt also eine Sechstage-Etappe oder wie viele Etappen waren es jetzt? Ähm, acht Tage tatsächlich, also relativ entspannt und der Loop war auch, also wir sind quasi in der Mitte gestartet und dann gehen wir erst mal hoch in Norden und dann runter in Süden sozusagen. Du hattest also jederzeit die Möglichkeit, du konntest noch ein bisschen abkürzen, theoretisch, mal auf die Straße wechseln und ja, es war eine ganz gute Route für sowas auch. Und das macht es ja auch charmant, das ist ja gar nicht der Wettkampfgedanke. Nee, überhaupt nicht. Also das macht es ja charmant, ob du da jetzt mal eben die Strecke kurz verlassen hast oder ping, das ist ja egal. Haben wir zum Beispiel auch gemacht, ich bin ja mit Josi zusammengefahren. Das wollte ich dir fragen, ich habe Fotos, man hat mir die zugespielt, muss ich sagen, durch eine gemeinsame Freundin, dass du ja auch mit einer Paraathletin unterwegs warst und das ist zum Beispiel ja auch wieder, ist jetzt ja egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, aber ich kann das ja spoilern. Dann finde ich auch wieder inspirierend, jetzt egal welches Geschlecht es ist, die Leute abzuholen, die sagen, ich habe zwar, ich sage das jetzt platt, weil ich das jetzt nicht anders formulieren kann, ich habe halt nur einen Arm und das andere ist halt eine Prothese und ich kann trotzdem Gravel mitmachen. Ich werde es euch beweisen, dass es geht. Wer würde nicht gerne, der jetzt diese Behinderung hat oder dieses Defizit hat, der ist ja dann genauso angefixt und sagt, aber wenn die das kann oder der das kann und da würde ich dich, weil ich das Foto gesehen habe, da würde ich gerne auch deine Erfahrungen zu hören, weil ihr seid ja auch dann zusammengefahren, das wäre ja genau das gleiche Spiel. Nur weil sie einen Arm hat, heißt ja nicht, dass sie nicht zwei gute funktionierende Beine hat. Aber bevor du anfängst, ist es da nicht genau das Gleiche, dass man da auch nicht den ganzen Tag darauf angesprochen werden möchte, so nach dem Motto, das ist ja geil, dass du das mitmachst. Genau, ist ja genau das Gleiche. Ich sage mal so, keiner nimmt gerne Hilfe an, sage ich mal so. So starke Personen können eigentlich viel selber und Josie ist auch eine sehr starke Person, sonst würde sie das glaube ich auch nicht so machen und immer dann, wenn du Pionierin bist und sowas eben auch zum ersten Mal machst, sie macht das auch in anderen Bereichen, fährt ja eigentlich Mountainbike auch und war aber am Anfang auf der Bahn, auf dem Rennrad unterwegs ohne Prothese. Da hat sie dann den Arm so draufgelegt, weil das auch olympisch ist. Da haben sie sie dann quasi sofort in diese Schiene gepusht, Tokio und so weiter. Paralympik. Genau, das ist halt so ein bisschen, das ist halt Fluch und Segen zugleich, ich habe ja viel mit ihr gesprochen. Also vorweg, sie ist mit einer Prothese gefahren, die sehr viel Geld kostet, das ist auch so ein Thema, USA hat das niemand übernommen, die eigentlich zum Motorradfahren benutzt wird. Also quasi, sie hatte bis hier, der Arm ging so bis hier. Bis zum Handgelenk. Genau, da hatte sie noch so ein bisschen Gelenk und das steckte quasi in der Prothese drin. Aber könnt ihr euch ja schon vorstellen, da ist so ein Neopren, dann die Prothese und die klickt sie ein. Aber nur drinstecken bedeutet halt, ziehen ist nicht so einfach. Also belasten ging immer, deswegen hatte sie auch so eine Position. Bisschen ziehen ging, aber was zum Beispiel schwierig gewesen wäre, wäre irgendwie das Rad so aus dem Schlamm rauszuhieven sozusagen. Und deswegen sind wir tatsächlich auch an zwei Tagen so ein bisschen ausgewichen, weil es ist super Schlammschlacht, habe ich da auch, glaube ich, ein paar Bilder dabei gehabt, extra. Das war so das Einzige. Alles andere, ich kam an, ihr Rad war natürlich, es war ein bisschen Pech, war irgendwie nicht rechtzeitig angekommen, war irgendwo beim Transfer auf dem Flughafen, Klassiker. Kam dann also einen Tag später und kam dann also erst abends ins Hotel und ich dachte. Den Abend vorm Start? Nee, wir sind schon eine Etappe gefahren. Ach so. Aber der Support Car, also was heißt Support Car, es gab halt ein Mediateam, die haben dann gesagt, sie bringen ihr das ins Hotel, beziehungsweise ich glaube, es wurde ihr da sogar hingebracht von der Fluggesellschaft, aber sie hatte dann natürlich Radkoffer und so noch da, das haben die dann irgendwie eingesammelt. Und ich dachte natürlich, ich komme da hin und muss ihr jetzt beim Aufbau helfen, weil ich habe jetzt zwei Hände. Aber gleicher Gedankengang, was Ingo meinte, ne? Nix da. Nix da. Die hat ihr Rad in der doppelten Zeit, also doppelt so schnell aufgebaut wie ich, die konnte das alles. Ich glaube, die einzige Sache, die ich irgendwann mal gemacht habe, war, irgendwann sind wir da ein bisschen auf Straße und da wollte sie ein bisschen pumpen und dann fing sie an mit dieser Minipumpe und ihrem, da habe ich gedacht, komm ey, ich pumpe dir das jetzt mit meinen beiden Händen. Also, und irgendwie, irgendwann habe ich mal Klamotten ausgewrungen. Das war auch so ein bisschen, alles andere hat sie gemacht und sie ist eben, das ist nämlich, das wollte ich gerade sagen, mit diesem, dieser Paraschiene und es wird ja unterschieden, du bist entweder Parer oder du bist Sportlerin. So, das ist irgendwie blöd, weil sie kann ja ganz viele Sachen machen, die wir machen und es gibt ja zum Beispiel im Parabereich kein, da gibt es gar kein Mountainbiken. Okay. Nee, das will sie irgendwie einführen, wobei ich auch, mittlerweile ist sie so Bikepacking-Fan geworden, dass sie vielleicht auch was ganz anderes macht, wer weiß, muss man mal beobachten. Aber du wirst halt quasi, du wirst halt, du bist behindert und dann bist du bei den Behinderten oder du bist nicht behindert, dann bist du bei den Nichtbehinderten. Und das ist, das ist halt total blöd, diese Trennung. Und da will sie. Also, diese Inklusionsgedanke, der ist ja aber auch relativ frisch erst jetzt aktuell. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren erst entstanden, auch bei Kindern, dass ja Inklusion überhaupt erst eingeführt wurde. Ja, aber wie bescheuert, ne? Du wirst, du kommst. Na gut, wir Menschen lernen halt erst, die Gesellschaft, das dauert dann so mühlenmalen langsam, aber immerhin passiert ja was. Ja, aber du wirst und das ist mir, ich meine, ich bin wirklich acht Tage mit ihr zusammen gefahren und habe ganz, ganz viel gelernt über das Thema. Ich habe auch selber sehr unsicher, was darf ich jetzt, was soll ich jetzt? Und dann habe ich einfach gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich habe zwei Hände. Irgendwann hatten wir so ein Gag, ja, hier, I can give you my hand, weil wir ganz englisch gesprochen, ne? Also hier, so, also, ne, das ging dann auch, also das war, wie gesagt, die erste Unsicherheit nach dem ersten Abend dann auch vorbei. Aber die hat man. Natürlich. Sehr klar. Natürlich, genau. Man hat ja immer das Gefühl, helfe ich zu viel, helfe ich zu wenig, biete dich jetzt an, zeige ich zu viel Mitleid, ich möchte, der möchte ja vielleicht gar kein Mitleid und ich, also ich wüsste auch nicht, was, also ich habe ja diesen Film mal über die Special Olympics gemacht, über einen Triathlon mit geistig behinderten Menschen. Nochmal eine andere Kategorie als Para, ne? Und da stand ich auch und habe die interviewt und dann kamen halt Antworten, mit denen du ja gar nicht rechnest. Also das ist ja, und da hatte ich auch ganz schön Bammel vor, was mache ich denn jetzt und wie verhalte ich mich und so weiter und habe das, glaube ich, auch ganz gut, einer unserer wertvollsten Filme bei uns im YouTube-Kanal, den guckt kaum einer, weil der nicht, weil der nicht so, weil der nicht so mit Suchbegriffen wie Shimano oder sowas geklickt wird, ne? Aber einer der wertvollsten Filme, den habe ich mit Matze, hat den auch geschrieben. Verlinken wir jetzt. Ja, müssen wir nochmal verlinken, ne? Und das ist sowas, wo, wo, wo man ja sofort das Gefühl hat, okay, irgendwie bist du jetzt ja der andere und musst ja irgendwie sehen, wie, wie, wie verhältst du dich jetzt, ohne dich doof zu verhalten. Ja, also das Spiel, ich finde das so interessant, da kommt so ganz viel mit rein. Wir waren dann ja auch im Team unterwegs, kannten uns aber nicht vorher, haben aber natürlich so als Team funktioniert und das ist ja nicht in eine Richtung, Teamwork funktioniert ja in beide Richtungen und ich hatte ja auch mal vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, kurz schlechte Laune, irgendwas, keine Ahnung, ne? Acht Tage am Stück zusammen, das ist halt so und dann so, Peter fragt man ja, wer ist eigentlich jetzt in der Machtposition? Ist sie jetzt eigentlich von mir abhängig? Weil, ne, so, das willst du ja auch nicht als die Abled-Person, dann irgendwie die, und da bin ich mir zum Beispiel gar nicht klar so im Nachhinein auf der anderen Seite, weil wir waren dann an zwei Tagen so ein bisschen, auch die anderen haben sich immer abends dann in den Unterküften getroffen, aber dadurch, dass wir zweimal so ein bisschen umgeplant hatten, haben wir die dann erst ein paar Tage später wieder gesehen, das heißt, ne, waren sozusagen so ein bisschen zusammen verhaftet irgendwie, ist sie jetzt so frei und also hat sie das Gefühl, sie kann auch einfach mit jemand anderem, weil so funktioniert es eigentlich, du entscheidest nicht, du fährst jetzt zusammen die acht Tage, sondern jeder macht ja dann auch irgendwie so sein Ding. Aber so, ich, also für mich hat es sehr gut funktioniert, einfach zu fragen und zu sagen, hey, ich bin gerade unsicher, wie sollen wir das handhaben, so. Ich glaube, das ist immer der beste Weg, wenn man sich unsicher fühlt, dass man sagt, ich fühle mich unsicher, ich weiß gar nicht, ob ich dich das fragen darf. Ja, aber man kommt da in dem Moment nicht immer drauf, dass das eigentlich die einfachste Möglichkeit ist. Aber am Ende des Tages kann es auch für beide Seiten so sein. Sie hat dann vielleicht die Unsicherheit zu sagen, du, nimm mal jetzt die Finger weg, das kann ich schon alleine. Also gilt sicherlich in beide Richtungen. Also von daher, ich würde einfach so stumpf sagen, wenn du unsicher bist, sag doch, dass du unsicher bist. Ja, 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 genau. Also für mich jetzt auch super funktioniert. Das ist ja wahrscheinlich sowieso in jeder Lebenssituation der beste Weg, zu sagen, Mensch, wir sind jetzt hier zusammen, du hast keinen Arm, ich weiß da vielleicht manchmal nicht mit umzugehen, nimm mir das nicht böse, wie gehen wir damit um oder wie, warum immer. Also auch ganz, ganz klar Fragen, wie, 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 wäre wahrscheinlich auch mein Weg einfach. Ja. Das hattest du bei den, bei diesen geistig Behinderten, die den Triathlon gemacht haben. Hattest du auch, wie formuliere ich das, wie sage ich das? Hattest du genauso gesagt? Ich bin mir ganz unsicher, wie soll ich das denn eigentlich nennen? Oder überhaupt behindert und so, ne? Da ist man ja schon das erste Mal, wo du schon mal zogst, hu, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht oder wie machen wir das? Genau. Und einige sagen, Mensch mit Behinderung. Tatsächlich habe ich gelernt, dann war ja die Frage, wie nenne ich das, ein besonderer Triathlon, das ist schon doof. Genau. Das Wort besonders zu nutzen. Genau. Und da kommen wir wieder dahin zurück, dass nämlich Josi, die ist nämlich auch so aufgewachsen, ihre Eltern haben nie gesagt, dass sie behindert ist. Die haben ihr immer gesagt, du kannst alles machen, alles steht dir frei. Und auf einmal kommt sie in die Sportschiene und wird dann in die Richtung behindert gedrückt. Obwohl sie gar nicht, mit dem Hilfsmittel Armprothese und vielleicht ein bisschen Support, kann die so gut wie alles machen. Und ich meine, wir haben ja alle irgendwelche Einschränkungen, die vielleicht gar nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar sind. Ja. Ich muss lachen, weil ich an einem Thema Kommentare bei dem Film, den Ingo gemacht hat, da war ich nicht dabei, in Quedlinburg bei diesem Special Olympics Triathlon. Da hat dann der, mein Highlight-Kommentar von diesem YouTube-Film war, hat einer geschrieben, endlich mal normale Leute. Das war mein, dem, also dem müsste man noch einen Orden für den Kommentar geben. Ja. Das sind meine normale Leute. Ja. Ja, eben, genau. Und so ist es auch, also wie gesagt, nach dem ersten, wir hatten so ein paar Sachen, also kann man ja auch sagen, das war ja so ein Neopren und an den heißen Tagen hat sich da halt Schweiß gesammelt drin. Das heißt, wir mussten regelmäßig anhalten, um das Ding einmal auszukippen. Krass, ne? Ja. Da kommt man ja sonst nicht drauf. Da hatte ich dann Zeit, Fotos zu machen, ein bisschen runterzukommen, das zum Thema, ne? Ultra hier immer weiter. Das ist ja diese Entspanntheit, die man ja auch haben kann und muss. Und vielleicht ist das ja auch für, und das ist ja auch die schöne Freiheit, die man haben kann. Man muss sich ja nicht irgendwo in Para reinzwängen lassen. Man kann ja heutzutage, und das ist das Schöne an diesem Self-Supported-Ding, man kann ja machen, was man will. Ja. Man macht alleine eine Bikepacking-Tour, man macht Trans-Germany dann, wann man Bock hat und nicht, weil es irgendwo steht, dass es ist. Man macht vielleicht bei sowas mit und entweder ambitioniert oder nicht ambitioniert. Wir fahren zum Festival vom Orbit letztes Jahr und alle sind da und der eine mit Klickpedalen, der andere ohne, der eine mit dem Gepäckträger und komplett und der nächste wieder so. Wir wurden auch nicht blöd angeguckt, obwohl wir mit den Carbonrädern da rumfahren. So muss es doch sein am Ende. Einfach so ein Ding. Und diese Neidgesellschaft auch in Deutschland, die wir haben und Mensch, ja, und jetzt fährt er da nur, fährt er keinen 30er Schnitt, hat aber ein 5000-Euro-Rad, was ist denn das für ein Idiot? Das ist ja das, was in der Rennradszene früher immer mal passieren konnte, ne, was und solche Sachen. Und diese Kategorien, ich glaube, da ist ein Shift in der Gesellschaft, der noch ein bisschen Zeit dauern wird und dann in zehn Jahren redet da keiner mehr drüber. Wahrscheinlich, ne? In jedem Fall, deiner Podcast und unser Podcast, wir arbeiten massiv, ist doch scheißegal. Also entschuldigung, dass ich das jetzt gesagt habe, ist mir so rausgeschaut, aber ist doch wurscht. Genau, ich glaube, man muss noch ein bisschen gucken, dass man eben, also zum Beispiel jetzt, Beispiel Josy, die ist halt auch supported worden, dass sie da hinkommen konnte, die konnte, kann dieses Rad nur fahren, für die Prothese hatte sie einen Sponsor, die kostet 10.000 Euro. Also so ganz weg, also man muss das schon sehen, das ist ja auch genau das Gleiche, wie wenn man sagt, man sieht keine Hautfarben, das ist schon nicht, man muss das schon sehen und eben dafür sorgen, dass quasi da die Gap geschlossen wird. So finde ich schon wichtig, da aktiv auch was zu machen. Aber letztendlich, ja, das Ziel sollte natürlich sein, dass das eben keine Rolle mehr spielt, so, dass wir da eben von wegkommen. Und nochmal dazu, nicht, dass, also bei Josy war es jetzt halt der Arm. Ich meine, wenn man irgendwie im Rollstuhl sitzt und Handbikepacking zum Beispiel macht, dann ist man schon auf Support angewiesen, ne? Ja, ja. Das halt so, da wünsche ich mir auch, dass da gibt es ja auch irgendwie, folge ich auch einem da auf Instagram. Ich finde das total bewundernswert, so, beobachte das auch. Aber das ist natürlich schon, die sind halt immer darauf angewiesen, ne? Supported zu werden. Und anderes Beispiel, wo es auch wieder, weil du sagst, man muss ja nicht Paralympic-Wettkämpfe mitmachen. Und das ist jetzt natürlich schon ewig lange her. Aber ich erinnere mich dran, Ironman Lanzerote, den ich mal als junger Mensch mitgemacht habe, da werde ich auf der Radstrecke am Berg überholt mit jemandem, der eine Beinprothese hat. Also, wo du ja auch merkst, ja, es ist ja der Ironman Lanzerote, der hat jetzt ja nicht eine Klassifizierung Männer oder Frauen oder geistig behindert oder die Qualifizierung unter Paralympics. Gibt's nicht. Es gibt den Ironman Lanzerote, der startet morgens um sechs. That's it. So. Und dann werde ich überholt auf der Radstrecke von jemandem, der einbeinig fährt und links dann so eine Feder hatte, ne? Wo ich auch sage, krass. Ja. Und dann ist es eben nicht paralympischer Wettbewerb. Es ist halt nicht der Ironman für Paralympic. Ja. Also, das ist jetzt vielleicht auch nochmal, wir können ja jetzt natürlich nicht für alle Menschen mit Behinderung sprechen. Das ist jetzt die Erfahrung, die ich von Josi mitgebracht habe oder die ihr gemacht habt. Das sollte man vielleicht dann auch nochmal dazu sagen. Aber ich finde, man merkt so ein Event an und wir sind ja auch über das Event darauf gekommen, die Art und Weise, wie so ein Event gestaltet ist und zum Beispiel auch der Orbit. Man kann Events so oder so gestalten und man kann schon mitdenken und die so inklusiv wie möglich halt von Anfang an gestalten. Und ich glaube, das war Montañas Vacías, war einfach ein mega inklusives Event, wo ganz viele Dinge möglich gemacht wurden oder wo auch extra Aufwand dann nochmal betrieben wurde. Oder der Orbit, den du ja super flexibel fahren kannst. So, das ist jetzt, ich glaube, jetzt ein Orbit. Ich habe da mal so Ideen gehabt, dass man mal gucken könnte, ob man mal was scoutet, was irgendwie so Handbike-mäßig fahrbar wäre. Das ist natürlich auch immer krass. Also, so könnte man auch mal irgendwie weiterdenken. Aber an sich ist der ja schon mal sehr inklusiv gedacht. So. Genau. Aber das liegt auch daran, dass das ein Feld ist, wo wir gar keine Ahnung haben. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne vier Wochenenden meiner Zeit opfern, um gerne eine Handbike-Strecke zu scouten, dann kann ich das gerne machen, weil ich auch nett sein will und was Giveback machen will. Aber ich habe keine Ahnung von der Materie. Also, ich kann dazu ja gar nicht was Wertvolles beitragen, weil ich einfach keine Ahnung habe. Ja, dann müsste es, ich habe ja schon mal weiter gedacht, man müsste quasi einen Kriterienkatalog bekommen. Was muss so eine Strecke, wie muss die sein, damit die Offroad-Handbike-mäßig befahrbar ist. So. Ja. Aber dann, man hat jetzt ja, wir haben jetzt über das Rennen gesprochen und das bedeutet aber, du bist ja in diesem Bereich sehr engagiert und hast ja eine so große Kenntnis. Und du hast aber, glaube ich, auch, wenn ich es richtig sehe oder wenn wir richtig recherchiert haben, da auch richtig Posten, wo du dann aktiv was tust. Was machst du da alles? Genau. Also, tatsächlich habe ich den Posten der Diversitätskoordinatorin gemacht beim FC St. Pauli. Okay. Ähm, da ging es auch zum Beispiel darum, ähm, dass, ähm, spartenübergreifend auch? Ne. Okay. Ich habe das für die Radsportabteilung gemacht. Da kommt was, wahrscheinlich morgen das nächste Treffen. Ähm, den Posten innerhalb der Abteilung habe ich gerade abgegeben, auch an eine sehr kompetente, ähm, ähm, äh, Frau, eine Freundin von mir, ähm, die das hoffentlich gut weiter, also ich bin mir sicher, dass sie das gut weiterführt, einfach aus Kapazitätsgründen, tatsächlich das Ehrenamt alles gewesen. Und, also, das ist das eine, was ich mache. Da haben, da ging's um, ähm, Geschlechterdiversität zum Beispiel im organisierten Sport, also eben auch Trans-Personen mitzudenken, eben Inter-Personen, Non-Binary, eben weg von diesem binären Geschlechterdenken und eben offen für alle zu sein. Und wir haben unsere erste, äh, Transathletin auch, die hat uns ein Jahr lang beobachtet und jetzt ist sie ganz, ganz glücklich bei uns in der Flindergruppe zu sein. Hat sich aber, warum, ja, erst mal zu gucken, ob sie sich traut? Ja, ob wir cool sind. Oder ob wir cool sind. Ja, weil die kriegen so oft blöde Sprüche und so und die fühlt sich jetzt in unseren gemischten Gruppen wohl bei den Frauen, oder Flintergruppen, also überall, sie hat ihren, also, ich glaube, sie ist ganz glücklich. Ja, ist ja schwierig, wenn du immer nur Sprüche kriegst, irgendwann hast du keinen Bock mehr wahrscheinlich. Ja, so wie, also das ist ja, wenn wir Frauen da schon keinen Bock drauf haben, in Männergruppen Sprüche zu bekommen, musst du dir das vorstellen. Wenn du von beiden Seiten Sprüche dann noch kriegst. Ja, oder es passieren eben echt richtig blöde Dinge. Also, das muss man eben auch sagen und, ähm, deswegen ist es umso wichtiger, man kann bestimmte Sachen machen. Wir haben da eben einen Workshop durchgeführt, auch innerhalb der Abteilung und sind da auch, was so Sprache auf unserer Homepage angeht, ähm, da haben wir alles überarbeitet und wollen sogar, wir haben ja, die Regenbogenflagge haben wir schon auf dem Trikot. Ich habe ja irgendwann mal angemerkt, man könnte ja auch noch die Transfarben dazu nehmen, so, solche Sachen halt, auch das zeigen, weil, ne, da außen… Was sind die Transfarben? Die kenne ich gar nicht. Also, rosa und hellblau. Und dann gibt es sogar noch, also, so ein rot, genau, ist sehr spannend, kann man sich mal mit beschäftigen. Ja, 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 okay, da habe ich noch gar nichts drüber gehört. Genau, und man muss sich bei all den Sachen auch immer merken oder immer bewusst sein, das ist auch immer alles im Prozess irgendwie, also auch Begriffe, das ist total, ähm, fluide auch noch, also, das entwickelt sich auch alles noch, so, ne? Flinta höre ich das erste Mal heute in diesem Podcast. Jetzt kann ich mich blamieren, weil blamiere dich täglich, ist mein Programm, aber dafür trägt ja der Podcast dann auch bei und ich, dann blamiere ich mich gerne für alle anderen, die da draußen sagen, ich höre das auch das erste Mal, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Genau. Das ist aber zumindest die Wahrheit und nicht gelogen. Ne, das ist ja auch total cool, also, es ist ja auch schwierig mit diesen Begriffen und mir ging es, ich glaube, vor anderthalb Jahren auch noch genauso. Also, weil es im Grunde beschäftigst du dich mit einem neuen Thema und du hast, dir fehlt aber das Vokabular dafür und es kann sogar sein, dass die Gesellschaft noch gar nicht so richtig das Vokabular dafür hat, so. Das ist in anderen Sprachen manchmal ein bisschen einfacher und bei uns bedeutet Flinta halt Frauen, Lesben, man kann, also manchmal wird auch Finta gesagt, genau, Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, also nicht-binär, die sagen, sie ordnen sich weder Mann noch Frau zu und A-binär, das ist, ja, auch nochmal. Aber in diese binäre Geschichte, ist das tatsächlich was Hormonelles oder kann das auch eine Lebenseinstellung sein? Nein, binär ist einfach Mann, Frau. Genau, das verstehe ich, aber wenn ich jetzt nicht binär bin, ist das eine medizinische Geschichte, wo man sagt, es gibt ja wirklich die Menschen, die leider mit männlichen Geschlecht sein, aber Frau sind und so weiter, das kennt man ja, die sich entweder umoperieren oder nicht oder wie auch immer. Oder kann das auch rein … Das ist inter, genau. Das ist inter, oder gibt es auch so diese Sache, ich will das psychologisch einfach nicht, dass ich zu irgendwem dazu gehöre. Genau, das ist so, genau. Das wäre dann das A-binär, oder? Ja, das ist also zum Beispiel ja auch Franz-Personen, also die sind ja im Grunde im falschen Körper werden die geboren, sind Frauen, werden als Mann geboren. Das ist denn eher das Psychische und nicht das, was man auch körperlich feststellen kann? Genau. Okay. Ja, nicht binär auch, wobei dann gibt es auch Kombinationen und so und … Was ist denn, nur mal so Interesse halber, weil du es vielleicht weißt, über wie viele Menschen reden wir denn? Gibt es da einen Prozentsatz der Gesamtmenschheit, die da reingehört oder nicht? Also im Workshop waren das recht … Also da gab es Zahlen und das waren recht viele. Es waren irgendwie so zwei Prozent oder so. Okay. Und zwar, naja, wenn du … Viel mehr Veganer gibt es auch nicht, aber heutzutage schon. Doch, paar mehr. Ja, aber es ist natürlich … Ja, Veganer waren früher auch so in dem Ein-Prozent-Dienst. Also dann ist es ja gar nicht so … Es ist halt auch schwierig, weil … Und da trifft man ja immer mal ein. Genau, du musst ja erst mal … Heute ist es schon mehr geworden, glaube ich. Aber ich glaube, vor 20 Jahren, Veganer war eine ähnliche Nummer. Ja, auf jeden Fall waren wir … Prozent. Ja, ich bin ja auch aussätzliche, ich bin ja schon so lange vegan. Ja, genau. Nee, aber bei dem Gender-Thema ist es ja auch so, wir werden ja alle sozialisiert auf bestimmte Arten und Weisen. Und wir werden ja erst mal so … Die meisten von uns wurden so sozialisiert, es gibt Männer und es gibt Frauen. So, wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht da gar nicht so richtig irgendwie reinpassen. Das muss ja auch erst mal ins Bewusstsein kommen. Aber dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, das belegen ja Studien. Aber dann dürfen bei … Dann sind ja die, die sich als normale Männer fühlen, bei Flinte ausgeschlossen, weil Frauen sind mit drin. Genau. Und Männer, die sich oder die vielleicht wie Männer aussehen, aber nicht dazugehörig fühlen, sind da auch mit drin. Aber da gibt es dann eine Trennung. Warum packt man das nicht in eins zusammen? Genau. Und das ist im Grunde dieser Safe Space, von dem wir auch sprechen, wenn wir so eine Montanjas-Vatias-Rallye ansprechen, dass du eben einmal in einem Kontext bist, wo diese patriarchalen Strukturen möglichst nicht sind. Möglichst nicht, sage ich, weil auch Frauen und Inter und alle Personen sind in diesen patriarchalen Strukturen sozialisiert worden. Das heißt … Es kann ja auch Frauen geben, die sagen, Mensch, was … Nein, wir können uns auch blöd verhalten, sage ich mal so. Also wenn du das gewohnt bist, dass du irgendwie als … Ich übertreibe jetzt total in den Rollen. Und wenn du andere erst mal weggelbogen musst und dann dich irgendwo durchkämpfst nach oben, dann bist du da die eine Frau. Das macht dich halt nicht unbedingt … Das macht dich zu einer, weiß ich nicht, kämpferischen, starken Frau. Aber das bedeutet nicht … Du nutzt quasi die patriarchalen Strukturen einfach für dich und bockst dich da hoch. Jetzt mal ganz übertrieben, ne? Und das macht dich nicht zur Feministin. Und das musst du aber sein, wenn du sagst, hier, wir sprechen jetzt … Wir wollen einfach, dass alle Geschlechter gleichberechtigt behandelt werden. Und darum geht es ja nur so. Aber interessant wäre ja eigentlich eher, die Männer mit reinzuholen, die für sowas offen sind. Haben wir gemacht. Also ich habe vor vier Jahren, drei oder vier Jahre ist das jetzt schon her, da haben wir ein All-Women-Cycling-Barcamp veranstaltet. All-Women im Grunde bewusst, um alle mit zu integrieren, eben alle, die sich … Das waren damals so, als Frauen identifizieren. Ich habe so ein bisschen … Ich spreche da immer in Englisch. Ich lese ganz viel auf Englisch, deswegen muss ich immer ein bisschen ummodeln mit den Begriffen. Und dann waren aber auch Allys, also eingeladen, also auch Männer, die sich für das Thema interessieren. Und das war ganz interessant. Wir waren 70 Frauen, das war relativ groß, hatten schön die Weinbar unten beim FC St. Pauli, große Räume bekommen, Barcamp-Sessions. Und was ist passiert? Es waren irgendwie so, weiß ich nicht, vier, fünf Männer da. Und davon haben es wirklich drei hingekriegt, dann diese Barcamp-Sessions auf zu übernehmen. Da saßen dann halt die Männer, die den Frauen die Welt erklärt haben. Und das ist dann … Die waren alle cool, aber sie waren so als Männer gewohnt, wir erklären das jetzt den Frauen, wie Bikepacking funktioniert. Obwohl da andere Frauen saßen, die das besser oder mindestens genauso gut konnten. Und Barcamp-Sessions funktionieren ja so, dass es ein Austausch ist. Und das ist halt interessant. Also wir haben auch gedacht, das funktioniert. Wir sind dann vielleicht … Also einige der Männer haben das auch hinbekommen. Ich bin der absolute Loser. Barcamp-Sessions höre ich auch das erste Mal. Ja, das ist ein ganz … Edo, hast du das vorher schon gehört? Ja, das ist ein ganz tolles Format, weil im Grunde gibt es halt einen zeitlichen Ablauf, eine Struktur. Und du kommst halt zu einem Event und es wird demokratisch darüber abgestimmt, über welche Themen gesprochen wird. Du hast halt eine erste Session zusammen und dann steht da Bikepacking, Trainingsplan. Was gab es noch? Triathlon hatten wir, glaube ich, auch als einen Bereich. Und dann Vernetzung. So, und dann entscheidest du dich vor Ort, was interessiert mich? Und dann wird so ein bisschen aufgeteilt, dass nicht irgendwie zehn da und zwei dort sind. Kapiert, kapiert habe ich es relativ zügig, aber den Begriff gehört habe ich noch nicht. Ah, okay. Ja, und das ist halt super demokratisch, ne? Und da fällt es natürlich auf, wenn du irgendwie da vier, fünf Männer hast und die überlebt dann nicht. Die sofort die Domäne besitzen. Ja, genau. Aber warum passiert das? Weil wir das so gewohnt sind und weil auch die Frauen das so gewohnt sind. Ich konnte ja nicht … Also ich bin dann in eine Session rein, da war dann die zweite Session quasi zum gleichen Thema, weil das Thema so beliebt war, sollte es zweimal stattfinden. Und dann kamen die halt zu mir und sagten, ja, der hat das halt so komplett übernommen. Und der wollte das halt bei der zweiten Session genauso wieder machen. Da habe ich halt hin und habe gesagt, hier, habe das rückgemeldet. Das war dann auch sofort okay. Das ist ja auch wieder keine böse Absicht. Ja, verstehe ich das. Keine böse Absicht. Aber wie gesagt, dieser Safe Space kann halt in bestimmten Bereichen Sinn machen. Ziel ist natürlich, dass wir das nicht mehr brauchen. Also Ziel ist, dass wir irgendwie alle uns so hinterfragen. Gleiches Thema Rassismus, natürlich. Da kann ich total gut nachvollziehen, dass People of Color auch ihre geschützten Räume brauchen. Weil auch ich als weiße Person, da bestimmt immer, ich bin auch so sozialisiert worden, wie ich es halt bin, als weiße Person in einem weißen Land. Und bring da bestimmt auch, auch wenn ich mich natürlich versuche zu hinterfragen, es dauert halt so. So. Und das wollen die nicht immer abkriegen, dass ich vielleicht irgendwas sage. Keine Ahnung. So. Gut. Gut. Wir haben hier zwei, das ist aber auch wirklich wichtig und da muss man auch vielleicht einmal tief durchatmen, weil das ist ja auch eine Sache, wo wir vorhin sagen, wo man sich dann unsicher fühlen kann. Dann muss man vielleicht auch der Welt sagen, da bin ich nicht so sicher in diesem. Genau. Und dann, mehr kann ich der Welt ja auch nicht mitgeben, als zu sagen, deswegen ist der Podcast ja wertvoll, hoffentlich. Weil so ein bisschen nochmal, nicht nur ein bisschen, sondern auch, ja alles, was wir besprochen haben, brauche ich nicht wiederholen. Und das steht jetzt ja für sich. Und gutes Beispiel, das ist, was ich am Anfang schon sagte, dass man ja auch beeindruckt sein kann, jetzt von Lea Wilcox, wie sie diese Tour, die weit fährt und die Männer da gar nicht vorkommen in meinem Leben. Aber jedenfalls ganz schön Gehirnschmalz jetzt hier gebläst. Und das, was wir am Anfang sortiert haben, wir wissen irgendwie, Johanna hat was mit Fixgear zu tun. Natürlich, obvious, das haben wir jetzt als Thema gemacht, Gravel ist ein großer Bereich, Komoot Ambassador, du hast diese Tour gemacht. Und da hat jetzt Ingo nur die Reihenfolge so gemacht, die ich auch gut finde. Wie kommt man, wenn man relativ spät zum Radfahren kommt, auf diese Idee und dein Podcast heißt auch so, Ultradistance Cycling. Also es ist ja auch ein wichtiger Teil und du hast das ja auch selber schon gesagt, Transcontinental. Wie kommt man in so kurzer Zeit, wo du denn nun dein Schinelli-Rad gekauft hast, Rennradfahren begonnen hast, als Alleinerziehende jedes zweite Wochenende mal ein bisschen Fahrrad zu fahren, wie kommt man auf diese total durchgeknallte Idee, dann 4000 Kilometer Long-Distance-Rennen zu machen? Ja, gute Frage. Also zum Alleinerziehen, sage ich, habe ja dann meinen tollen Mann kennengelernt. Also ich war insgesamt, glaube ich, zwei Jahre alleinerziehend. Hat mir aber auch gereicht. Das ist echt anstrengend. Aber Long-Distance-Cycling. Nicht Alleinerziehend reicht es manchmal. Das ist auch schon anstrengend genug. Ja, genau. Also genau, also das nur dazu. Und ich kann auch sagen, dass das Ultra-Cycling war immer so für mich so, oh Gott, das sind Verrückte. Wie kann man sowas, warum? Also wir gelten, also in der Nicht-, also wenn man so ein normales Umfeld oder irgendwie so ein Umfeld hat mit Nachbarn und sonst wie, die halten einen ja schon verrückt, dass man überhaupt drei, vier Stunden Rad fährt oder 100 Kilometer, wie kann man 100 Kilometer fahren? Ja, das kennen die meisten halt nur mit dem Auto. Und dann sagst du irgendwie, du bist 4.000 Kilometer durch Europa, 260 Kilometer am Tag, 40.000 Höhenmeter. Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Genau. Und das ist, bisschen stimmt es ja auch. Also bisschen stimmt es, muss ich sagen. Also ich bin dann einfach, um das so einzuordnen, vier Jahre Red-Hook-Kriterien gefahren und bin halt wirklich um die Welt geflogen, um 40 Minuten im Kreis zu fahren. Ne, das ist ja, ich sag mal, vielleicht auch anders bekloppt. Ja, ja. Und hab dann irgendwie, ihr wisst ja, wo ich herkomme, das hat sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt natürlich. Dann ist man da drin, dann ist man in einem Team, dann wird man besser, dann ist man in einem besseren Team, dann mag man das. Ja, Wettkämpferin, da warst du ja noch Rennfahrerin auch, richtig Wettkämpferin. Ja, ja, genau, war ich automatisch irgendwie. Dann kam so ein bisschen, also da muss man dazu, ich bin so ein bisschen, also ich mag, ich mag gerne auch so ein bisschen Abwechslung. Also ich sag mal, irgendwann werden mir Dinge auch langweilig und ich hab auch nicht so richtig mehr Lust gehabt. Also das war einfach auch Stress, ne, nach New York fliegen, eine Woche vorher quasi, also fünf Tage vorher anreisen, damit du irgendwie dich vorbereiten kannst, um dann eben diesen einen Tag alles abzurufen. Klar, das kennen ganz viele SportlerInnen, aber ich hab nun auch nicht so viel Zeit. und irgendwie hab ich gedacht, ich will lieber wieder mehr Zeit auf dem Rad verbringen und, ja, mehr auch das Fahrradfahren genießen. Weil, das kennen vielleicht auch viele, man kann auch mal in so einer Art, ja, man kann, also gerade diese krassen Intensitäten beim Fixkirr fahren, ich hab auch nur Intervalltraining gemacht und so, das kann auch ganz schön anstrengend werden. Ich will jetzt nicht Burnout, aber es gibt ja auch so ein Fahrrad Burnout, was man kriegen kann. Und, naja, aber es war irgendwie einfach so, ich hatte mal Lust auf was anderes. Und dann hat mir eine Freundin ein Video geschickt von Mike Hall, der leider verstorben ist, aber Mike Hall ist der Begründer, Be More Mike, also ganz, ich krieg immer Gänsehaut, wenn ich an den denk, hab ihn nie kennengelernt, aber der ist ja leider bei einem Ultrarennen auch verstorben, aber der hat dieses Transcontinental Race ins Leben gerufen. Und zwar, so ein bisschen war das auch eine Reaktion auf Ram, was wir alle kennen, Race Across America, wo du aber ohne, weiß ich nicht, deine 50.000 Euro, die du fürs Begleitfahrzeug brauchst, wenn du competitive unterwegs sein möchtest, brauchst du ja gar nicht an den Start gehen. Ja, und auch die Startgebühr haut einen auch wirklich um. Ja, das kommt mir noch dazu. Da habe ich Jonas Deichmann gefragt, ob er da mal Bock drauf hat, hat er gesagt, geht nicht. Und wir hatten aber hier Sven Dunker im Podcast, der da im Viererteam gemacht hat, war ich aber trotzdem Feuer und Flamme. Kann ich auch verstehen. Also, es gibt immer was… Genau, also ich kann das auch alles verstehen. Ich, bei mir ist halt so… Aber was war denn jetzt… Entschuldigung. Ja, genau. Mike Hall. Was war denn der Gegenpol oder was war denn genau die Entscheidung, um dann einen Gegenpol zu setzen? Niedrige Startgebühren oder einfach eine entspannendere Strecke oder was war da? Einfacher ist es ja nicht. Nee, das ist klar. Also, ich habe nun diese Videos aus anderen Gründen zugespielt bekommen. Eine Freundin meinte, hier, du bist so wie der. Und naja, aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Rabbit Hole gibt es auch in dem Bereich. Und ich kam halt auf immer mehr Videos vom TC. Ja, ich hatte auch schon davon gehört. Aber das war für mich so die Verrückten, ne? Wurde ich nicht machen. Und irgendwann war ich einfach so, diese ganze Philosophie dahinter. Mike Hall wollte halt ein Rennen machen, das so zugänglich wie irgendwie möglich war. Aber so inklusiv wie möglich. Deswegen in Europa. Deswegen auch eher durch Osteuropa war günstig. Es sollte ein Rennen sein, was mehr mit deiner mentalen Stärke zu tun hat, als zum Beispiel mit deinem Equipment. Da gab es immer den Spruch, ob das nun so, ne? Aber man kann es auch mit einem Walmart-Bike machen, theoretisch. Also da gehört eben, das ist vielleicht der Kontrast auch zum Ram. Ist ja nicht das Zeitfahrrad und das Walmart. Genau, ganz genau. Du brauchst irgendein Rad, auf dem du vorankommst. Und wie gesagt, es wurde auch schon auf einem Brompen gemacht. Das kann ich ja gar nicht fassen. Also du hast eine relativ, du brauchst das natürlich immer noch, klar. Und du brauchst auch die Zeit und auch ein bisschen Kohle brauchst du auch. Wobei wir nicht viel ausgegeben haben, trotz Hotels. Und das hat mich einfach irgendwie gepackt. Wie ist denn genau die Strecke? Die ist jedes Jahr anders. Es gibt immer einen Start und ein Ziel. Und dazwischen gibt es Checkpoints, vier Stück. Und du musst dir deine Route selber planen. Und du entscheidest quasi selber, schnell und unschön. Ja, ja. Oder … Also Autobahn oder … Genau, bestimmte, da gehen die, das ist ganz cool, bestimmte Straßen, wo sie wissen, die sind gefährlich, darfst du dann nicht fahren. Da gibt es dann richtiges Roadbook und richtig viel Erklärung auch dazu, was du alles nicht einplanen darfst, damit es so sicher wie irgendwie möglich ist. Genau. Aber ja, letztendlich hängt es von dir ab. Und wir haben auch zwischendurch umgeplant, als wir irgendwie in Tschechien, das konnten wir mental … Da sind wir nämlich auf so einer Straße gelandet, die war erlaubt, aber mit irgendwie so einem Seitenstreifen, so ähnlich wie das, was Jonas da … Ja, das hört man bei Transkont, das ist manchmal so, dass du irgendwie irgendeine Strecke hast immer, wo du sagst, das ist die Hölle. Und die hatten wir eben hin und zurück, weil wir da hoch zum Checkpoint sind und wir mussten dann halt wieder runter nach Ungarn. Deswegen, da haben wir dann irgendwann echt die Höhenmeter in Kauf genommen und sind dann ein bisschen weg von der Strecke. Ja, genau. Und dann hatte ich aber gleich irgendwie, ich wollte es nicht alleine machen. Also irgendwie hatte ich alleine schon ein bisschen Respekt und habe dann eine Freundin, die Marion, gefragt, weil ich wusste, die … Also wenn sie Zeit und Bock hat, sagt die auch Ja und dann macht sie das auch. Man muss ja auch jemanden haben, der für sowas gemacht ist. Und die hat dann auch sofort Ja gesagt. Genau. Und dann haben wir angefangen, uns vorzubereiten. Damals wussten wir noch gar nicht, wie lang eigentlich die Gesamtstrecke sein wird, weil wir ja … Das ist ja jedes Jahr anders und irgendwie so richtig viele Informationen konnten wir auch nicht finden. So richtig tief waren wir in dem ganzen Thema und noch nicht drin. Und dann haben wir uns irgendwann ausgerechnet, okay, 260 Kilometer am Tag und dann haben wir einfach gesagt, das müssen wir können. Wie kommen wir da hin? Hatten von Januar, also hatten sechs Monate Zeit und haben dann eben angefangen, wir sind dann noch Red-Hook-Kriterien auch gefahren in dem Jahr, Fixi noch ein bisschen. Und haben dann eben angefangen, so die langen Rides zu implementieren, haben uns halt einen guten Plan gemacht. Und keiner hat an uns geglaubt. Also das ist auch ganz interessant. Wir haben das dann so ein bisschen erzählt, wie wir so sind, erzählen wir das ja auch. Und unsere jeweiligen Partner wussten, wie wir ticken. Die wussten sofort, das kriegen die hin, wenn alles läuft. Ja, schief gehen kann es immer. Genau, Quäntchen Glück gehört immer dazu, muss man sagen. Und ja, und dann haben wir angefangen, uns vorzubereiten. Ich habe da sehr von Instagram profitiert, habe mit Menschen geschrieben, die das schon gemacht hatten. Die Community ist sehr offen, sehr höchstbereit. Da sind wir wieder, technische Mittel, das war jetzt 2018. Genau. Da war das natürlich schon alles voll verfügbar. Ja. 15 Jahre vorher hättest du nicht Instagram ansprechen können. Genau, da war das eben so, weiß ich nicht. Dann kommst du da, das ist halt dieses Ding. Da wird dann ein riesen Geheimnis drum gemacht. Verrät dir dann auch keiner richtig? Also so. Und dann denkst du halt auch, das ist vom anderen Stern. Und letztendlich ist es einfach nur, du musst halt dafür sorgen, dass du 16 Stunden an 16 Tagen am Stück auf dem Rad sitzen kannst. Und einigermaßen vorwärts kommst. Mehr ist das nicht. Da fährt man ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie am Limit, sondern ist froh, dass… Wir sind, also kann ich ja sagen, da weiß ich schon auch so, wie die Daten waren. Wir sind eben, wir haben darauf geachtet, dass wir sieben Stunden Schlaf haben. Das war Marions Wunsch. Das ist relativ viel für Ultra. Im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht hat uns das aber durch das Rennen gebracht. Also wer weiß. Wir sind gestartet mit einer 460er Etappe. Also abends gestartet, die Nacht durch bis zum nächsten Abend. Und geendet sind wir auch mit einer 360er Etappe. Und dazwischen sind wir eben diese, insgesamt hatten wir einen Schnitt von 260 Kilometern am Tag. Achso, dann konntest du zwischendurch auch mal nur 200 fahren. Genau. Und wenn Höhenmeter waren, vielleicht auch nur mal 150 oder was auch so. Genau, weil uns wurde so gesagt, alles, was ihr am Anfang habt, habt ihr. Ja, aber das kann euch keiner mehr nehmen. Und dann einmal sieben Stunden schlafen, okay. Genau, da muss natürlich, genau, da muss man, darf man sich halt nicht verzocken. So, man darf sich natürlich, das haben auch Leute geschafft, darf sich auf den ersten 500 natürlich. Sie schütteln gleich Laktat in die Beine rein. Also wenn ich die erste Etappe 460 fahre, brauche ich dann auch gleich einen Ruhetag. Das ist ja dann auch nicht zielführend. Genau, also der nächste Tag war auch hart. Aber dann sind wir irgendwie ganz gut reingekommen. Ihr seid die 460 ohne Ruhetag gefahren. Am ersten Tag. Ja, natürlich. Ruhetag gibt es da nicht. Eine Nacht geschlafen. Nein, nein, ich wollte damit sagen, ich wollte nur beipflichten, in meiner Verfassung, wenn ich die erste Etappe 460 fahre, fahre ich nicht am nächsten Tag wieder. Genau. Und auch nicht nach sieben Stunden. Ja, und dann sind wir aber so vom Tempo her, ist das quasi ein bisschen schnelleres Tourentempo. Also du versuchst irgendwie so, und da ist natürlich je höher deine Schwelle, desto besser. Klar, je länger du irgendwie Fettverbrennungsmodus hast. Aber das ist den Puls 110 oder 120 oder irgendwie sowas. Ja, bei mir ein bisschen mehr, glaube ich, aber bei Mario. Aber so im niedrigen Bereich. Im niedrigen, aber du willst natürlich schon vorankommen. Ja, ja, okay. Also du bist so bei im Schnitt 20 bis 25. Genau. Irgendwo Tempel. Genau, also das so am Ende des Tages hatten wir den Schnitt auch mit den ganzen Höhenmetern. Reisegeschwindigkeit war zwischen 28 und 32, wenn nicht irgendwie was anderes war. Wenn nicht jetzt nicht irgendwie berghoch oder sowas ging. Genau, ja. Aber das war so eine ganz gute Reisegeschwindigkeit. Wir haben auch viel zusammen trainiert vorher. War auch klar, Marion ist zum Beispiel stärker auf der Ebenen gewesen. Ich bin ein bisschen stärker an den Bergen gewesen. Und dann passt man das natürlich an. Also ich im Windschatten bei Marion, das war eigentlich so mein Tempo dann. Aber ihr habt euch gefunden durch die Fix-Szene? Ja, genau. Wir kennen uns seit wir Fixed fahren. Ja, also das war ja auch, wo findet, also wenn man jetzt über durchgeknallt ist, ja, wo findet man denn durchgeknallt? Ja, zum Beispiel da. Naja, aber das ist ja interessant. Und sie hatte auch noch nicht die langen Strecken-Erfahrung. Genau, wir waren beide Touren gefahren. Und man muss auch sagen, dass wir beide auch so ein Talent für lange Strecken haben. Okay. Also Marion fährt jetzt auch wirklich Rennen-Ultra, während ich ja eher in die entspannte Richtung gegangen bin. Ist sie in die ganz andere Richtung gegangen, hat er gemerkt, ist voll ihr Ding. Interessant. Ja, und trainiert da auch gezielt. Wann merkt man denn wohl, dass man so für diese langen Strecken der ideale Kandidat ist? Also ich sag mal, ich persönlich bin der Meinung, es sollte dir erstmal Spaß machen. Ja, das ist. So, und so ganz grob verallgemeinert, normalerweise machen die die Sachen, die du gut kannst, auch Spaß. So. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Du musst Bock drauf haben, lange Zeit im Satten, lange Zeit mit dir selber zu verbringen. Das ist die größte Schwierigkeit von den meisten. Du bist ja nur mit dir selber da auf dem Rad. So musst du mit dir klarkommen. Da kommen Gedanken hoch, die du vielleicht lange weggedrückt hast. Und dann, ich glaube, das merkt man schon, ob man irgendwie auch physisch veranlagt ist, eher für so lange Geschichten als für Sprints. Einige sagen, komm mir bloß nicht mit irgendwie einer 100er Tour. Ich fahr mal, ich baller meine 60. Ja, aber du bist ja die Sprinterin gewesen und trotzdem machst du das. Also das ist ja trotzdem Schiff. Ja, ich bin allround, glaube ich. Ich bin jeweils das, was ich trainiere. Du bist Rugby. Ja, ich bin halt das, was ich trainiere. Also wenn ihr gute Radfahrer werden wollt, müsst ihr Rugby spielen. Dann könnt ihr alles machen. Das, was mich noch am meisten interessiert, ist eigentlich, wie man… Ich war übrigens viel in Hannover, ne? Hier, Hannover war ja eine Radfahrer. Ja, Hannover ist auch. Ja, ja, die sind haben wir nicht zwei Vereine, die immer… DRC, Germania, Viktoria… In meiner Jugendzeit habe ich sogar eine Freundin gehabt, die… Rickling, Rickling war immer mein Lieblingsverein. Ich hatte eine Freundin, die so ein bisschen verbandelt war oder in dieser Szene unterwegs war mit Freunden, die dann auch hier Rugby gespielt haben. Ja. Zumindest bei den Männern weiß ich, dass, glaube ich, zwei Vereine hier immer um die Meisterschaft gespielt haben. In ganz Deutschland. Was mich noch immer interessiert bei solchen Dingern ist, wie kriegt man das mit dem Sitzen auf dem Sattel hin? Das ist eigentlich so die wichtigste Frage. Das ist ja auch das, was bei Paris presst und solchen Sachen, wo ja Leute sagen, na gut, nach 700 Kilometern fährt man nur noch im Stehen. Wir sind Trondheim-Oslo gefahren und hatten dieses Zeichen gelernt, dass man dem Hintermann anzeigt, dass man mal aus dem Sattel gehen muss. Und war unser größtes Problem bei unserer Langstrecke. Ah, okay. Das Sitzen nach 450 Kilometern war schon Essen. Wie ist das? Man muss auch Rugby vorher spielen, dass man sagt, ja, Schmerzen sind halt da. Ich hatte keine Probleme. Also, oder kaum. Welche Salbe muss man nehmen? Also, gutes Bikefitting. Ja, aber trotzdem. Okay, gutes Bikefitting, gutes Polster. Polster passend zur Hose, also zur Hose und zum Sattel. Na, also es muss auch gut sitzen. Dann ist ganz wichtig, dass die verschiedenen Positionen, die du auch fahren wirst, getestet werden. Also, ich hatte ja einen Auflieger und konnte unten in den Dropbar greifen und konnte aber auch, ich fahre total gerne in diesem Schalthebelgriff. Ja, genau, da fahre ich eigentlich. Wobei ich beim Transcontinental Race echt ganz viel Zeit im Auflieger verbracht hatte. Und das ist was, das machen nicht so viele Sattel mit. Also, Sattel auch in einer großen Marke, die eigentlich toll ist, macht das zum Beispiel nicht mit. Da hat sich Marion dann so ein bisschen vertan, indem sie den gefahren ist. Aber du musst eben die Position mittesten. Na ja, klar. Dann muss natürlich dein Hintern so ein bisschen abgehärtet sein. Wir wissen ja alle Sitzknochen, natürlich, wenn nicht jetzt von 0 auf 100, die sind ja entzündet. Die müssen sich, klar. Dann hatten wir ganz viel Sitzcreme dabei und irgendwann sind wir auf die Sudocreme umgestiegen. Weil so viel Sitzcreme, wie wir brauchten, konnten wir gar nicht dabei haben. Die Sudocreme, das ist so eine Zinkcreme. Die gibt es überall. Aber Zink hilft ja grundsätzlich auch. Genau, Heilung. Heilung. Genau, Heilung. Und ich hatte auch eine Recovery-Creme. Also, so. Welche denn? Von Assos. Die Assos, okay. Ja, die hatte ich dabei. Hatte ich mir so ein kleines. Du brauchst nicht viel von. Also, im Grunde… Ich nutze übrigens die Assos-Darmcreme als Sitzcreme, weil ich die besser finde als diese kühlende Männer. Ah, okay, die habe ich ja auch. Dann könnte ich wahrscheinlich auch bei dem Rennen da bei euch mitfahren. Wenn ich dann eine Damencreme, reicht nicht, ne, als Mann. Aber tatsächlich habe ich bewusst die, habe ich gedacht, die war auch ein bisschen teurer, wie gesagt, und die funktioniert super. Aber zeigt mal wieder, wie bescheuert das ist, zwischen Männer und Damen zu unterscheiden. Ich habe bewusst… Funktioniert jetzt die oder die? Ich habe bewusst die für Frauen genommen, weil ich dachte, die haben ja einen empfindlicheren Bereich als ich Mann vielleicht da unten. Dann habe ich gesagt, die muss eigentlich besser sein. Und war auch ein bisschen teurer. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich… Das wiederum finde ich frech, dass die Damencreme wieder teurer ist. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Ja, damals war… Die Assos-Creme halt. Ja, ich benutze jetzt einfach die noch alle. Keine Ahnung. Ich bin komplett Montagnas-Vathias ohne Sitzcreme gefahren. Auch da, es gibt auch einen Trend dazu, eben mit ohne Polster zu fahren. Also Hygiene. Die meisten dieser Sädle-Säurs passieren aufgrund von mangelhafter Hygiene. Und du trägst die Hose halt tagelang. Ja, wir haben die jeden Tag gewechselt. Wollte ich gerade sagen, wenn du dann die nicht wäschen und wechseln kannst, das ist ja dann schon auch… Ich hatte zwei Hosen mit zwei verschiedenen Polstern. Aber ich weiß von den Langstreckenfahrer und Fahrerinnen auf beiden Geschlechtern, dass die auch gerne nur eine Hose haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist für mich ja undenkbar. Ja, ich… Also auf jeden Fall ist gar nicht auf jeden Fall. Ja, aber das machen total viele. Das ist mein Untergang. Ist es dann doch am Ende ja das Wichtigste, die Gewohnheit, dass… Ich fahre jetzt ja mittlerweile diese E-Werf-Sättel mit der Hose ohne Polster. Habe genauso wenig oder so viele Probleme wie vorher, habe aber keinen Polster mehr am Po, was besser atmen kann am Ende des Tages. Ja, genau. Und du kannst sie besser durchwaschen, theoretisch. Genau. Und die ist ja theoretisch, wenn ich eine zweite Hose mitnehme, passt die in meine Faust. Ja. Oder theoretisch sogar in die Trikotasche. Ja. Das ist ja ganz, ganz, ganz witzig. Und bin damit zufrieden auch. Wird wahrscheinlich auch nicht jedem passen. Ich bin natürlich auch… Habe jetzt auch den E-Werf-Sattel, weil der extra dafür gemacht ist, ob das jetzt mit einem anderen Sattel auch funktionieren würde. Ob er gepolstert ist, habe ich noch nicht getestet. Habe da auch… Und da bin ich auch so, wo ich sage, naja, ich weiß, bin noch nicht so schlüssig. Ist es besser mit oder ohne Creme? Habe jetzt mich wieder für mit Creme, habe eine Zeit lang das auch ohne gemacht. Also auch Großglockner, sieben, acht Stunden rumgefahren ohne. Ein bisschen das Gefühl, dass es mit Creme doch besser ist. Aber ich glaube, wenn man wirklich über mehrere Tage hinwegfährt, kann ich mir vorstellen, dass es ohne Creme wieder besser ist, weil die Haut ja dann doch vielleicht auch von alleine regeneriert oder es gelernt hat, von alleine zu regenerieren. Kann ich halt nicht sagen. Aber bist du jetzt… Also, ich wollte das mal ausprobieren. Ja, und war das erfolgreich oder würdest du im Nachhinein sagen, doch lieber Creme? Nee, war super. Ich hatte keine mehr da und habe dann mir so eine Ringelblumencreme mitgenommen. Die hatte ich noch, kann man ja auch mal benutzen. Gibt es von DM. Genau. Die kennt auch jeder, Ringelblume von DM. Wir machen hier keine Werbung für DM. Genau, die hatte ich einfach dann noch schnell eingesteckt und das war gar nicht so richtig geplant. Und also, was so ein bisschen so in der Ultraszene jetzt so, gibt ja immer so Trends oder wie man, großen Ultrafahrer machen das dann so, dass man eben nicht mehr während des Fahrens cremt, wenn man sich braucht. Also, ich würde immer cremen, also bevor man sich wunden hinterholt, einfach immer cremen, aber es eben nicht braucht, dass man eher nachts dann cremt, also quasi zur Heilung. Zur Regeneration, okay. Genau. Dann natürlich auch idealerweise lüftet, also je nachdem, wo man da übernachtet, immer unten rumfrei. Okay. Das ist auch sehr von Vorteil. Naja, kann ich mir vorstellen, klar. Genau. Naja, also ich weiß das ja auch von den Leuten, die da viele rudern über den Atlantik und so, die müssen dann auch mal zwei Tage nackig rudern. Ja, ja. Damit einfach Luft. Ja, natürlich, genau. Dann auch bei Frauen würde ich jetzt davon abraten, vor so Natur zu rasieren, zumindest Nassrasur. Ich weiß nicht, welche Männer das angeht, vielleicht auch nicht. Also eingewachsene Härchen, wenn man jetzt mal ganz offen darüber redet, das kriegst du ja auch nie wieder so richtig weg dann irgendwie so. Genau, Hygiene und … Aber Haare weg ist ja grundsätzlich eigentlich die bessere Idee, finde ich, glaube ich, für das Sattelsitzende. Weiß ich nicht. Da wäre ich auch unsicher. Kürzen vielleicht. Okay. Aber so, ja, weil dann hast du halt diese offenen Stellen, ne? Und da, ja, also würde ich jetzt auf jeden Fall so empfehlen. Und genau, und dann eben auch testen, ne? Der richtige Sattel, also ein guter Bike-Fitter oder eine gute Bike-Fitterin kann da ja helfen. Manchmal funktionieren, das habe ich ja von vielen schon gehört, dass Sattel nur temporär funktionieren. Du nimmst einen Sattel, kommst da mit einem Jahr gut zurecht und irgendwann nicht mehr und musst den nächsten nehmen. Habe ich auch schon oft gehört. Oder es hängt vom Rad auch ab. Der eine, der Sattel funktioniert auf dem einen Rad super und dann auf einem anderen auf einmal nicht mehr. Aber oft ist da auch der Grund, dass die Leute andere Hosen fahren. Und so ein Polster ist auch irgendwann durch, ne? Ja. Also wenn ihr eine gute Hose habt, mein Tipp, kauft sie euch dreimal und wechselt durch. Weil ihr wollt nicht auf einmal nicht mehr die Hose haben und dann gibt es die andere nicht mehr, sondern dann lieber … Genau, tatsächlich ist es, wenn ich ein bisschen was vom Bike-Fitting dazugeben kann, es ist oft, Mensch, das war alles immer super. Und wenn man dann mal ganz genau analysiert, ja, seitdem ich die andere Hose habe, die ist gar nicht so super. Und witzigerweise kann ich auch mal so sagen, ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, manchmal hat es gar nichts mit dem Preis zu tun. Also nur, weil eine Hose 280 Euro kostet, ohne irgendeinen Markennamen droppen zu wollen, dann muss das nicht automatisch perfekt sein. Ich meine, es kann tatsächlich sein, dass du mit der Halbse oder einem Viertel des Preises Hose irgendwie besser zurechtkommst. Manchmal ist es halt so, dieses Zusammenspiel, Hose, Hintern, Sattel. Also die Kombination ist es dann eben auch. Und du hast es richtig gesagt, ne? Hast du eine Hose, die super funktioniert für dich? Leg dir noch eine in den Schrank. Und auch den Sattel. Also ich fahre den Sattel tatsächlich auf allen Rädern von mir. Ich habe den fünfmal mittlerweile. Welchen denn? Ergon-Bike, den Pro-Women irgendwie. Gibt es ja eine Rennrad- und Gravel-Variante, aber halt die Rennrad-Variante ist super, ja. Und für Damenfrauen würdest du auch tatsächlich sagen, am ehesten die Damensättel ausprobieren oder hast du auch mit Männersätteln schon gut erwartet? Habe ich auch schon, bin die früher auch gefahren, aber, also was heißt Frauen-Männersattel? Manchmal sind es ja Unisex-Bezeichnungen. Wir haben so ein bisschen mitbekommen, also wir reden da ja auch, das ist auch wieder ein Thema, ne? Wenn Frauen unter sich sind, kann man sich dann auch mal solche Themen so ein bisschen… Kann man da auch mal öfter drüber reden als mit Männern, ne? Genau, dass wir jetzt hier über Ditz-Probleme… So nicht so ganz vorsichtig mit Rasieren, Rasieren. Ja, aber soll ich dir was sagen? Ja, aber wir reden darüber, andere würden das jetzt nicht machen, ne? Ja, aber was wir Männer untereinander reden, wollt ihr auch nicht wissen. Ach. Aber das ist ja auch gut. Ja, ja. Das ist ja auch gut, aber… Was man auch nicht vor einer Frau sagen würde. Ach, Ingo, was erzählst du denn da? Naja, aber ich finde das schon auch, also, ich meine, ich bin da jetzt mittlerweile geübt, ich spreche über relativ viel, hätte ich früher auch nicht gemacht. Habe ich in deinem Podcast auch ab und zu schon mal gehört, dass ihr über solche Themen geredet habt. Also, ich bin da ja völlig leidenschaftslos, weil in Bikefading hast du eh schon alles gesehen und gehört. Ja, das ist aber auch nochmal was, da hast du, glaube ich, auch nochmal eine andere Erfahrung, die… Weil wenn du ein Problem hast, musst du es schon aussprechen. Ja, aber das ist ja tatsächlich so, wenn man mal ein peinliches Problem oder zumindest an einer Stelle ein Problem hat, die sonst nie gesehen wird oder über die sonst nicht gesprochen wird, was auch immer. Das kann immer irgendeine Problematik, kann eine Hämorrhoide sein oder sonst wie. Aber wenn du es mit jemandem besprichst, dann hast du wenigstens, und der habe ich auch schon gehabt und das und das hat geholfen, dann hast du ja auch eine Lösung parat. Genau. Wenn du nicht gefragt hättest oder was auch immer, dann… Der Einzige, den man ja sich traut zu fragen, ist ja den Arzt im schlimmsten Fall. Genau, und die haben halt auch nicht immer Ahnung dann, ne? Aber der hat halt vielleicht keine Langstrecken-Bikepacking. Ja, ja, ja. Genau, der sagt dann, fahren Sie mal nicht mehr Fahrrad. Ja, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß noch ein Buch aus meiner, also nicht, auch jetzt schon 30 Jahre her, Hubert Schwarz fährt um die Welt. Was war seine Lösung für Sitzprobleme? Musst halt ein Cuttermesser mitnehmen. Also nicht das Ding am Hintern aufstechen, sondern den Sattel ausschneiden. Habe ich auch alles schon gesehen und gehört, aber ich habe auch schon so Geschichten gehört von ehemaligen Radsport-Bundesliga-Fahrerinnen, die als Juniorinnen sich ein Schnitzel da reingelegt haben. Ja, ja, die Geschichte kenne ich auch von früher, dass es angeblich so ein Stück Fleisch sich dazwischen gelegt hat. Unglaublich. Ja, also ich denke mal, da sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen weiter. Nicht nur die Veganer hier unter uns. Vegetarier. Ihr beide vegan, ich Vegetarier. Ja, guck immerhin. Immerhin. Aber länger als ihr beiden. Ja gut, weiß ich nicht. Seit wann? Ich bin auch schon ziemlich lange vegetarisch. Ich bin seit 42 Jahren vegetarisch. Okay, das ist richtig lang. Wow. Aber das geht hier kein weiteres an. Also als ich Vegetarier geworden bin. Gab es noch gar keine Vegetarier. Das gab es gar nicht. Dann hat die erfunden. Ich habe die erfunden. Und was Dissen angeht und also ich wollte das nur nicht vorhin einflechten und gehänselt werden und Mobbing und du musst dich mit körperlicher Gewalt behaupten. Weil du irgendwann die Schnauze voll hast, darüber zu reden. Das kann ich ja auf einer anderen Ebene. Tatsächlich kann ich es nachvollziehen, wo du sagtest, Hautfarbe oder Behinderung oder so. Du hast dich ja, also ich habe mich ja früher gefunden, also das ist ja tatsächlich an der falschen Stelle eigentlich, wo du ja schon denkst, Mist, ich bin nicht normal. Ich bin krank im Kopf. Oder das, was du vorhin meintest. Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Das ist nicht mein Thema, mein Hauptthema. Aber ich kann mich wirklich reinfühlen in jemanden, der sagt, ich weiß nicht, in welchem Körper ich eigentlich stecken soll. Oder in dieser Problematik sind. Denn als ich Kind war, war ich, ich mache es auch kurz, damit das ja nicht hier langweilig wird. Ja, wenn du der einzige Typ bist, den ist hier in diesen, du hast ja das Gefühl, es sind ja 70 Millionen normal, nur du nicht. Also das, also ich kann, also ich kann das 100% nachvollziehen. Und wir kamen jetzt aber weg vom Thema. Jetzt wieder zu guter Laune, nämlich zu, das waren jedenfalls Zeiten, wo es noch war. So ein Schnitzel in der Hose, da waren wir schicken. Schnitzel in der Hose, das war ja. Heute gibt es ja mittlerweile vegane Schnitzel, immerhin. Ja, genau. Dann lege ich mir aber trotzdem kein veganes Schnitzel in die Hose. Ja, das wäre es noch, wie so ein Beyond-Burger am besten, aber der zerbröselt dann. Also, also du hattest jetzt, um das jetzt wirklich wieder die Kurve mal zu kriegen für diese Langstreckensache, wo wir ja sofort drauf anspielen, hatten wir auch in dem Paris-Bresse-Paris-Progress, wie kann man nur so lange auf dem Fahrradsettel sitzen? Und das war jetzt kein Thema von euch, ihr habt das halt einfach, gute Hygiene, fasse ich zusammen, immer Hose gewaschen, gewechselt, gecremt bis zum Umfallen. Aber jetzt in der Vorbereitung, habt ihr da die Probleme gehabt und vielleicht dadurch schon gelöst, ist, dass ihr da euch dran adaptiert habt. Also da seid ihr ja auch mal 200 Kilometer, drei, vier Tage hintereinander gefahren. Genau. Und tauchten da denn mal Probleme auf, dass ihr dann sagen musstet, wir müssen das lösen? Ja, also eine von uns, ich will jetzt keine Namen nennen, die hat mal aus Versehen, die war, also Marion ist echt tough und die kann auch viel einfach so, das stört die dann nicht. Also ähnlich wie ich auch mit Schmerzen, okay, ist dann halt so, fährt man halt mit weiter. Dann hat sie auf unserer Tour auf den Brocken und zurück, da hat sie morgens ihre Hose falschrum angezogen gehabt. Hat sie aber nicht gemerkt und aber auch nicht gecremt oder so, braucht sie ja nicht. Und da hat sie, glaube ich, zum ersten Mal Bekanntschaft damit gemacht, dass es auch wehtun kann. So, ne, das war so eine, so eine tatsächlich Esculär-Pose mit dem sehr dünnen Polster, da hat man das nicht direkt gesehen. Krass. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Krass. So, es passiert halt, es ist halt morgens irgendwann fünf los, so. Hamburg-Brocken-Hamburg. Genau. Das ist ja super. Ja. Wir haben eine ganz tolle Tour auch. Ja, ja. Also Samstag hin, Sonntag zurück, irgendwie, weiß nicht, 280, also um auch so die Etappenlängen zu simulieren, haben wir das einmal gemacht, auch mit den Höhenmetern, haben dann gemerkt, wir brauchen irgendwie eine leichtere Übersetzung. Ich wusste das vorher, bei mir war das so, ich hatte eigentlich, die Theorie war da. Ich wusste quasi alles, was ich mir so zusammen recherchieren konnte, aber ich musste ja irgendwann entscheiden, was machst du und was nicht. Also wir hatten einfach nur sechs Monate und ich habe dann immer so Sachen angesprochen, wie wir brauchen eine leichtere Übersetzung. Letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, als wir den Brocken hoch sind und einfach klar war, ja, reichte einfach nicht, Gänge reichten nicht, solche Sachen. Oder ich hatte mal auch schon vorher ein Knieproblem durch einen Sattel, der zu weit hinten war. Genau, so rum war es. Und das kam dann eben im Rennen auch wieder. Das war genau der gleiche Schmerz. Da habe ich allerdings so ein bisschen unter Stress gestanden und eben nicht eine Schraube festgezogen, sondern eben nicht zwei, sondern nur eine. Ganz blöd, irgendwie musste sich die andere auch gelöst haben und es hat vier, fünf Tage am Stück rutscht eben dieser Sattel immer nach hinten. Das heißt, ich hatte vier, fünf Tage diese Knieschmerzen. Weil du einfach viel zu weit hinten warst. Genau, weil ich nicht die, ich hätte einfach mal einmal die Seatpack abmachen müssen, richtig fest und wieder ran. Auch daraus gelernt. Aber ich wusste, ich kannte diesen Schmerz und wusste, wie ich das tapen muss und wusste, das kann ich wieder wegpedalieren. Wie ärgerlich. Ja, genau. Also man hätte ja einfach nur den Sattel nach vorne machen müssen. Genau, aber das sind auch so Sachen im Team. Du willst natürlich das Team nicht aufhalten, bist eh schon langsamer, weil Knieprobleme, dann willst du jetzt nicht auch noch und dann manchmal, dann machst du eben wieder schnell, schnell und wieder weiter und weiter und Hauptsache kommst irgendwie weiter, anstatt einfach zu wandern, weiß ich nicht, lass es fünf Minuten gewesen sein, einmal die Tasche ab, einmal richtig angucken, was das Problem ist. Und das sind so Sachen, das ist irgendwie, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die wir dann einfach vorher nicht gemacht hatten, dass irgendwas richtig schief geht und man sich richtig, aber dann sind irgendwie, Marian hatte eine Schraube von ihrem Glied verloren und hing dann, der Schuh hing quasi im Pedalfessel und die musste ja aufhebeln und dann wussten wir, Marian, ja, ich fahre da jetzt mit bis nach Griechenland, ist mir egal. Und dann habe ich gesagt, okay, da hatte ich nämlich das mit dem Knie schon hinter mir, wir gucken uns jetzt einfach ein YouTube-Video an, dann habe ich das entsprechende YouTube-Video gefunden, aufgehebelt, easy, Schrauben hatten wir dabei, weil wir waren ja vorbereitet. Wir waren also so ausgestattet, dass wir ankommen. Wir hatten ein bisschen mehr dabei, wir hatten zum Beispiel sogar extra Speichen dabei. Okay. Ja, aber du hattest ja auch den Podcast mit Jonas Deichmann, wo wir ihn auch hatten und das, das muss einem klar sein, es, und das, das ist auch allen klar, aber wir sagen das sehr, es werden Sachen passieren, auf die du nicht vorbereitet bist und du musst jetzt schon wissen, dass du improvisieren werden musst. Genau. Es wird etwas sein und bei dir war es die Klemme mit den Knieschmerzen, bei ihr war es dann das mit dem Glied, aber es kann eben auch sein, dass du drei Tage einen platten Reifen hast, bis Ersatz irgendwo zu finden ist. Also du musst, das muss man vorher, und das ist eigentlich für mich auch wichtig, weil ich jetzt ja auch ein paar Sachen plane, du musst damit rechnen, es wird irgendwas passieren, auf das du nicht vorbereitet bist, egal wie viel du einpackst, egal wie viel du liest, egal was du tust, es wird irgendwas passieren. Ja, und Jonas hat das ja auch, der hat ja nach diesem Film immer noch so eine Fragerunde beantwortet, das hat sich auch aufgenommen, weil ich das so spannend fand, der bereitet sich, der sagte, früher dachte er immer, er muss 100% ready für das Projekt und dann sagte er, aber man kann, also gerade dieser Triathlon um die Welt hat einfach gezeigt, der konnte ja gar nicht so, also er kann schwimmen, aber der hat jetzt nie schwimmt trainiert, großartig. Und er meinte einfach, ja, das kommt dann halt im Projekt und du kannst, genau wie du sagst, ne, du kannst eh nicht auf alles vorbereitet sein und bevor du es dann nicht machst, so, dann, genau, 90% oder so, meinte er. Und war das das gleiche Feeling bei eurer Langstreckentour, Transcontinental, hattest du das Gefühl, du hast 90% vorbereitet? Ja, also nach meinem Geschmack, ich bin ja schon eine Planerin und ich habe dann auch einfach eine Familie zu Hause und für mich gab es so ein Mindestlevel, was ich an Vorbereitung haben wollte, einfach aus Sicherheitsgründen auch. Marion hatte gesagt, mehr Vorbereitung, das wäre für sie nicht gegangen, dann wäre sie einfach mental raus gewesen. Weil die Vorbereitung schon zu anstrengend ist. Genau, weil ihr das zu anstrengend, auch, ne, man hat ja auch andere Themen noch im Leben und so, also ich, wir waren schon ziemlich gut vorbereitet, ich hätte, was die Routenplanung angeht, würde ich nächstes Mal noch mehr, noch besser machen. Ach ja? Aber ja. Naja, weil du natürlich jetzt auch fitter geworden bist mit der ganzen Planung. Ja, weil die auch einfach, ich meine, es macht einfach einen Unterschied, ob man eine halbwegs gute Route fährt und unsere war so 90%, aber es waren halt so ein paar. Auf der anderen Seite, es war das, was wir geschafft haben. Ne, also dann bin ich wiederum auch bei Jonas und sag hier, ja, irgendwie, man muss ja auch für die letzten 10 Prozent, wissen wir ja alle, brauchst ja nochmal so viel Zeit wie für die ersten, 20, 80 ist es glaube ich, sagt man so, ne, aber wie für die ersten 80 Prozent, deswegen. Wie viel, jetzt habe ich irgendwie mitbekommen, dass du ja auch mental coachst und solche Sachen, inwiefern hat dir das weiter geholfen bei, 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 bei solchen Geschichten? Genau, also man muss dazu sagen, ich habe die Ausbildung nach dem Transcontinental gemacht. Hat danach erst, dann hat dir das ja vorher nicht viel geholfen oder du wusstest es schon? Ich, es ist so, dass ich ganz viel konnte aus meiner, so wie ich den Sport, ich meine beim Rugby, du musst mental stark sein, sonst brauchst du gar nicht aufs Feld zu gehen. Wenn du es, also das war einfach von Anfang an drin, also Dominanz, Gegner dominieren und auch durchziehen, das musst du einfach können beim Rugby und ich glaube, da habe ich ganz viel mitgebracht, konnte, bin dann aber ganz viel gefragt worden, wie ich das denn eigentlich alles gemacht habe, so wie, 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 wie kannst du das, wie kannst du so lange auf dem Rad sitzen, wie kannst du sowas durchziehen, wie kannst du mit Knieschmerzen fahren und wollte dann gern den Menschen auch helfen, aber hatte im Grunde keine Tools an der Hand. Also ich habe zwar die eigene Erfahrung gemacht, aber jemandem anderen zu helfen, die Ressourcen bei sich zu aktivieren und sowas aufzubauen, ist eben nochmal was anderes und dann habe ich die Ausbildung gemacht und genau seitdem helfe ich so ein bisschen. Das heißt, du machst Coaching und auch richtig für Profiradsportler oder ambitioniert? Ja, genau, also teilweise so Profiradsport bin ich jetzt gerade nicht mehr so unterwegs, also tatsächlich in so Bikepacking, Gravel-Bereichen, ja. Und was sind da so, hast du da auch Erlebnisse, wo du gemerkt hast, das hat richtig was gebracht oder von deinen Athleten sozusagen? Ja, also ganz viel, also ganz große Themen sind immer Druck, Vergleich, sich freimachen wollen von irgendwie vergleichen, ganz viele Menschen leiden darunter, dass irgendwie sie auf Strava sind und da immer verglichen wird und kommen da aber nicht von weg und wollen da aber gerne weg. Also so ganz… Aber das ist ja relativ einfach. Das ist eben nicht so einfach. Lass die Sachen doch einfach privat. Ja, mache ich auch persönlich. Guckst dir doch es nur selber an. Ja, aber ganz viele, für ganz viele ist dann so eine Plattform auch gleichzeitig ein großer Teil ihres Sportes. So, also sie haben da ja auch soziales Netzwerk zum Beispiel. Deswegen bin ich ja so gern auf Komoot, weil es da eben da nicht drum geht, ne? Stimmt. Ich kriege positives Feedback, weil ich schöne Bilder mache, so, ne? Oder so, das finde ich so angenehm. Aber ich habe das auch erfahren, also, dass da sich auch viele mit mir verglichen haben. Ich habe das selber gar nicht gemacht. Auf einmal kriege ich irgendwelche Nachrichten, weil ich vielleicht mal eine Woche nichts hochgeladen hatte und dann wärst du überhaupt noch. Dann hat man es auf Privat, dann wurde einem unterstellt, man würde heimlich trainieren. Also ganz dumme Sachen. Das ist ja auch dumm. Naja, aber genau. Aber Strava ist ja tatsächlich, sehe ich auch so. Man darf das nicht unterschätzen und es ist ja, es liegt ja auch nicht an der Plattform. Nö, nö. Also ganz ehrlich, man muss eben selber auch wissen, auf welchen Plattformen man unterwegs ist. Aber das ist doch genau das, was ich sagte. Wenn ich Facebook mache, verliere ich meine Zeit in Facebook, das will ich oder ich muss halt Abstand davon nehmen. Es ist ja nicht, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, so kompliziert ist es ja gar nicht. Will ich das jetzt oder will ich das nicht? Ja, aber oft motiviert dich ja auch so eine Plattform. Also viele kommen dann halt doch nicht von weg, weil eben sie sich da inspirieren lassen, auch andere Touren sehen, irgendwie sind bei einem Group Ride dabei, da willst du auch nicht die einzige Person sein. Die dann nicht hoch, also da spielen so ganz viele Dinge eine Rolle. Ja, ist ja trotzdem mal interessant. Genau und auch unabhängig von Plattformen gibt es da den Vergleich. Also Menschen haben irgendwie eine ganz große Schwierigkeit, sich frei davon zu machen und das hat bei einigen, führt das zu einem so großen Leistungsdruck, dass die dann zu mir kommen. Das ist so das eine, das sind so Problematiken oder Stürze, die noch nicht verarbeitet worden sind. Da gibt es auch bestimmte Techniken und dann aber auch einfach so, dass ich eben, sie bereiten sich auf eine große Sache vor, auf ein großes Event und wollen eben diesen extra Support noch haben und da eben für sich Techniken entwickeln, um dann sowas durchzustehen. Schade, dass wir in diesem kurzen Podcast keine Zeit haben, aber Stürze, da müssen wir uns nach dem Podcast darüber unterhalten. Es gibt ja immer noch die Stelle, wo ich nicht dran vorbeifahren will. Ja. Also es ist ja tatsächlich… Aber was macht, was sind denn da Techniken? Naja, haben wir dafür, gibt es da irgendwas Plattes, was du im Podcast mitgeben kannst oder ist es halt auch nicht einfach? Nee, es ist nicht, man müsste sich das genau angucken. Das kann auch vielleicht ganz oft, also ist es auch so, dass es auch so in so Lebensthemen übergeht. Also ich mag Live-Coaching und so, klingt immer irgendwie, eh Coaching, finde ich eh immer schwierig, in was für eine, ja, womit das assoziiert wird so, aber viel sind dann auch Themen und das müsste man sich ganz genau angucken. Vielleicht liegt das gar nicht unbedingt an dem Sturz, ne? Also, aber wie gesagt, das wäre, könnten wir mal machen. Alles, weil nur, wenn du das eben so gesagt hast nebenbei, wo ich auch denke, ja, das mit dem Strava wäre jetzt, schalte ich halt auf Privat. Genau. Also, ich bin ja auch Zuhörer des Podcastes, wo du erzählst, wo ich immer denke, das Problem von Strava gibt es ja gar nicht. Also ich mache das oder mache das eben nicht. Ja, Mist, beim Sturz ist es ja ein Problem, was ich nicht lösen kann, was ich ja mit mir selber nicht löse. Also ja, jeder hat so seine Problemchen, der eine da und der andere woanders, klar. Ja, denke ich aber jetzt erst drüber nach, wo du sagst. Ja, 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 also man muss natürlich auch nicht aus jedem, es gibt auch Coachings, also wie gesagt, die sagen einfach, hey, ich bereite mich in allen anderen Bereichen gut vor, ich möchte eben auch den Mentaltrainingsbereich ein bisschen mit abbilden und dann gibt es so Visualisierungen, also ein ganz, ganz, ganz plumpes Beispiel für Sportmetalltraining. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Coaching und Training. Training sind einfach Dinge, die ich dann beibringen kann, sozusagen, die bei mir lernen könnt. Das ist zum Beispiel, dass man ein Zeitfahrparcours, der eine bestimmte Länge hat oder auch so ein Red Hook Parcours, dass man den mithilfe von einem Video und wir nennen das quasi eine Art Plan, Drehbuch mehr oder weniger, dass man das vorher trainiert. Und dann hat man diesen Parcours eben hundertmal mehr als alle anderen trainiert. Zwar nicht physisch, aber mental. Könnte man denn jetzt trainieren? Also provokativ ein bisschen, weil ich ja weiß, das könnte schon passiert sein. Man fährt zu zweit, dieses Transcontinental, es sind 4000 Kilometer und du hast es ja vorhin auch selber gesagt. Es könnte ja nach Tag sieben sein, dass man irgendwie mal auch nicht gut drauf ist. Und dann schreit man den anderen an und das ist halt einfach so, weil das mal so ist. Wer kennt diese Lebenslagen nicht? Kann man denn im Coaching was machen, wo man sagt, wenn das so ist, muss ich diesen Mechanismus gehen, damit ich eben den anderen nicht ohne Grund anschreie? Der kann ja gar nichts dafür, dass bei mir gerade der platte Reifen ist. Genau, also Vorbeugen ist natürlich, also sowas passiert ja oft, also die meisten kriegen schlechte Laune, wenn sie nicht genug essen. Ja, also das ist wirklich Hangry sein, da habe ich schon Menschen erlebt. Ach, das ist ja so. Ja, also so richtig und zwar so richtig, die brüllen dich dann an. Weil sie nichts mehr zu futtern haben. Weil die unterzuckert sind. Ja. Die wären wie ein anderer Mensch. Kommt zu wenig am Gehirn an. Ja, ich, ja. Wahrscheinlich. Da, die werden, also du erkennst die echt nicht wieder. Ah ja. Ja, Hangry. Hangry, ja. Ach, Hangry ist das, jetzt verstehe ich das Wort erst, das ist ja geil. Das muss ich mir merken. Kann einem auch so passieren. Das ist das Codewort für den Podcast heute. Ja, also wenn ihr merkt, also das ist zum Beispiel eine Sache. Das Codewort für unseren Podcast ist Hangry. Aber das ist zum Beispiel, ich kann jetzt nicht quasi die Antwort auf deine Frage sozusagen, aber du kannst vorher so, wenn, dann Pläne schmieden. Wenn, dann das. Wenn ich merke, ich kriege schlechte Laune auf dem Rad, ich fange an, Dinge in Frage zu stellen. Dann, erster Schritt, was essen. Zweiter Schritt, mein Anker, den ich mir vorher gebaut habe. Also man kann positive Erlebnisse mit Ankern verbinden und es reicht dann quasi darauf zu gucken und dieses positive Erlebnis kommt in dein Gehirn an und du hast gute Laune. Das kann man über Gerüche, das kann man über Begriffe machen, je nachdem, was halt passt. Aber man kann auch einen Aufkleber hinkleben, arbeite ich viel mit. Also muss man natürlich wissen, einige im Wettkampf mögen das nicht, wenn andere sehen, dass da irgendwo was ist. Aber du kannst eben, oder Tennis zum Beispiel, zweimal gegen das Bein schlagen. Das sind alles Ankertechniken. Damit wird was hervorgerufen. Aber da kann ich, ach stimmt, da kann ich mich auch mal coachen lassen. Da bin ich auch mal schön oder ärgere ich mich, wenn ich drei Bälle... Gut, dass ich daran nicht beteiligt bin, in dem Sport. Ich habe jetzt die ersten Punktspiele hinter mir, die erste verkackt, aber immerhin jetzt das zweite Mal gewonnen. Bei Ingo könnte ich mir vorstellen, der Second John McEnroe. Müsst ihr mal beobachten, wenn ihr mal SportlerInnen beobachtet, gerade beim Tennis, Golf, was die so für Rituale haben. Also wie gesagt, da gibt es... Naja, Nadal, der macht bei... vor jedem Aufschlag macht der so, so, so. Also da würde ich ausrasten als Gegner schon. Der macht immer das Gleiche und der macht wirklich mit seinem Schweißband irgendwas und so. Der hat einen Ablauf von zehn verschiedenen Sachen, wie er den Ball nimmt, wie er den auftippt und so weiter. Und wann er den in die Tasche steckt, zehn verschiedene Sachen, um dann seinen Aufschlag zu machen. Ja. Richtig krass. Und das wird alles geplant so sein. Beim Tennis zum Beispiel ist das Wichtige, dass du dich quasi zwischen den Sätzen und auch zwischen diesem Ball wechseln, wenn du ein langes Match hast, so, dass du zwischendurch so quasi ausschalten und Pausen machen kannst. Dass du nicht die ganze Zeit irgendwie da voll da bist, weil das hält deinen Körper nicht durch. Diese permanente Anspannung. Also du willst ja da sein und auch dahin kann man sich coachen, dass ich am Start des Rennens oder wenn es um die Wurst geht sozusagen, dass ich da bin. Aber genau so möchte ich eben auch runterkommen können, wenn ich diese Aufmerksamkeit gerade mal nicht brauche. Weil kein Mensch, ich kann nicht, 16 Tage am Stück bei einem Transcontinental Race voll da sein. Klar. Oder drei Stunden in einem langen Tennis-Match. Ah, okay. Manchmal dauern die ja richtig. Oder ein Turniertag. Du musst dir irgendwo… Und das sind alles Themen. Und das ist was, da fängst du dann an, da guckt man, was ist irgendwie gerade akutes Thema. Meistens fängt man mit sowas an und dann arbeitet man sich da Stück für Stück voran. Das ist wie ein Training. So hat auch, also Mentaltraining hat auch, kannst du wirklich an den normalen Trainingszyklus anpassen, machst irgendwie in der Vorbereitung, machst du eher so vorbereitende Sachen, dann guckst du, überprüfst du die, dann funktionieren die, dann justierst du nochmal. Dann gibt es aber auch eine Off-Season sozusagen, wo du dann das sachen lässt. Krass. Ja, dann würde ich jetzt mal rüberspringen, weil wir ja über deinen Coaching-Job, das ist ja auch ein Teil deines Brot-und-Butter-Verdienstes, ein Teil deiner Selbstständigkeit, gehe ich mal von aus. Das machst du ja dann auch erst zwei, drei Jahre, oder? Genau. So wie der Podcast. Genau. Also jetzt hier, die Plattform ist für dich. Ich mache genug Werbung. Und es ist ja jetzt so, du hast ja schon mal so ein bisschen angerissen, dass du wieder zu dem Podcast gekommen bist, weil du nach dem Transcontinental viel zu erzählen hattest und viel gefragt wurdest und das ja, statt einen Blog zu schreiben, einfacher ist zu quatschen, auf den ersten Blick zumindest. Erstmal, was hast du vorher gemacht beruflich, wenn du das überhaupt sagen möchtest? Und das Zweite ist dann, hättest du gedacht, dass der Podcast irgendwann vielleicht sogar dein Hauptstand sein ist, was ich glaube, was er jetzt mittlerweile ist, glaube ich. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also im Grunde habe ich nach dem Transcontinental Race so ziemlich viel in Frage gestellt. Also das darf man halt auch nicht unterschätzen, sondern Rennen macht halt auch was mit einem. Also ich war quasi fast drei Wochen in einem Race-Zustand. Das ist eine Krise auch auf eine Art für den Körper so. Und da kann man natürlich unterschiedlich mit umgehen. Also, ne, aber nicht selten bewegt das irgendwas im Leben mit einem. Und davor, ich habe sehr lange studiert, verschiedene Dinge. Kunst und Englisch auf Lehramt zum Beispiel und auch Psychologie. Und genau, das Psychologiestudium habe ich da auch schon gemacht gehabt. Vielleicht ein paar Sachen, klar, habe ich da auch schon. Also auch gefinisht? Ne, das Psychologiestudium habe ich nämlich dann, als ich wiedergekommen bin. Und ich, also der Grund, das Studium zu machen, war schon der, dass mich Sportpsychologie interessiert hat. Also ich habe mich schon sehr für die Themen vorher schon interessiert. Aus deinem Wettkampfhintergrund wahrscheinlich auch. Und ja, genau. Und weil, also was ich halt auch, und das habe ich ja selber als Sportlerin auch so ein bisschen erlebt, dieses, wer bist du eigentlich, wenn du nicht mehr Athletin bist, wenn du nicht mehr Leistungssportlerin bist. Was ist eigentlich mit dir diese Identität? Weil klar, wir können jetzt alle sagen, das ist toll, Leistungssport und Heldinnen und so weiter. Aber da kommt auch einiges zu kurz. Also ich habe auch selber viel erlebt. Ich sage mal, ich scherze da jetzt drüber, mir tat immer alles weh. Aber ich habe wirklich 20 Jahre lang meinem Körper jetzt nicht unbedingt gut getan mit der Sportart. Beim Fahrradfahren war es dann so cool. Ich war den ganzen Tag unterwegs und mir tut nichts weh. Bis auf die ersten Hinterprobleme am Anfang. Aber das war so völlig neu für mich. Das kannte ich gar nicht. Und so habe ich auch irgendwie so mein Leben gelebt. Immer, 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 immer noch mehr und noch dies und noch das und Studium und Kinder und Leistungssport. Also viel gemacht immer. Und als ich dann genau zurückkam, habe ich so ein paar Dinge hinterfragt in meinem Leben. Und unter anderem bin ich auch über diese Sport-Mental-Trainer-Ausbildung gestolpert. Ich hatte da nochmal geguckt, weil ich schon gemerkt habe, dass es im Studium irgendwie noch nicht so richtig dran kam. Also auch Coaching-Tools muss man eben separat machen. Und habe dann überlegt, eigentlich ist das ja genau das, was ich machen möchte. Brauche ich denn das Studium überhaupt dafür? Und habe mich letztendlich dann entschieden, einfach die Ausbildung zu machen. Und die dann beendet. Und dann habe ich irgendwann auch mein Studium, also beendet sozusagen, also nicht beendet, aber abgebrochen. Ja, ja. Genau. Und gleichzeitig habe ich diesen Podcast gestartet. Und witzigerweise hatte ich mich immer vorgestellt, ich setze es dann da und erzähle dann einfach. Hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Weil das bin ich überhaupt nicht ich. Und dann saß ja, das ist ja so ein bisschen die Geschichte, dann hatte ich irgendwie schon so meine ersten Mikrofone, noch so ganz einfache Ansteckmikrofone und so ein kleines Aufnahmegerät und dann lag das da wochenlang. Und naja, und dann hatte Björn Lehnhardt mich angeschrieben. Ja, auch ein großer Ultra-Cyclist, der so einer der ersten, der auch ganz vorne beim Transcontinental mitgefahren ist. Und der wollte irgendwie, der ist die Transkimbriker gefahren und wollte irgendwie, hat gefragt, ob wir uns danach auf einen Kaffee treffen wollen, kennenlernen. Wir haben uns beim Transcontinental kennengelernt. Ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Aber am Start ist er dann irgendwie, na und ich habe gehört, ihr seid so zwei aus Hamburg, zwei Frauen, hat er sich wohl rumgesprochen. Und anstatt uns irgendwie nichts liegen zu lassen, hat er total nett uns da begrüßt, fand er es total super. Ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung, wer er ist, aber bin ja grundsätzlich auch ein netter Mensch und unterhalte mich dann. Und habe dann auch irgendwann gesehen, dass er irgendwie zwei auf der Cap hat. Also das kriegst du ja nur, wenn du irgendwie mal Zweiter geworden bist, also ziemlich weit vorne warst. Genau, und der hatte sich dann sozusagen bei mir irgendwie nach dem Rennen im Anschluss zum Kaffee eingeladen. Ich habe dann natürlich eine große Portion Nudeln gemacht. Und dann saß er so bei mir und meinte so, Björn, du, ich überlege so einen Podcast zu machen. Und er würde dich gerne interviewen. Und er, wahrscheinlich musste er, naja, also er hat sich sofort darauf eingelassen, war dann mein erster Gast. Einfach machen. Einfach machen. Ohne Scheiß, einfach machen. Und alles natürlich irgendwie tontechnisch nicht optimal. Aber ein Gespräch, das es, glaube ich, so mit ihm auch nie wieder gab, weil er super offen war, ganz, also auch … Er hat ja gedacht, die veröffentliche das sowieso nicht, lass ihn mal machen. Nein, der fand das, glaube ich, einfach richtig gut, was ich … Also der war einfach, wollte mir einfach diesen Gefallen tun. Ja, ja. So, ne? Und … Redet ihr dann noch drüber, dass er mal der erste Gast war oder hast du noch Kontakt zu ihm? Weniger, der hat sich sehr zurückgezogen, so aus diesem Öffentlichen, so, aber genau, der weiß schon, was mir das bedeutet. Und das ging natürlich dann auch sofort, also durch die Foren. Und es ist natürlich auch so, ich, als, ich bin ja auch dieses Rennen gefahren und ich bin auch andere Rennen gefahren. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Ausgangsposition. Also du wirst … Wurde es halt ernst genommen. Genau. Und natürlich konntest du die richtigen Fragen stellen. Niemand konnte was sagen. Genau, ich wusste, wie es ist. Keiner konnte meine Expertise hinterfragen. Also ich hatte einfach was gemacht, was einfach die meisten meiner HörerInnen so noch nicht gemacht hatten. Was, glaube ich, besonders damals, also jetzt, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass irgendjemand irgendeine Expertise in Frage stellen würde bei mir. Eher so, wenn ich mal frage, dann freue ich mich, wenn mir jemand dann auch entsprechend weiterhilft. Es ist ja immer gut zu wissen, was man nicht weiß. Aber eben in diesem Bereich kenne ich mich halt auch wirklich aus. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Und das war mein erster Gast. Und der hat, glaube ich, da, das war eine ganz gute Grundlage. Und mir war ganz schnell klar, ich bin keine Person, die da alleine sitzt und irgendwas erzählt. Sondern ich möchte, ich möchte auch gar nicht, es war auch nie mein Plan, dass ich auf dem Cover bin. Das war einfach nur, weil ich nicht wusste, was da sonst hin soll. Timo hatte mir das erste Logo dann so zusammengebastelt, damit ich ein Logo habe. Ich habe mich dann halt informiert, wie ich das alles hochlade, welche Plattformen und so weiter. Und genau, mir war ganz schnell klar, dass ich gar nicht so viel von mir selber erzählen möchte, sondern eher von den anderen Menschen erfahren möchte, was die so gemacht haben. Und mittlerweile erzähle ich auch ein bisschen mehr selber. Heute verbrete Welt. Ja, heute total. Ich mache das ja auch gerne, aber irgendwie nicht in meinem eigenen Podcast. Ja, deswegen bist du ja hier. Genau, der ist halt dafür da, andere tolle Menschen und eben auch viele Frauen. Weil das war nämlich auch ein Punkt damals. Es gab halt kaum, es gab keine Frau, die einen Podcast gemacht hat. Also eine, aber sehr spezieller Podcast, toller Podcast. Also, aber auch speziell nicht so den Bereich, den ich spannend fande. Und genau, Regines Radsalon kann man auch immer empfehlen. Wir empfehlen sowieso alles Mögliche. Also, nur dass, ich war jetzt nicht die Erste in Deutschland. Ich hatte aber davor verschiedene, also bei euch nicht, wir haben ja gerade festgestellt, wir haben ja ungefähr wirklich, das war bei mir war es ja März. Ich glaube, wir haben wirklich fast zeitgleich angefangen. Genau, es gab eben schon ein paar andere, die auch so da um Feedback gebeten hatten, wie sie irgendwie Frauen besser darstellen können oder mehr. Und ich habe dann irgendwie ein Jahr lang Feedback gegeben. Und es hat sich ein bisschen was geändert, aber nicht viel. Da habe ich einfach festgestellt, du musst es einfach selber machen. Weil, ja. Ich werde, wenn wir bei dir eingeladen sind, werde ich erzählen, weil das werde ich jetzt nicht spoilern, wie Ingo und ich zusammen im Auto saßen und einen Podcast von dir gehört haben, zusammen im Auto und wir hatten viel Spaß. Das ist schön. Aber es war einer der ganz frühen, ne? Ja. Aber das mache ich nicht hier, sondern mit Gegend. Ach, das ist schön, da bin ich auch gespannt. Genau, genau. Und das ist ja auch vielleicht für dich dann interessant, wie wir auf dich aufmerksam geworden sind. Ja, total, ja. Also ich glaube, man kann auch sagen, dieses Coaching-Thema, ne, was ich ja parallel gemacht habe, ich glaube, das hat sich natürlich auch gegenseitig irgendwie befruchtet irgendwie, weil, ja. Wann war das denn so, oder wann hattest du das erste Mal einen Werbepartner, wo du gesagt hast, jetzt kann ich auf, oh, da kommt ja jemand, der findet, ich habe jetzt erst mal eine Reichweite, werde gehört und das ist vielleicht auch für jemanden interessant, Werbung zu schalten. Was war da die erste Erfahrung? Genau, ich habe dann, also ich habe so gedacht, mein Konzept war ja, dass die Menschen besuche. Das habe ich ja dann durch Corona jetzt lange nicht gemacht, aber es soll jetzt auch wieder so losgehen. Ich habe also die Menschen zu Hause besucht, Fiona Kolbinger ja auch. Und da habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gedacht, es wäre ja schon schön, wenn ich dieses Geld wieder heimbekomme. Ich habe dann so ausgerechnet, Bahnfahrt, vielleicht mal ein Hotel, wenn ich nicht irgendjemanden finde, wo ich übernachten kann. Und vielleicht wäre es ja auch cool, wenn du ein bisschen was für deine Arbeit kriegst, dass du dir jetzt nicht Minus machst. Und dann bin ich auf einen Betrag gekommen und damals ging die Zusammenarbeit tatsächlich mit Rosebikes los. Und dann habe ich das einfach mal angesprochen hier. Ich mache den Podcast, hatte auch nach einem halben Jahr auch schon so ein bisschen Reichweite tatsächlich. Ging irgendwie, ja, aus verschiedenen Gründen, ja, wurde der eben gehört. So, ne? Und war ja, ist auch ein super Podcast. Ja, genau. Und dann war Rose mein erster Podcast-Sponsor. Und die haben dann eine Episode im Monat gesponsert. Und das hat mir die Freiheit gegeben und auch die Rechtfertigung, das machen zu können. Weil man ist ja irgendwie immer, ne, freiberuflich dann, gucken wir ja, womit verdient man eigentlich sein Geld. Und musste ein bisschen Zeit auch so ein bisschen aufteilen und ja, dann ging es los. Ist das dann die Genugtuung, dass man vielleicht intern für sich selber abspeichern kann, ja, das hat auch einen Wert, was ich tue. Einfach nochmal, was ist die größte Bestätigung, dass es etwas an Wert hat, dass man dafür auch etwas Geld bekommt? Ja, ich glaube, Geld ist es bei mir gar nicht, ehrlich gesagt. Also, das ist schon wichtig, aber, also ich mache ja auch viel Ehrenamt. Und ich glaube, die größte Bestätigung ist, dass du was bewegst und dass du bei den Menschen was bewegst. Und ich glaube, ohne Feedback von auch meinen HörerInnen und ohne so, ja, auch Feedback von InterviewpartnerInnen, die bei mir waren, teilweise ihre ersten Interviews gegeben haben, dann bekannt geworden sind. Weil ich bin ja so nischig unterwegs, dass ich die meistens entdecke, bevor die jemand kennt oder am Anfang war es jedenfalls ganz stark so, dadurch dann irgendwie Sponsoren auch bekommen haben oder woanders eingeladen worden sind, so, ne, Dokus über sie gemacht worden sind. Also, Geld ist, glaube ich, wichtig insofern, also es gibt mir die, also es ist eine Rechtfertigung für mich da mehr Zeit als nur so nebenbei. Und das war, glaube ich, auch mein Vorteil. Ich konnte von Anfang an sagen, hey, ich mache da die entsprechende Vor- und Nachbereitung und ich habe auch immer geschnitten und immer, ja, auch wirklich mir Zeit genommen für alles und lieber nochmal einmal mehr drüber gehört. So, das, das war, glaube ich, das, ja. Ich weiß aber nicht, ich glaube, auch in den Augen anderer hat so ein Podcast, also, wenn die dann sehen, Rose sponsert das oder jetzt sind ja meine großen Partner Komoot und Kraft. Tatsächlich, die beiden größten zusätzlich noch zu ganz vielen tollen anderen, die so mal, genau, die muss ich jetzt nicht alle aufzählen, aber, ja. Nein, aber es muss, ich finde das wirklich okay, weil wir vielleicht auch an so einer Phase sind, wir machen das, glaube ich, auch, Ingo und ich, zu 99 Prozent, weil es unsere Leidenschaft ist, das merkt man ja auch, bei dir ist das ja auch so. Aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem völlig okay, auch zu sagen, man hat auch einen gewissen Wert, weil man irgendwas abliefert, was auch einen Wert hat. Punkt. Genau, das kam bei mir später, also diese erste Rechnung mit der wie viel Zeit und so, die mache ich mittlerweile nicht mehr, jetzt weiß ich um meine Reichweite, ich weiß um die Relevanz. Es ist immer, es ist ein krasser Nischen-Podcast, der super spannend für Firmen ist, so wie eurer ja auch, weil wir wirklich HörerInnen haben, die sich genau dafür interessieren, worüber wir sprechen, das hast du ja sonst gar nicht, ne? Deswegen, also hat das schon auch einen anderen Wert, den man jetzt anders berechnet mittlerweile. Schimpfen denn Leute über die Werbung, die du schaltest? Nee, überhaupt nicht. Bei uns haben sie gleich geschimpft, als wir das das erste Mal gemacht haben. Das ist ja vielleicht auch die Gewohnheit. Wir haben es ja lange Jahre jetzt machen können, wir haben ja einen anderen Hintergrund, wir haben ja einen eigenen Shop dahinter und so weiter, das heißt, dadurch konnten wir uns hier finanzieren, weil wir ja ein Enjoy Your Bike uns ein Gehalt zahlt, in Anführungsstrichen. Egal, und dass wir jetzt aber natürlich auch viel investieren, wir haben jetzt mit Matze einen neuen Mitarbeiter, André hilft viel beim Video aus, das muss dann wieder in der Werkstatt ausgeholfen werden, weil der viel für Video macht. Dann haben wir jetzt ein Studio gemietet, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt auch mal in die Vermarktung, weil die Größe, glaube ich, haben wir auch und haben dann hier das grüne Pulver beworben, was ja gerne im Sport-Podcast beworben wird, wo ich auch voll dahinter stehe. Ich finde es auch gut. Das erste, was bei uns kam, waren natürlich gleich, witzigerweise bei YouTube, fünf, sechs Kommentare, ja, jetzt werbt ihr auch damit, kann sogar sein, dass diese Folge, kann ich jetzt noch gar nicht verraten, ob diese Folge auch gesponsert wird, witzigerweise sponsern die aber nur den Audio-Feed, nicht den Video-Feed. Wir haben ja YouTube und Spotify, Apple und Co. Podcast, wo die Leute nur zuhören. Die Kommentare kamen aber bei YouTube. Jetzt fangt ihr auch schon an mit AG1, muss das sein? Könnt ihr nicht, und das ist ja auch eine Frage an dich, könnt ihr nicht eine Paywall davor setzen? Wir würden auch bezahlen, wenn ihr Patreon und Co. macht. Hast du über sowas mal nachgedacht? Habe ich, habe ich. Kann ich auch nachvollziehen. Würde ich auch tatsächlich machen. Also ich bin ja so ein Ein-Frau-Unternehmen. Bei mir ist es meistens, hat es was mit zeitlichen Kapazitäten zu tun. Das ist halt ein enormer Mehraufwand. Den müsste man natürlich dadurch auch irgendwie reinkriegen. Finde ich aber nachvollziehbar. Kann man durchaus drüber nachdenken. Ich denke immer, okay, dieser ganze Content, ja, er ist for free. Ich denke mal, ihr handhabt das genauso wie ich. Also ich bewerbe jetzt auch nur Sachen, hinter denen ich stehe. Alles andere ist ja totaler Quatsch. Das grüne Pulver habe ich lange getestet und auch letztes Jahr schon und bin wirklich überzeugt, weil das war wirklich so die Frage, macht man sowas oder nicht. Ich habe das beispielsweise, bevor überhaupt Werbung kam, habe ich das als Werbung in einem anderen Podcast, habe ich es mir mal bestellt und habe es probiert. Athletic Greens, AG1, kann man ja ruhig drüber sprechen. Und immerhin haben sie eine Folge mindestens jetzt schon bei uns geschwonsert, wo ich sehr dankbar drüber bin. Und das ist halt so, würde ich es selber nicht nehmen, kann ich auch nicht drüber sprechen. Oder wäre ich jetzt so ein Anti-Supplement-Typ, dann ging es halt nicht. Dann muss man sagen, okay, können wir nicht machen. Bei mir war so ein Wendepunkt. Ich bin immer relativ schlecht darin gewesen, meinen eigenen Wert gut zu kennen. Klassiker. Und ich arbeite aber mittlerweile mit freien MitarbeiterInnen zusammen, die mal ab und zu, also es ist wirklich jetzt nicht irgendwie wöchentlich, sondern eher monatlich. Aber ich habe Menschen, die für mich arbeiten. Und das kann ich, die möchte ich fair bezahlen. Und so ist es ja bei euch auch. Ihr habt ja eine ganze Firma. Und ich möchte nicht diejenige sein, die sagt, nee, wir machen das aber jetzt hier nicht und alles so real und so. Und dann bezahle ich die Leute nicht richtig. Das geht nicht. Ja, klar. Die haben ja auch einen Wert geschaffen, indem sie dir was zugearbeitet haben. Ja, natürlich. Und man muss, man kann sich selber meinetwegen ausbeuten. Das ist auch nicht cool. Aber sobald man Verantwortung für andere hat oder für eine Familie zu Hause, alles, was man ehrenamtlich macht, geht ja dann auch auf eine Art von der Familienzeit weg und so. Und ich möchte das einfach. Ich möchte so und so viel arbeiten und ich möchte, ich habe diesen Wert geschaffen und ich glaube, also bei mir ist es so, ich mache maximal zwei Editorials bei einer Länge von ein bis zwei Stunden. Ich meine, über eure Länge braucht man hier nicht reden. Da kann man das, glaube ich, mal ertragen. Das sind ja zwei Minuten vielleicht, die man quatscht. Genau. Ganz genau. Und es ist nicht irgendwie der Rasenmäher, der mit dem Fahrrad nichts zu tun hat. Dir und uns, glaube ich, das ist ja der Wert, den ich auch weiß, kann man schon abnehmen. Wir sind schon mit Herzblut dabei. Das gilt für uns beide hoffentlich. Das weiß ich, dass das so ist. Und wo du sagtest, man will was bewegen. Wie oft Ingo und ich uns nebenbei unterhalten und sagen, guck mal, da habe ich eine Mail, da steht drin, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, durch euren Podcast habe ich angefangen Rad zu fahren. Und ich habe nur 30 Kilometer geschafft. Und jetzt habe ich aber 100 geschafft. Gäbe es diese Motivation nicht. Und deswegen machen wir das auch mit Diversity oder mit der Amputation oder was auch immer es ist, wenn du Leute irgendwie motivieren kannst. Better life, mehr Spaß. Das ist mit Geld unbezahlbar, dass du nach Hause kommen kannst und sagen kannst, krass, da hat jemand jetzt 50 Kilo abgenommen. Ist jetzt vielleicht gar nicht mein Thema, aber für die Person war das eine Befreiung und sagt, ich hatte die Motivation von deinem Podcast oder von unserem Podcast, deswegen verstehen wir uns auch blind, glaube ich. Wo wir auch auf der Messe gemerkt haben, das ist genau unser Thema. Das ist es. Eine schönere Bezahlung gibt es natürlich nicht. Nee, genau. Und trotz allem muss das irgendwie laufen. Wir brauchen irgendwie Geräte, um das alles machen zu können. Ich auch. Ja, das ist ja sonnklar. Wir ziehen um. Die verbessern sich. Ihr habt ein neues Studio. Man verbessert das Studio. Man kriegt vielleicht irgendwann ein besseres Licht. Mein Studio wird vielleicht auch irgendwann noch besser. Du machst hier die Abschlussrunde in diesem Studio. Nachdem wir hier fertig sind, wird nämlich alles abgebaut. Wird hoffentlich umgezogen. Das unterschreibe ich erst, wenn wir umgezogen sind. Nee, aber das… Und du kriegst ja wahrscheinlich auch überwältigendes Feedback und Rückmeldung. Was… Nur mal so eine Frage. Konntest du von vornherein mit negativen Kommentaren umkommen, wenn sie denn mal kamen? Oder musstest du das auch lernen? Ja, schwierig. Man sagt immer ach, ne? Ja, ja. Aber letztendlich ist es halt so, man nimmt sich die auch zu Herzen. Ich kann damit ein bisschen besser. Also es gibt so eine Art Kommentar, die kommt bei mir regelmäßig, weil ich gender ja im Podcast und das finden einige anstrengend, so. Aber damit müssen sie dann einfach leben. Da gibt es bei mir keine Diskussion, so, ne? Aber you know what you get. Genau, also… Weiß man ja dann. Ganz ehrlich, es ist umsonst. Also man hört diesen Podcast for free und es gibt auch andere Podcasts… Na gut, man muss ihn nicht hören. Nee, man muss ihn nicht hören, genau. Aber Johanna, das finde ich am allerspannendsten, weil das ist ja offensichtlich und das ist auch okay, dass es so offensichtlich ist und es ist auch okay, dass es anstrengend ist. Ich habe immer die Möglichkeit, nee, die höre ich nicht mehr. Ja, ganz genau. Ich habe mich gefangen in, oh, ich muss jetzt da aufpassen und da aufpassen und da aufpassen. Bei dir ist das verinnerlicht, aber bei uns nicht. Genau, wobei ich da auch, also bei mir war es auch nicht von Anfang an. Ich habe ganz viele Fehler gemacht, weil man muss es halt einfach üben. Und ich höre auch ein paar Podcasts, das glaube ich hilft auch, die auch gendern. Und was der zu sagen will, ich habe jetzt gesagt, es gibt diese Kommentare, aber es gibt halt noch mehr Kommentare, die den Podcast genau deswegen hören, weil ich da eben… Naja, du zeigst ja Flagge, du hast ja auch in diesem Podcast bestimmt eine halbe Stunde Flagge gezeigt für ein Thema, was viele vielleicht gar nicht hören wollen, wo vielleicht sogar in unserem Podcast vorgespult wird, ja, ist ja nicht Radfahren und geht ja nur um Inklusion, interessiert mich alles nicht und gendern interessiert mich auch nicht. Also die gibt es ja auch, die Menschen, will ich auch gar nicht verurteilen, weil entweder man ist offen dafür oder nicht und manchmal dauert es auch ein bisschen, vielleicht werden sie später offen dafür sein oder nicht. Und das ist ja eine Entscheidung, die du triffst, dafür zu stehen und dich dafür zu engagieren, auch ehrenamtlich in Positionen bei St. Pauli eine lange Zeit und so weiter. Das gehört ja zu dir dazu. Und dann kann es auch sein, dass… Ich könnte auch gar nicht anders. Die bei dir den Kommentar runterschreiben, die hören vielleicht auch diesen Podcast gar nicht sich an bei uns, weil sie sagen, ja, die wollen wir gar nicht hören und das müssen wir uns ja auch. Ich habe auch schon gehört, Mensch, der eine, der mag den nicht, weil er das macht, der andere mag mich nicht wegen meiner Art, habe ich beides schon gehört. Ja. Habe ich sogar in einem anderen Podcast mal gehört, wo einer gesagt hat, der Glatzkopf, der redet so komisch, ne? Und deswegen lasse ich jetzt die Haare wieder wachsen. Dann bin ich nicht mehr gemeint. Nein, der kam wegen den negativen Kommentaren. Und die Kommentare ist in meinen Augen ja podcastmäßig auch eine Lernkurve. Es gibt immer mal wieder was Konstruktives, was man raushören kann. In der Anfangszeit, wie oft ich gehört habe, ja, du lässt den nicht ausreden. Lass doch mal den den ausreden. Dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich es im Nachhinein jetzt höre, werde ich wahrscheinlich mir auch selber dabei ertappen, dass ich es nicht gemacht habe. Das ist mittlerweile, glaube ich, besser geworden. Oder es schreibt einfach, oder die haben resigniert und das schreibt keiner mehr. Jetzt lasse ich Ingo nicht ausreden. Und deswegen, es gibt ja konstruktiv, es gibt nett gemeinte Kritik und da lerne ich ganz viel draus. Oder lernen wir als Kanal auch viel draus, wo wir sagen, stimmt, der hat eigentlich recht, das hätten wir anders machen können. Und dann gibt es halt die paar Trolle, Gott sei Dank ja hoffentlich in unserer Welt relativ wenig, die dann nerven. Und ich glaube, da kriegt man irgendwann dann auch ein dickes Fell. Und mittlerweile lösche ich auch gar nichts mehr und dann lasse ich die einfach stehen. Ja, bei YouTube ist es auch einfach. Also beim Podcast kannst du jetzt nicht… Da musst du erst mal gucken, wo kann ich überhaupt die Rezension… Was ist denn bei dir überhaupt? Podigy oder… Apple Podcasts. Genau. Und Podigy. Aber Apple Podcasts ist ja, dann muss man sich ja schon relativ viel Mühe machen, ist ja eine Bewertung mit Sternen. Ja. Aber du hast nicht… Und Podigy als Rückkanal, wir benutzen ja auch Podigy zum Publischen, aber da kommt bei uns gar nichts an Kommentaren an. Ganz selten. Bei mir auch. Heute kam mal wieder einer oder so. Das heißt, einen anderen Rückkanal hast du nicht, außer Insta und E-Mail oder wie. Genau. Wir haben ja diesen… Das ist natürlich unser Vorteil, dass wir diesen Rückkanal YouTube haben, weil da kriegen wir ja hunderte oder wirklich ganz, ganz viele Kommentare, die wir auch beantworten und alle lesen oder die meisten beantworten. Wo dann auch die Leute, die gehört haben, gehen dann auf den YouTube-Feed und schreiben da dann rein und den Vorteil haben… Also mir kannst du ja persönlich schreiben über das Kontaktformular und ich habe schon einige E-Mails in der Woche, die da rüberkommen. Aber die sind doch vorwiegend nicht böse. Nee, überhaupt nicht. Ich will das auch gar nicht. Also ich habe vielleicht auf 100 positive, habe ich vielleicht 5, wo irgendwas… Also das wollte ich nur kurz sagen, wenn Leute sich die Mühe machen, eine E-Mail an uns zu schreiben, bei uns ist es ja podcast.enjoyerbike.com, da ist nichts Negatives bei. Nee, nee, nee. Also da würde ich ja fast die Quote gegen Null setzen. Im Gegenteil. Also da muss man ja auch… Da sind ganz viele Leute, die sagen, ich traue mich das nicht bei YouTube zu schreiben, aber ich würde gerne das euch wissen lassen. Punkt. Aber da hast du ja sicher… Also da habe ich zum Beispiel diese Dankbarkeit, diese E-Mails bearbeite übrigens ich. Und dann, wenn du mal denn angeschrieben bist, muss ich die weiterleiten. Da ist es tatsächlich so, weiß ich nicht, ob du da die gleiche Erfahrung machst, wie dankbar man sein kann, was man da für Tipps und Infos noch kriegt. Ja, also… Du besprichst irgendwas und dann kommt der Experte, der einem sagt, du, wenn du eine S&S-Notwarnkapsel irgendwo da und da abrufst, dann kommen aber alle Flugzeuge und Hubschrauber aus allen Gegenden da hin und helfen dir. Also so Sachen, die du im Podcast nebenbei ansprichst, also da habe ich, was wir schon gelernt haben, was wir übrigens auch weitergeben konnten an die Community jetzt hier. Ja. Wenn es dieser blöde Makita-Kopf ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Manchmal kommt das, schafft es ja den Weg in die Sendung rein. Kleinkram, aber das, weiß ich nicht, wie du das erfahren hast. Das muss ja bei dir auch, gerade im Ultra-Cycling-Bereich müssen dir unendlich viele Tipps kommen. Ohne die Community, oft sind es halt, bei mir sind es oft so Gästewünsche, aber auch Feedback zu Dingen, wo wir vielleicht auch irgendwie nicht weitergekommen sind im Podcast und ja, Themenwünsche total und dann eben, ja, Feedback irgendwie. Ich finde ja, Kritik, also man hat ja so seine, so mache ich das zumindest, so seine Leute, die man dann regelmäßig fragt, von denen die Kritik dann auch Substanz hat, sage ich mal so. Ich finde so Kritik in den Raum rein, ich finde es höflicher, wenn man vorher fragt, hey, ich hätte da was, hast du Lust auf eine Kritik? So, und dann kann man sagen, ja, oder vielleicht auch gerade nicht. Manchmal weiß man es halt auch schon selber, da muss man es auch nicht nochmal hören. Ja, weiß man, ich meine, Podcast ist Podcast, der ist ja nie perfekt. Bei uns mit dem, wir schneiden ja alles raus. Was nicht perfekt ist, schneiden wir alles raus. Bei uns wird ja gar nicht geschnitten. Das hast du auch schon mitgekriegt, ne? Ich weiß, ja, ich gucke auch schon auf die Zeit. Wir machen jetzt noch so lange, damit wir Dan rausschmeißen können, der kann nämlich nur noch 20 Minuten. Ich kann noch nicht mal 20 Minuten, weil ich so ein... Das heißt, das wird das erste Mal vielleicht, wenn wir uns jetzt nicht sputen, dass wir den Podcast nicht zu Ende kriegen und Dan weg muss. Ich habe tatsächlich einen Zahnarzttermin. Ja, ja. Aber ich glaube, der ist safe, den kann ich nicht verschieben. Aber falls ich rausstürme, dann winke ich dir nur noch. Ja, ja, genau. Das werden wir noch schauen. Ich glaube nicht. Das, glaube ich, kriegen wir alles ganz locker. Ja, wir sind jetzt auch eigentlich fast so weit durch. Was ich noch interessant finde, ist tatsächlich, das hattest du auch noch mal als Thema mit aufgenommen, dieser familiäre Bereich, der ja jetzt in deinem Berufsleben mit integriert wird. Mit Timo, der jetzt auch Gast ist in deinem Podcast und der ja auch viele, also der ja auch richtig geile eigene Projekte hat. Der macht ja diese Benu-Bags, also näht, glaube ich, auch selber die per Hand, wenn ich das richtig sehe. Also Bikepacking-Taschen wahrscheinlich sogar richtig auf Maß, würde ich sagen. Ja, hier bei dem Foto von dir war jetzt nicht nur Ortlieb, sondern in der Mitte waren auch Taschen von deinem Mann, habe ich gefühlt. Ja, eigentlich sind es hauptsächlich Benu-Bags und ab und zu kommt mal eine Ortlieb. Ich habe so ein paar Taschen von Ortlieb, die ich richtig gut finde. Und der macht doch auch jetzt irgendwie ein anderes Projekt mit Rollstühlen und solche Sachen. Haben wir zumindest gehört und du musst natürlich, wahrscheinlich darfst du gar nicht alles sagen, was er so macht. Ja, ich muss mal überlegen, was ich davon sagen darf. Also Fakt ist… Aber erstmal ist ja cool, wie lebt ihr damit, dass ihr ein ähnliches Hobby habt oder da zumindest Schnittpunkte sind? Genau, es gibt, also die Schnittmenge ist Fahrrad, wir machen es aber ziemlich unterschiedlich, muss man schon sagen. Also ich bin ja da eher sportlich unterwegs und Timo eher, ja, ja wirklich Touren, Fahren und so weiter. Genau, so wir haben uns darüber kennengelernt, kann man auch sagen. Also ich habe damals eine Tasche bei ihm gekauft. Die habe ich in Auftrag gegeben. Ja, der hat mit, vor 13, 14 Jahren mittlerweile schon, hat er mit Messenger-Bags angefangen und wollte die besten Messenger-Bags der Welt machen. Okay. Ich weiß nicht, ob der Welt… Hat er das geschafft? Ja, die waren ziemlich gut. Okay, und die gibt es auch noch? Nee, das ist einfach, also ziemlich großer Aufwand. Ja, ja, okay. Deswegen ist er dann irgendwann, als ich dann mit dem Bikepacken angefangen habe und auch so Transcontinental Race und so, ist er dann da so ein bisschen rein und macht mittlerweile Custom-Bikepacking-Bags. Okay. Genau, alles, was so auf Maß, genau, einige Sachen im Rahmen sind dann auf Maß. Ja, er ist, genau, er ist in meinem Podcast, ich würde nicht mal sagen Gast, sondern mittlerweile schon fast Co-Host, wenn er dann in der Community-Episode… Also ich brauchte halt einfach jemanden, da habe ich ja schon gesagt, ich wollte da nicht alleine sitzen. Ja, ja. Und dann irgendwie war wieder eine Episode, keine Ahnung, wir sagen ja auch manchmal, kommt ja auch was dazwischen, dann hast du keine Episode. Und dann wurde er am Anfang da so ein bisschen genötigt, dann einzuspringen und einfach mit mir zusammen Themen durchzugehen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile drei oder vier Episoden, wir haben uns gesagt, wir machen das regelmäßig, weil es einfach super ist, weil uns bewegen natürlich Themen, wir haben verschiedene Fahrradthemen. Naja, wir nennen das Smalltalk-Sendung, wo eben kein Gast da ist, kein spezielles Thema, aber wir haben 15 Sachen, über die wir quatschen müssen. Genau. So wie heute in der Anfangszeit, die Swiss waren, weil es halt uns bewegt hat und weil wir es cool fanden. Genau, sowas ist das. Und manchmal gibt es auch Themen, da kann dann die Community auch Fragen zustellen. Manchmal hole ich auch die Fragen raus, die mir so im Laufe der Zeit per E-Mail geschickt wurden und dann besprechen wir die nochmal. Also das macht eigentlich Spaß. Ich glaube, wir bekommen sehr positives Feedback, weil so beide Seiten so ein bisschen, ich meine in so Partnerschaften und zusammen Fahrrad fahren. Und ihr seid Familie, darf man ja nicht vergessen. Da kommen ja auch Themen, wie organisiere ich den Familienurlaub. Ganz genau. So und genau. Und das interessiert ja auch Leute. Das war auch eher so spontan. Wir waren ja im Frühjahr zusammen mit Rad und Bahn oder Bahn und Rad so rum eher zu viert einer Ostsee zwei Wochen. Hatten uns dann ein Ferienhaus gemietet, aber sind halt im Bikepacking-Modus angereist. Und als wir erzählt haben, dass wir das so machen, da waren ganz viele, wie soll das denn funktionieren und so weiter. Da haben wir schon gemerkt, da gibt es auch noch so bestimmte Wissenslücken. Auch wieder das Thema, ja es geht halt auch ohne Auto. Kann man ja mal erzählen, wie man es gemacht hat. Genau und ob da sich jemand dann was abguckt oder nicht oder einfach nur witzig findet, wie wir das gemacht haben. Ja, weil es ist ja spannend. Genau und das ist eben so, Familienthemen kommen da immer so ein bisschen mit rein, wenn wir zwei Kinder und jetzt auch schon Teenager, also so recht selbstständig unterwegs. Und ja, was er macht, er nutzt Dinge, würde ich mal sagen, in seiner Firma sind eh alle fahrradverrückt und er nutzt Know-how aus dem Fahrradbereich, um eben im Reha-Bereich, also Rollstühle, Rollatoren, ein bisschen innovativer zu sein, sagen wir mal so. Und dieses Fitlock-Beispiel, da haben sie nämlich gerade ein Patent irgendwie drauf angemeldet. Ich habe nämlich gehört, da darf man glaube ich gar nicht viel drüber reden, also dann wollen wir dich nicht nötigen, was zu verraten, was gar nicht verraten werden darf. Ja, also ich glaube, dass dadurch, dass das Patent jetzt durch ist, glaube ich, also einfach, also ihr müsst euch vorstellen, Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder auch Menschen, die auf dem Rollator angewiesen sind, die haben jetzt nicht besonders viel Auswahl, was so Zubehör angeht. Und das, was es gibt, ist halt nicht schön. Und das ist das, was seine Firma jetzt gerade so ein bisschen macht oder wo die einfach auch neue Konzepte entwickeln, da ist ein Entwicklungsteam. Und da geht es halt eben auch um Taschen. Aber es ist doch genau sein Ding. Ja, es ist perfekt. Und da nimmt er jetzt, hat er jetzt irgendeine, ich weiß gar nicht mehr genau, was es ist, also irgendwie hat er das, diese Fitlock-Systeme kennen ja alle, finde ich auch super. Ja, analytisch, genau. Genau, kann man so reinklicken und so haben sie jetzt eben auch eine Tasche, die am Rollstuhl entsprechend befestigt werden kann. Und wahrscheinlich auch mit einem Handgriff wieder runter geht, so wie das halt bei Hitler ganz geil ist. Ganz genau. Oder irgendwelche Strapfen oder was. Ganz genau. Es gibt auch viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen und zusätzlich eben durch eine Querschnittsbehinderung eben auch feinmotorisch eingeschränkt sind. Da geht es dann darum, dass du die einfach greifen kannst und dann geht es auch um große, größere hier Reißverschlussenden, ich weiß gar nicht, was die heißen. Also um solche Dinge und da, das ist halt toll. Also das ist auch so ein Thema, du kannst halt die Leben von Menschen verändern, indem du da einfach in dem Bereich auch mal was Cooles machst. Und er hat halt auch ein bisschen Style, also die Taschen sehen natürlich auch gut aus, weil nur weil du im Rollstuhl sitzt, willst du ja nicht irgendwie, ich weiß nicht, aschgraue, weiß ich nicht, was Tasche haben. Und da verbindet er so die beiden Welten und das mit den Taschen läuft halt so ein bisschen nebenbei. Also das muss man schon sagen. Er hat jedenfalls den breitesten Lenker. Ja, da habt ihr ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Er hat den breitesten Lenker, den ich je… 75 Zentimeter gefühlt. Also als Dropper ist es der breiteste Lenker, den ich je gesehen habe. 60, glaube ich. Ich glaube, es ist ein 65er. 65. Ist ja gigantisch. Der ist von Curve. Ich habe übrigens auch so einen, meiner ist aber nur 55. Nur 55. Nur 55, aber den habe ich auch noch nicht, den wollte ich immer mal anbauen. Curve, eine tolle Marke, auch aus Australien kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ich kenne die gar nicht. Hier, Jonas, Jonas Deichmann ist lange in Curve gefahren und das Titanrad. Ich war nur sehr beeindruckt. Ja, genau, ich weiß. Ich habe schon viele breite Lenker gesehen, der toppt alles. Manchmal nervt er auch ein bisschen. Weil du nicht mehr durch die Tür kommst. Du kommst beim Orbit, diese eine Unterführung, da musste er schräg durch. Auf unserem Orbit. Ja, aber er feiert den total, ne? Ja gut, wenn du die Körper breit und größer hast, klar. Er ist ja auch ein großer Kerl. Orbit, mein letztes Thema, weil ich dann wirklich leider raus muss und ihr könnt euch dann gerne noch ein bisschen zusammenkuscheln hier und weitermachen. Aber meine letzte Frage, bevor ich jetzt hier rausstürmen muss leider, beim Orbit-Festival seid ihr dabei? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, klar. Gibt wieder einen Live-Podcast. Ah ja. Mit Jana Käsenheimer. Wir sind auch da. Toll. Und dann machen wir, also ich zumindest von meiner Seite. Dritte, vierte Juni-Roundabout. Genau, das ist schon in zwei oder drei Wochen oder so. Zwei Wochen, ja, ja. In zwei Wochen. Also wir sind auch da. Ich möchte gerne auch nochmal Werbung machen für Leute. Bucht, dass du, glaube ich, auch Werbung machen. In eurem Podcast mache ich gerne auch noch Werbung für das Orbit-Festival. Nee, kann ich absolut empfehlen. Nein, also Orbit-Festival muss Werbung gemacht werden, weil das der ganzen Community hilft. Es ist nicht irgendein riesen kommerzieller Kram, sondern es muss einfach… Sehr liebevoll. War richtig cool beim letzten Mal. Der Raphael verdient das, dass da unheimlich viele Leute sein. Und es ist die Möglichkeit, hoffentlich bei schönem Wetter, wo man sich dann auch mal live treffen kann. So wie wir letztes Jahr. Es war so schön. Party feiern, ein bisschen zusammen Rad fahren, ganz entspannt und eben nicht… Also keiner wird da gedisst oder sonst wie so eine ganz entspannte Atmosphäre da. Das war so geil. Freue ich mich schon wieder richtig drauf. Ja. Letzte Frage. Zukunftsmäßig, was ist dein nächstes Ultra-Rennen? Ja, kein Rennen, aber… Oder Ransch. Obwohl, ist es vielleicht sogar? Dead Ends and Cake. Das ist in der Schweiz. Das gab es doch aber schon mal. Ja, genau. Letztes Jahr war die erste und da konnte ich leider nicht. Da hat Isabel mir, glaube ich, gesagt, sie ist ja auch gewesen. Genau. Was muss ich mir darunter vorstellen? Im Grunde wie ein riesen Ellicat oder auf Deutsch Schnitzeljagd. Aha. Es gibt Checkpoints und an den Checkpoints, die Checkpoints sind in Sackgassen, deswegen Dead Ends und an den Checkpoints gibt es Kuchen, deswegen Cake. Okay. Also genau mein Ding, genau mein Ding. Ich glaube insgesamt, je nach Streckenplanung, so 500 Kilometer, also ist an einem Wochenende auch gut zu machen. Das war so ein bisschen, ja. Und? Ja, ja. 500 Kilometer am Wochenende klingt immer schon so. Und vorbeigehen zu machen. Ja, für Ultra ist das ja, ja. Ja, ja. Für Ultra ist das, ich habe ja schon gehört, was Sprintdistanz bei Ultra bedeutet. Ja. Da bin ich ja schon erschrocken. Ja, alles so um die 1.000. Ja, ja, krass. Genau, und da fahren wir auch noch eine Sache mit und zwar hat unsere Freundin Eva Ulrich, die auch einen ganz tollen Blog macht, Takeshi Ferdratt, die hat ein Brevet entworfen, würde ich sagen, gescoutet. Berlin hat Berge, heißt das und das sind dann um die 1.000 Kilometer. Start in Berlin im Juli, fahre ich das. Okay. Sehr schön. Na, über mein Projekt rede ich erst später. Das muss erst mal ganz trockene Tücher haben. Ich habe zumindest auch, guck mal, der Witz an der Sache ist, ich habe ja gar keine 8, 9, 10, 11, 14 Tage Touren gemacht bis jetzt. Also wird es jetzt auch mal Zeit, es muss jetzt auch mal eine längere Tour her. Ja, super. Zumindest versuche ich mal die ersten Schritte. Ja. Außer zwei Tage Touren. Und ich versuche nächste Woche meine erste Zweitages-Tour. Das ist doch schön. Deine erste? Naja, ich bin noch nie von A nach B über zwei Tage. Also das Trondheim-Ossow war das andere, das längste. Das war aber ja 24 Stunden, kann man vielleicht auch zählen. Aber jetzt, ich bin noch nie mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, habe übernachtet und bin weitergefahren. Ernst, um ehrlich zu sein. Ach, witzig. Und wenn, dann wäre ich auch eher der Hoteltyp. Also jetzt würde ich wahrscheinlich Bikepacking light machen, gucken, dass ich irgendwo hinkomme. Gucken, wie das Wetter ist, wenn es pisst. Nächste Woche habe ich auch keinen Bock, aber ich will versuchen von Dienstag, Mittwochabend muss ich in Holland sein, an der Küste. Also hinter Amsterdam noch. Ja, super. Da kann man entweder 460 ohne Fähre fahren, vielleicht nehme ich aber auch die Fähre, weil ich Bock habe, Fähre zu fahren. Mal gucken. Ist nicht viel, kann man auch in 24 Stunden vielleicht fahren, aber ich hätte jetzt gedacht, so entspannt mal über zwei Tage gucken, wie das ist, was ich so alles mitnehmen muss. Und über mein Projekt reden bei dir. Oh ja. Weil ich jetzt wirklich Zähne bohren muss. Genau. Viel Spaß. Ah ja, Spaß. Also Johanna, vielen, vielen Dank. Ja, danke. Für deine Zeit hier, hat richtig Spaß gemacht. Ja, also dann bin ich ja doch noch hier, wenn ihr… Genau, das haben wir jetzt noch gerade so hingekommen. So war es nicht geplant, aber ich muss leider wirklich ausnahmsweise raus. Das gibt es nie bei uns im Podcast. Aber jetzt muss ich mal raus. Danke auch an die Hörer, wie gesagt, Johanna Jahnke, at Johanna-Jahnke bei Instagram. Und den Podcast Wundersame Fahrradwelt natürlich abonnieren und hören. Und nette Kommentare hinterlassen. Nette Kommentare hinterlassen. Oder direkt schreiben. Ja, jetzt kann man ja kommentieren. Bei uns ganz einfach im YouTube. Ja, stimmt. Ja, genau. Bei uns bei YouTube auch nette Kommentare hinterlassen. Aber eigentlich sind die alle lieb. Ja. Was war jetzt das Codewort, habe ich schon wieder vergessen? Hungry. Hangry. Hangry. Wir haben immer ein Codewort, wenn einer bis zum Mitte oder bis zum Roundabout Ende gehört hat. Jetzt haben wir das ja zum Ende gesagt. Ja, ja. Das sollten wir ja nicht nochmal wiederholen. Achso, damit die am Ende… Ja, wir sind auch Schussels. Egal. Also, stay hangry, better not. Einmal mit Profis. Stay hangry. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, bei diesen Dussels zu sein. Kommt mir vor, als hätten wir gerade vor zehn Minuten angefangen zu sprechen. Also, der hat uns, wie gesagt, viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020